Das Haus des Richters Von Bram Stoker Als die Zeit für seine Examinierung immer weiter voranschritt, kam es ihm in den Sinn, seine Studien lieber irgendwo für sich allein fortzuführen. Er fürchtete die Ablenkung des Meeres. Aber auch fürchtete er völlige ländliche Isolation, denn von Alters her kannte er seine Schwächen. Und so beschloss er, eine unpräzenziöse kleine Stadt zu finden, wo es nichts geben würde, um ihn abzulenken. Er verzichtete darauf, Vorschläge seiner Freunde zu verlangen, denn er erwartete, dass jeder einen Ort empfehlen würde, von dem er Kenntnis und wo er bereits Bekannte hatte, was wiederum eine Ablenkung wäre. Also beschloss Markimson, seinen Freunden auszuweichen und einfach fortzugehen, ohne einen Hinweis auf seinen Verbleib, um selbst nach einem Platz Ausschau zu halten. Er packte ein Portemonteur mit einigen Kleidern, allen Büchern, die er brauchte, und kaufte dann ein Ticket an den ersten Ort auf dem örtlichen Abfahrtsplan, der ihm unbekannt war. Als er am Ende einer dreistündigen Reise in Benchurch erschien, war er zufrieden, dass er seine Spuren weitestgehend verwischt hatte, um sicher zu sein, eine ruhevolle Möglichkeit zu haben, seine Studien fortzuführen. Er begab sich sofort zu dem einen Gasthaus, das das verschlafene Örtchen innehielt, und quartierte sich für die Nacht ein. Benchurch war eine Marktstadt, und einmal in drei Wochen war sie überfüllt. Doch für die Verbleibenden 21 Tage war es hier dort so menschenleer, wie in einer Wüste. Markimson schaute sich am Tag nach seiner Ankunft um, um zu versuchen, Quartiere zu finden, die noch isolierter waren als das stelle Gasthaus The Good Traveller. Es gab nur einen Ort, der ihm gefiel, und dieser erfüllte seine wildesten Vorstellungen von Stille. Tatsächlich war Stille nicht das richtige Wort, um ihn zu bezeichnen, nur der Begriff Trostlosigkeit vermittelte eine angemessene Vorstellung von dessen Isolation. Es war ein altes, massiv gebautes Haus im jakobinischen Stil, mit schweren Giebeln und Fenstern, die höher waren als in solchen Häusern üblich, und wurde von einer hohen Backsteinmauer umgeben. Tatsächlich sah es bei näherer Betrachtung eher wie eine schützende Zuflucht aus, als nach einer gewöhnlichen Behausung. Aber all diese Dinge gefielen Markimson. Hier, dachte er, ist genau der Ort, nach dem ich gesucht habe, und wenn ich nur die Gelegenheit bekomme, ihn zu nutzen, werde ich glücklich sein. Seine Freude wurde größer, als er zweifelsfrei erkannte, dass es derzeit unbewohnt war. Bei der Post erfuhr er den Namen des Verwalters, der außerordentlich überrascht war, von der Anfrage, einen Teil des alten Hauses mieten zu wollen. Mr. Cairn Ford, der örtliche Anwalt und Verwalter, war ein liebenswürdiger älterer Gentleman, und gestand offen seine Freude darüber, dass jemand bereit war, im Haus zu leben. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, wäre ich im Namen der Eigentümer nur allzu glücklich, jemanden das Haus für einen längeren Zeitraum kostenfrei bewohnt zu lassen, und sei es nur, um die Leute hier daran zu gewöhnen, es bewohnt zu sehen. Er steht schon so lange leer, dass eine Art absurder Aberglaube darüber herangewachsen ist, und das lässt sich am besten durch seine Bewohnung beseitigen. Wenn auch nur... Fügt er mit einem listigen Blick auf Malcomson hinzu. Von einem Gelehrten wie ihn, der seine Ruhe für eine Weile will. Malcomson hielt es für unnötig, den Verwalter nach diesem absurden Vorurteil zu fragen. Er wusste, dass er mehr Informationen zu diesem Thema von anderen Seiten erhalten würde, wenn er sie benötigen sollte. Er bezahlte seine dreimonatige Miete, er hielt eine Quittung und den Namen einer alten Frau, die sich ihm wahrscheinlich verpflichten würde, und kam mit den Schlüsseln in der Tasche heraus. Dann ging er zur Wirtin des Gasthauses, die eine fröhliche und freundliche Person war, und bat sie um Rat in Bezug auf Vorräte und Proviant, wie er es wahrscheinlich brauchen würde. Sie war verstaunt die Hände hoch, als er ihr sagte, wo er sich niederlassen würde. Nicht im Haus des Richters, sagte sie und wurde blass, als sie sprach. Er erklärte ihr die Örtlichkeit des Hauses und sagte, dass er das Namen nicht kenne. Als er fertig war, antwortete sie, Ei, ich bin mir sehr, sehr sicher über den Ort. Es ist zweifelsfrei das Haus des Richters. Er bat sie, ihm von dem Ort zu erzählen, warum er so genannt wurde und was gegen ihn sprach. Sie erzählte ihm, dass es so genannt wurde, weil es viele Jahre zuvor, wie lange konnte sie nicht genau sagen, dass sie selbst aus einem anderen Teil des Landes war, aber sie dachte, es müssten 100 Jahre oder länger gewesen sein, der Wohnsitz eines Richters war, der wegen seiner grausamen Strafen und seiner Niederträchtigkeit gegenüber Gefangenen in Gerichtsverhandlungen gefürchtet wurde. Was er gegen das Haus gab, konnte sie selbst nicht sagen. Sie hatte oft gefragt, aber niemand konnte ihr mehr darüber sagen. Aber es gab das allgemeine Gefühl, dass dort etwas war und sie würde ihrerseits nicht einmal für das ganze Geld der Drinkwater Bank eine Stunde allein in diesem Haus bleiben. Danach entschuldigte sie sich bei Macamson für ihren beunruhigenden Vortrag. Es ist schade, Sir, dass Sie, ein junger Gentleman, dort ganz allein leben wollen, wenn Sie mir verzeihen wollen, dies so zu sagen. Wenn Sie mein Junge wären, entschuldigen Sie bitte meine Direktheit, würden Sie dort keine Nacht schlafen. Nicht einmal, wenn ich selbst dort hingehen und die große Alarmglocke auf dem Dach läuten müsste. Die Person war so offensichtlich ehrlich und so freundlich in ihren Absichten, dass Macamson, obwohl amüsiert, gerührt war. Er erzählte ihr freundlich, wie sehr er ihr Interesse an ihm schätzte und fügte hinzu, Aber, meine liebe Mrs. Wither, in der Tat brauchen Sie sich keine Sorgen um mich zu machen. Ein Mann, der für die mathematische Tripos studiert, hat zu viel zu bedenken, als dass sie in einer dieser mysteriösen Dinge stören könnte. Seine Arbeit ist von zu exakter und prosaischer Art, als dass es in seinem Kopf noch einen Platz für Geheimnisse jeglicher Art gäbe. Harmonische Progression, Permutationen und Kombinationen und elliptische Funktionen bergen genügend Geheimnisse für mich. Mrs. Whitham sah sie freundlicherweise verpflichtet, nach seinen Aufträgen zu sehen, und er selbst ging nach der alten Frau zu suchen, die ihm empfohlen worden war. Als er nach mehreren Stunden mit der Frau zum Haus des Richters zurückkehrte, fand er Mrs. Whitham mit mehreren Männern und Jungen, die Pakete trugen und einen Polstermann mit einem Bett im Auto wartend vor. Sie sagte, obwohl Tische und Stühle gut sein könnten, wäre ein Bett, das für über 50 Jahre nicht ausgelüftet worden war, nicht angemessen für einen jungen Mann, um darin zu nächtigen. Sie war offensichtlich neugierig, das Innere des Hauses zu sehen. Und obwohl sie so viel Angst vor dem etwas hatte, dass sie sich beim geringsten Geräusch an Merkens entklammerte, dem sie für keinen Moment von der Seite wich, erkundete sie das ganze Haus. Nach einer Begehung des Hauses beschloss Merkens in sein Domizil in dem großen Speisesaal aufzuschlagen, der groß genug war, um all seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und Mrs. Whitham arrangierte mithilfe der Putzfrau, Mrs. Dempster, alles Nötige. Als die Körbe hereingebracht und ausgepackt wurden, sah Merkens in, dass sie freundlicherweise genügend Vorräte aus ihrer eigenen Küche mitgebracht hatte, die einige Tage halten würden. Bevor sie ging, äußerte sie alle möglichen Wünsche an ihn und an der Tür drehte sie sich um und sagte, Und vielleicht, Sir, da der Raum so groß und luftig ist, wäre es vielleicht gut, wenn sie diese großen Leinwände nachts um ihr Bett stellen würden. Obwohl, um die Wahrheit zu sagen, ich selbst würde sterben, wenn ich so eingesperrt wäre mit all diesen Dingen, die ihre Köpfe an den Seiten oder über die Kanten strecken könnten, um mich zu beobachten. Das Bild, das sie sich selbst in den Kopf rief, war wohl zu viel für ihre Nerven und sie flog ganz aufgelöst. Mrs. Dempster rümpfte ihre Nase, als die Wirtin verschwand, und bemerkte, dass sie ihrerseits keine Angst vor den Schreckgespenstern im Königreich hatte. Ich werde ihnen sagen, was sie sind, Sir. Schreckgespenster sind alles Mögliche, alles außer wahre Schreckgespenster. Ratten, Mäuse, Käfer, knarrende Türen und lose Schiefertafeln, zerbrochene Scheiben und steife Schubladengriffe, die fest sind, wenn sie an ihnen ziehen und dann mitten in der Nacht herunterfallen. Schauen Sie sich die Vertäflung des Raumes an. Es ist alt, hunderte von Jahren alt. Und glauben Sie, Sir, dass Sie jemals auch nur einen von ihnen sehen werden? Ratten sind Schreckgespenster, sage ich Ihnen. Und Schreckgespenster sind Ratten. Und denken Sie bloß nichts anderes. Mrs. Dempster, sagte Markinson ernst und verbeugte sich höflich. Sie wissen mehr als ein Senior Wrangler. Und lassen Sie mich sagen, dass ich Ihnen, wenn ich gehe, dieses Haus überlassen werde. Als Zeichen meiner Wertschätzung für Ihre unzweifelhafte Gesundheit von Kopf und Herz. Und sie die letzten zwei Monate meines Mietverhältnisses allein hier bleiben lasse. Denn vier Wochen werden meinem Zweck dienen. Danke, sehr freundlich, Sir. Aber ich könnte keine Nacht außer Haus schlafen. Ich wohne in Greenhall Charity. Und wenn ich eine Nacht außerhalb verbleibe, würde ich alles verlieren, was ich zum Leben habe. Die Regeln sind sehr streng. Und es gibt zu viele, die nach einer freien Stelle Ausschau halten, als dass ich in dieser Angelegenheit irgendwelche Risiken eingehen könnte. Allerdings, Sir, würde ich gerne hierher kommen und Ihnen während Ihres Aufenthalts Gesellschaft leisten. Meine gute Frau, ich bin mit der Absicht hierhergekommen, Einsamkeit zu erlangen. Und glauben Sie mir, dass ich dem verstorbenen Mr. Greenhall dankbar bin, dass er seine bewundernswerte Hilfsorganisation so organisiert hat, dass mir die Gelegenheit verwehrt wird, unter einer solchen Form der Versuchung zu leiden. Der heilige Antonius selbst könnte in diesem Punkt nicht strenger sein. Ihr jungen Herren, ihr fürchtet euch vor nichts. Und sie werden hier die Einsamkeit finden, die sie sich wünschen. Sie machte sich an ihre Reinigungsarbeiten. Und bei Einbruch der Dunkelheit, als Markinson von seinem Spaziergang zurückkehrte, er hatte immer eines seiner Bücher zum Studieren dabei, fand er das Zimmer gefegt und aufgeräumt vor. Ein Feuer brannte im alten Kamin, die Lampe leuchtete, und der Tisch war für das Abendessen mit Mrs. Whittems ausgezeichneter Kost gedeckt. Das ist wahrer Komfort in der Tat, sagte er und rieb sich die Hände. Als er sein Abendessen beendet und das Tablett an das andere Ende des großen Eichentisches geschoben hatte, holte er seine Bücher heraus, legte frisches Holz ins Feuer, richtete seine Lampe und konzentrierte sich lange auf seine Arbeit. Er arbeitete ohne Pause bis etwa elf Uhr. Dann unterbrach er seine Studien, um das Feuer und seine Lampe neu zu entzünden und sich eine Tasse Tee zu machen. Er war schon immer ein Teetrinker gewesen. Und während seines College-Lebens hatte er bis spät über den Studien gesessen und Tee zu sich genommen. Der Rest war ein großer Luxus für ihn, und er genoss es mit einem Gefühl von köstlicher, üppiger Leichtigkeit. Das angefachte Feuer knisterte und knackte und warf malerische Schatten durch den großen alten Raum, und während er seinen heißen Tee schlürfte, schwelgte er in Gedanken an seine Isolation. Dann bemerkte er zum ersten Mal, was für Geräusche die Ratten verursachten. Sicherlich, dachte er, können Sie nicht die ganze Zeit hier gewesen sein, als ich las? Wären Sie es gewesen, hätte ich es wohl bemerkt. Gegenwärtig, als der Lärm zunahm, vergewisserte er sich, dass es wirklich neu war. Es war offensichtlich, dass die Ratten anfangs von der Gegenwart eines Fremden und vor dem Licht des Feuers und der Lampe verschreckt waren. Aber am Laufe der Zeit waren sie mutiger geworden und benahm sich nun, wie sie es gewohnt waren. Wie beschäftigt sie waren und horchelt den seltsamen Geräuschen auf und ab hinter den alten Vertäfelungen, über die Decke und unter dem Boden rasten sie, nackten und kratzten. Markinson lächelte vor sich hin, als er sich an den Ausspruch von Mrs. Dempster erinnerte. Schreckgespenster sind Ratten, und Ratten sind Schreckgespenster. Der Tee begann, seine Wirkung des intellektuellen und entspannenden Stimulus zu entfalten. Er sah mit Freuden einen weiteren langen Abschnitt seiner Arbeit entgegen, bevor die Nacht vorbei war und im Gefühl der Sicherheit, die ihm der Tee gab, erlaubte er sich den Luxus eines genaueren Blicks durch den Raum. Er nahm seine Lampe in einer Hand und ging rundherum und wunderte sich, dass ein so malerisches und schönes Haus so lange vernachlässigt worden war. Die Eichenschnitzereien auf den Paneelen der Vertäfelung waren prachtvoll, auf und um die Türen und Fenster wunderschön von seltenem Wert. Es gab einige alte Bilder an den Wänden, aber sie waren so dick mit Staub und Schmutz überzogen, dass er keine Details erkennen konnte, obwohl er seine Lampe so hoch über seinem Kopf hielt, wie er konnte. Hier und da sah er, als er herumging, einen Riss oder ein Loch, das für einen Moment durch das Gesicht einer Ratte blockiert wurde, deren leuchtenden Augen im Licht glitzerten. Aber am nächsten Augenblick waren sie verschwunden und ein Quietschen und ein Tippeln folgten. Was ihn jedoch am meisten beeindruckte, war das Seil der großen Alarmglocke auf dem Dach, das an einer Ecke des Raumes auf der rechten Seite des Kamins herunterhing. Er zog einen großen geschnitzten Eichenstuhl mit hoher Rückenlehne in die Nähe des Ofens und trank eine letzte Tasse Tee. Danach entfachte er das Feuer nochmals und ging zurück zu seiner Arbeit, setzte sich an die Ecke des Tisches mit dem Feuer zu seiner Linken. Für eine Weile störten ihn die Ratten mit ihrem ewigen Toben etwas, aber er gewöhnte sich an den Lärm, wie man sich an das Ticken der Uhr oder an das Rauschen des fließenden Wassers gewöhnt. Er vertiefte sich so sehr in seine Arbeit, dass alles in der Welt außer dem Problem, das er zu lösen versuchte, an ihm vorbeiging. Plötzlich blickte er auf. Sein Problem war noch immer ungelöst. Und in der Luft lag der Hauch der Morgendemmerung, der so furchterregen für ein zweifelhaftes Leben war. Der Lärm der Ratten hatte aufgehört. Es schien, dass er es erst vor kurzer Zeit aufgehört haben muss, sodass das plötzliche Aufhören war, das ihn gestört hatte. Das Feuer ging langsam aus, aber immer noch warf es einen tiefroten Schein. Als er aufsah, begann es ihn zu schaudern. Dort auf dem großen Stuhl mit der hohen, aus Eiche geschnitzten Rückenlehne an der rechten Seite des Kamins saß seine riesige Ratte, die ihn mit unheilvollen Augen beständig anstarrte. Er machte eine Andeutung, als wollte er sie jagen. Aber sie rührte sich nicht. Dann machte er eine Andeutung, etwas zu werfen. Doch sie rührte sich nicht, sondern zeigte wütend ihre großen weißen Zähne und ihre boshaften Augen leuchteten im Lampenlicht mit einer aufkeimenden Rachsucht. Merkinson war verblüfft und rannte mit dem Schürhaken des Kamins auf sie zu, um sie zu töten. Bevor er jedoch zuschlagen konnte, sprang die Ratte mit einem Quietschen, das wie der Ausdruck ihres Hasses klang, auf den Boden, das Seil der Alarmglocke hinauflaufend, in der Dunkelheit jenseits der Reichweite der grünschattierten Lampe verschwindend. Seltsamerweise begann das lärmende Huschen der Ratten hinter der Vertäfelung daraufhin erneut. Zu diesem Zeitpunkt war Merkinsons Verstand von allen Problemen befreit. Und als ihm draußen ein schriller Hahnenschrei von der nahen Morgendämmerung berichtete, ging er ins Bett und schlief. Er schlief so tief, dass er nicht einmal von Mrs. Dempster geweckt wurde, die hereinkam, um sein Zimmer herzurichten. Erst als sie etwas aufgeräumt hatte und sein Frühstück bereit war und sie gegen eine Leinwand klopfte, die sich neben seinem Bett befand, wachte er auf. Er war noch ein wenig müde nach seiner anstrengenden nächtlichen Arbeit, aber eine starke Tasse Tee erfrischte ihn bald. Er nahm sein Buch, als er sich auf einen Spaziergang aufmachte und nahm ein paar Sandwiches mit für den Fall, dass er bis zum Abendessen nicht zurückkehren sollte. Er fand einen ruhigen Platz zwischen hohen Ulmen, etwas außerhalb der Stadt. Und dort verbrachte er den größten Teil des Tages mit dem Studium von Laplace. Bei seiner Rückkehr schaute er noch bei Mrs. Whittam vorbei und dankte ihr für ihre freundliche Unterstützung. Als sie ihn durch das diamantenförmige Erkerfenster ihrer Unterkunft ankommen sah, kam sie ihm entgegen und bat ihn herein. Sie sah ihn besorgt an und schüttelte den Kopf, als sie sagte, Sie dürfen es nicht übertreiben, Sir. Sie sind heute Morgen blasser, als sie sein sollten. Zu späte Arbeitsstunden und zu harte Arbeit des Gehirns sind für keinen Menschen gesund. Aber sagen Sie mir, wie haben Sie die Nacht verbracht? Gut, hoffe ich. Aber meine Güte. Sir, ich war froh, als Mrs. Damster mir heute Morgen sagte, dass es ihnen gut geht und sie gut geschlafen haben, als sie hereinkam. Oh, mir geht es gut. Die Dinge haben mich noch nicht beunruhigt. Nur die Ratten. Und die veranstalteten einen Zirkus, sag ich ihnen. Da war ein bösartig aussehender alter Teufel, der auf meinem eigenen Stuhl am Feuer saß und nicht gehen wollte, bis ich den Schürhaken nahm. Erst dann lief er den Strick der Alarmblock hoch und verschwand irgendwo in der Wand oder in der Decke. Ich konnte nicht sehen, wo. Es war so dunkel. Gott steh uns bei. Ein alter Teufel, der auf einem Stuhl am Kamin sitzt. Passen Sie auf sich auf, Sir. Es gibt viele wahre Worte, die oft im Scherz gesprochen werden. Wie meinen Sie das? Ich verstehe nicht. Ein alter Teufel. Vielleicht der alte Teufel. Ja, Sir, Sie brauchen nicht zu lachen. Merkensum war in ein herzhaftes Gelächter ausgebrochen. Ihr jungen Leute denkt, es sei leicht, über Dinge zu lachen, die die Älteren schaudern lassen. Schon gut, Sir. Vergessen Sie es. Bitte, bei Gott lachen Sie nur. Das ist, was ich Ihnen wünsche. Die gute Dame strahlte voller Verständnis für sein Vergnügen. Ihre Ängste waren für einen Moment verschwunden. Oh, verzeihen Sie mir. Glauben Sie mir. Ich meine, es ist nicht unhöflich. Aber die Vorstellung war mir zu viel, dass der alte Teufel selbst gestern Abend auf dem Stuhl saß. Und bei dem Gedanken lachte er wieder. Dann ging er nach Hause zum Abendessen. An diesem Abend begann das Toben der Ratten schon früher. In der Tat hatte es schon vor seiner Ankunft begonnen und hörte erst auf, als er sie durch seine Anwesenheit neuerlich störte. Nach dem Abendessen setzte er sich eine Weile ans Feuer und rauchte eine Zigarette. Und nachdem er seinen Tisch abgeräumt hatte, begann er wie zuvor zu arbeiten. In dieser Nacht störten ihn die Ratten mehr als am Vorabend. Wie sie auf- und abrannten, oben und unten, wie sie quietschten und kratzten und nagten. Wie sie nach und nach kühner werdend ihre Schnauzen aus den Löchern rissen, Spalten und offenen Winkeln in der Vertäfelung steckten, sodass ihre Augen wie winzige Lampen im flackernden Feuerlicht funkelten. Ihm aber, der nun zweifellos an sie gewöhnt war, kamen ihre Augen nicht böse vor. Ihre Verspieltheit amüsierte ihn. Manchmal huschten die Kühnsten von ihnen auf dem Boden oder entlang der Formteile der Wandvertäfelung entlang. Hin und wieder, wenn sie ihn zu sehr störten, machte Merkenson ein Geräusch, um sie zu erschrecken. Er schlug mit der Hand auf den Tisch oder gab ein heftiges Hüsch von sich, sodass sie sofort in ihre Löcher flohen. Und so zog sich der frühe Teil der Nacht hin. Und trotz des Lärms versank Merkenson mehr und mehr in seiner Arbeit. Auf einmal, wie am Vorabend, wurde er von einem plötzlichen Anfall der Stille überrascht. Es gab nicht das leiseste Geräusch von Knirschen, Kratzen oder Quietschen. Es herrschte Grabesstille. Er erinnerte sich an das seltsame Ereignis der vergangenen Nacht und blickte instinktiv auf den Stuhl, der in der Nähe des Kamins stand. Und dann durchfuhr ihn ein sehr seltsames Gefühl. Dort auf dem großen Stuhl mit der hohlen, aus Eiche geschnitzten Rückenlehne, neben dem Kamin, saß dieselbe riesige Ratte, die ihn mit unheilvollen Augen beständig anstarrte. Instinktiv nahm er das nächste in seine Hand, ein Buch der Logarithmen, und schleuderte es hinüber. Das Buch war schlecht gezählt, die Ratte rührte sich nicht, sodass sich die Vorstellung vom Vorabend wiederholte. Wieder flüchtete die Ratte, die knapp verfehlt wurde, den Strick der Alarmglocke hinauf. Seltsamerweise folgte auf das Verschwinden der Ratte sofort die Entflammung des Lärms der allgemeinen Rattengemeinschaft. Auch bei dieser Gelegenheit konnte Markimson nicht sehen, in welchem Teil des Raums die Ratte verschwand, denn der grüne Schirm seiner Lampe ließ den oberen Teil des Raums im Dunkeln. Das Feuer war bereits tief heruntergebrannt. Als er auf seine Uhr schaute, stellte er fest, dass es kurz vor Mitternacht war, und ohne es zu bedauern, unterbrochen worden zu sein, schürte er das Feuer nach und machte sich seinen nächtlichen Pott Tee. Er hatte bisher gute Arbeit geleistet und dachte, er habe sich eine Zigarette durchaus verdient. Und so setzte er sich auf den großen Eichenstuhl vor dem Feuer und genoss sie. Während des Rauchens begann er zu denken, dass er gerne wüsste, wohin die Ratte verschwunden war, denn er hatte für den morgigen Tag bestimmte Ideen, die in gewisser Weise mit einer Rattenfalle zu tun hatten. Dementsprechend zündete er eine weitere Lampe an und platzierte sie so, dass sie die rechte Ecke der Wand am Kamin gut ausleuchten konnte. Dann nahm er alle Bücher, die er bei sich hatte, und legte sie griffbereit, um sie auf das Ungeziefer zu werfen. Schließlich hob er das Seil der Alarmglocke an und legte das Ende unter die Lampe auf den Tisch, um es zu fixieren. Während er damit hantierte, kam er nicht umhin zu bemerken, wie biegsam es war, besonders bei einem so stabilen Seil, das nicht in Gebrauch war. Damit könnte man einen Mann aufhängen, dachte er bei sich. Als seine Vorbereitungen getroffen waren, schaute er sich um und sagte selbstgefällig. So, mein Freund, ich denke, diesmal werde ich etwas mehr über dich herausfinden. Er nahm seine Arbeit wieder auf. Und obwohl er, wie schon zuvor, anfangs durch den Lärm der Ratten etwas gestört war, verlor er sich bald in seinen Leersätzen und Problemen. Wieder wurde er plötzlich in die Gegenwart gerufen. Diesmal war es nicht nur die plötzliche Stille, die seine Aufmerksamkeit erregte. Es gab eine leichte Bewegung des Seils, und die Lampe bewegte sich. Ohne sich zu bewegen, schaute er, ob sein Stapel Bücher in Reichweite war, und warf dann einen Blick entlang des Seils. Während er schaute, bemerkte er, dass sich die große Ratte vom Seil auf den Eichenstuhl fallen ließ. Da saß und ihn wieder anstarrte. Er nahm ein Buch in seine rechte Hand und peilte vorsichtig sein Ziel an und schleuderte es auf die Ratte. Letztere sprang mit einer schnellen Bewegung zur Seite und wich dem Geschoss aus. Dann nahm er ein zweites und ein drittes Buch und schleuderte sie nacheinander auf die Ratte, aber jedes Mal ohne Erfolg. Als er schließlich mit einem Buch in der Hand dastand, das er werfen wollte, quietschte die Ratte und schien Angst zu haben. Dies weckte Markumsons Eifer zuzuschlagen, und das Buch flog und versetzte der Ratte einen schallenden Schlag. Sie gab ein erschrockenes Quietschen von sich, warf ihrem Verfolger einen Blick von schrecklicher Bösartigkeit zu, lief die Stuhllehne hoch und machte einen großen Sprung auf das Seil der Alarmglocke und rannte wie der Blitz daran hoch. Die Lampe schaukelte unter der plötzlichen Belastung, aber sie war schwer und stürzte nicht um. Markumson behielt die Ratte im Blick und sah, wie sie im Schein der zweiten Lampe zu einer Leiste der Wandvertäfelung sprang und durch ein Loch in einem der großen Bilder verschwand, die an der Wand hingen, verdeckt und unsichtbar durch ihre Beschichtung aus Schmutz und Staub. Ich sollte morgen einen Blick in die Unterkunft meines Freundes werfen, sagte der Student, als er hinüber ging, um seine Bücher aufzusammeln. Das dritte Bild neben dem Kamin, das werde ich nicht vergessen. Er nahm die Bücher eins nach dem anderen auf und kommentierte sie, während er sie hochhob. Die Kegelschnitte haben sie nicht gestört. Auch die Zykloidenschwingungen und der Prinzip ja Mathematiker nicht. Weder Quatsanionen noch Thermodynamik. Aber nun zu dem Buch, das das Vieh anwischte. Markumson nahm es auf und schaute es sich an. Als er das tat, überfiel eine plötzliche Blässe sein Gesicht. Er sah sich unruhig um und zitterte leicht, als er vor sich hin mormelte. Die Bibel, die mir meine Mutter gegeben hat. Was für ein seltsamer Zufall. Er setzte sich wieder an die Arbeit. Und die Ratten hinter der Vertäfelung brachen erneut in ihre Tollerei aus. Sie störten ihn jedoch nicht. Irgendwie vermittelte ihre Abwesenheit ihm ein Gefühl der Kameradschaft. Aber er konnte sich nicht um seine Arbeit kümmern. Und nachdem er sich bemüht hatte, das Thema, mit dem er sich beschäftigte, zu meistern, gab er in seiner Verzweiflung auf und ging zu Bett, als die erste Morgenröte durch das Ostfenster hereinschien. Er schlief tief, aber unruhig und träumte viel. Und als Mrs. Dempster ihn an späten Vormittag weckte, schien er sich unwohl zu fühlen und für einige Minuten schien er nicht genau zu wissen, wo er sich befand. Seine erste Bitte überraschte die Dame etwas. Mrs. Dempster, wenn ich heute draußen bin, könnten Sie sich einen Scheme besorgen und den Staub und Dreck von diesen Bildern waschen? Vor allem das eine, das dritte vom Kamin aus. Ich möchte wissen, was darauf zu sehen ist. Am späten Nachmittag studierte Mackensen seine Bücher an seinem schattigen Platz. Die Fröhlichkeit des Vortages kehrte zu ihm zurück, als der Tag voranschritt und er stellte fest, dass er mit seiner Lektüre gut vorankam. Er hatte alle Probleme, die ihn bis dahin verblüfft hatten, zu einem zufriedenstellenden Abschluss gebracht. Und in diesem Zustand der Freude stattete er Mrs. Whittam im The Good Traveller einen Besuch ab. Er fand einen Fremden im gemütlichen Wohnzimmer mit ihr vor, der ihm als Dr. Thornhill vorgestellt wurde. Ihr war nicht ganz wohl bezüglich der neuerlichen Umstände und dies, kombiniert mit den zahlreichen Fragen, die der Arzt ihm stellte, ließ Mackensen zu dem Schluss kommen, dass seine Anwesenheit kein Zufall war. Und ohne Umschweife sagte er, Dr. Thornhill, ich werde Ihnen gerne jede Frage beantworten, die Sie mir stellen wollen. Wenn Sie mir zuerst eine Frage beantworten. Der Arzt schien überrascht, aber er lächelte und antwortete sofort. Einverstanden. Was wollen Sie wissen? Hat Mrs. Whittam Sie gebeten, hierher zu kommen, um mich zu sehen und zu beraten? Dr. Thornhill war für einen Moment erstaunt. Und Mrs. Whittam wurde feuerrot und wandte sich ab. Aber der Arzt war ein bereitwilliger und ehrlicher Mann und er antwortete sofort und offen. Das hat sie, aber sie wollte nicht, dass sie es erfahren. Ich nehme an, es war meine ungeschickte Eile, die sie misstrauisch machte. Sie sagte mir, dass sie den Gedanken nicht mochte, dass sie ganz allein in diesem Haus waren und dass sie dachte, sie hätten zu viel starken Tee getrunken. In der Tat möchte sie, dass ich ihnen rate, wenn möglich, auf den Tee und die sehr späten Arbeitsstunden zu verzichten. Ich war zu meiner Zeit ein eifriger Student, daher glaube ich mir die Freiheit eines gelehrten Mannes, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, ihnen ein paar Ratschläge zu erteilen. Markimson hielt ihm mit einem strahlenden Lächeln seine Hand entgegen. Schlagen sie ein. Oder wie sie in Amerika sagen. Ich muss ihnen und Mrs. Whittam für ihre Fürsorglichkeit danken und ihre Freundlichkeit verdient eine Gegenleistung meinerseits. Ich verspreche, keinen starken Tee mehr zu mir zu nehmen. Überhaupt keinen Tee mehr, bis sie es mir wieder gestatten. Und ich werde heute Abend spätestens um ein Uhr zu Bett gehen. Wird das genügen? Großartig. Jetzt berichten Sie uns bitte alles, was Sie im alten Haus erlebt haben. Und so erzählte Markimson minutiös und detailliert alles, was in den letzten beiden Nächten geschehen war. Ab und zu wurde er durch einen Ausruf von Mrs. Whittam unterbrochen, bis er schließlich von dem Geschehenes mit der Bibel erzählte und sich die aufgestauten Emotionen der Vermieterin in einem Schrei entbluten. Erst als sie ein volles Glas Schnaps mit Wasser verabreicht worden war, konnte sie sich beruhigen. Dr. Thornhill hörte mit einem Gesicht wachsender Entgleisung zu. Und als die Erzählung vollständig und Mrs. Whittam etwas weniger aufgeregt war, fragte er, Die Ratte ging immer den Strick der Alarmglocke hinauf? Immer. Ich nehme an, Sie wissen, sagte der Arzt nach einer Pause, Was dies für ein Strick ist. Nein. Es ist genau der Strick, welches der Henker für alle Opfer des Richters Groll benutzte. Hier wurde er durch einen weiteren Schrei von Mrs. Whittam unterbrochen und es mussten weitere Schritte zu ihrer Beruhigung unternommen werden. Nachdem Markimson auf seine Uhr geschaut und festgestellt hatte, dass seine Essenszeit kurz bevor stand, war er vor ihrer vollständigen Genesung nach Hause gegangen. Als Mrs. Whittam wieder sie selbst war, attackierte sie den Arzt mit wütenden Fragen, was er sehr beabsichtigte, dem armen jungen Mann solch schreckliche Ideen in den Kopf zu setzen. Er hat schon genug, was ihm im Kopf umhergeht. Meine liebe Dame, ich hatte damit eine klare Absicht. Ich wollte seine Aufmerksamkeit auf den Glockenstrang lenken und das Problem lösen. Es kann sein, dass er sich in einem stark überreizten Zustand befindet und zu viel studiert hat, obwohl ich sagen muss, dass er ein junger Mann ist, der geistig und körperlich in bester Verfassung zu sein scheint. Aber dann die Raten und diese Idee des Teufels. Der Arzt schüttelte den Kopf und fuhr fort. Ich hätte angeboten, die erste Nacht bei ihm zu bleiben, aber ich war mir sicher, dass das Beleidigend für ihn gewesen wäre. Vielleicht bekommt er in der Nacht seltsame Angst oder Halluzinationen und wenn er das tut, möchte ich, dass er dieses Seil zieht. Ganz allein, so wie er ist, wird uns das eine Warnung sein und wir können ihn rechtzeitig erreichen, um ihm beizustehen. Ich werde heute lange wach bleiben und meine Ohren offen halten. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Benchurch vor dem Morgen eine Überraschung erlebt. Doktor, was meinen Sie? Was hat das zu bedeuten? Ich meine, dass wir vielleicht, nein wahrscheinlich, bis zum Abend eine große Alarmglocke aus dem Haus des Richters hören werden. Als Macamson nach Hause kam, stellte er fest, dass es etwas nach seiner üblichen Zeit war und Mrs. Dempster bereits gegangen war. Die Regeln von Greenhouse Charity waren schließlich nicht zu vernachlässigen. Er war froh zu sehen, dass der Platz hell, ordentlich, mit einem gemütlichen Feuer und einer gut ausgerichteten Lampe auf ihn wartete. Der Abend war kälter, als man es für April hätte erwarten können und ein heftiger Wind wehte mit so zunehmender Kraft, dass die Nacht mit Sicherheit in einem Sturm enden würde. Für einige Minuten nach seinem Eintreffen verstummte der Lärm der Ratten, aber sobald sie sich an seine Anwesenheit gewöhnt hatten, begannen sie wieder. Er freute sich, sie zu hören, denn er spürte durch ihren Lärm erneut das Gefühl der Kameradschaft. Sein Verstand kehrte zu der seltsamen Tatsache zurück, dass er sie nur so lange hörte, bis die andere, die große Ratte mit den stechenden Augen, erschien. Nur die Leselampe brannte und erleuchtete den Raum, sodass nur die Decke und der obere Teil des Raumes im Dunkeln blieb. Das heitere Licht aus dem Kamin, das sich über dem Boden ausbreitete und auf das weiße Tuch schien, das über das Ende des Tisches gelegt wurde, war warm und gemütlich. Murcumson setzte sich mit gutem Appetit und lebhaften Geist an sein Abendessen. Nach dem Abendessen und einer Zigarette setzte er sich an die Arbeit, entschlossen, sich vor nichts stören zu lassen. Er erinnerte sich an sein Versprechen an den Arzt und beschloss, das Beste aus der ihm zur Verfügung stehenden Zeit zu machen. Etwa eine Stunde lang arbeitete er gut und dann begann seine Gedanken von seinen Büchern abzuschweifen. Die tatsächlichen Umstände um ihn herum, die Aufrufe um seine körperliche Aufmerksamkeit und seine nervöse Anfälligkeit waren nicht zu löcknen. Zu diesem Zeitpunkt war der Wind zu einem Sturm geworden und der Sturm zu einem Unwetter. Das alte Haus, so solide es auch war, schien, bis in seine Grundfesten zu erzittern und der Sturm brüllte und tobte durch seine vielen Schornsteine, seine seltsamen alten Giebel und erzeugte eigenartige, unirdische Geräusche in den leeren Räumen und Fluchen. Selbst die große Alarmglocke auf dem Dach muss die Kraft des Windes gespürt haben, denn das Seil hob und senkte sich leicht, als würde die Glocke von Zeit zu Zeit ein wenig bewegt werden und das schlaffe Seil fiel mit einem hohlen Klang auf den Eichenboden. Als Mackensen ihm zuhörte, dachte er an die Worte des Arztes. Es ist der Strick, welcher der Henker für alle Opfer des Richters Groll benutzte. Und er ging an die Ecke des Kamins und nahm es in die Hand, um es zu betrachten. Es schien eine Art tödliches Interesse daran zu geben und als er dort stand, verlor er sich für einen Moment in Spekulationen darüber, wer diese Opfer waren und dem grimmigen Wunsch des Richters, ein so schreckliches Relikt immer vor seinen Augen zu haben. Als er dort stand, hob das Schwanken der Glocke auf dem Dach immer noch hin und wieder den Strick an. Aber in diesem Augenblick kam ein neues Gefühl hinzu, eine Art zitterndes Seils, als ob sich etwas an ihm entlang bewegte. Als Mackensen instinktiv aufblickte, sah er, wie die große Ratte langsam auf ihn zukam und ihn stetig anstarrte. Er ließ das Seil fallen und wich mit einem Murmeln in Flucht zurück und die Ratte machte Kert und verschwand. Im selben Augenblick wurde Mackensen bewusst, dass der Lärm der Ratten, der für eine Weile verstummt war, wieder begann. All dies machte ihn nachdenklich und ihm fiel auf, dass er weder das Versteck der Ratte untersucht noch die Bilder betrachtet hatte, wie er es beabsichtigt hatte. Er zündete die andere Lampe an, hielt sie hoch und stand vor dem dritten Bild vom Kamin aus auf der rechten Seite, wo er in der Nacht zuvor die Ratte verschwinden sehen hatte. Nach dem ersten Blick taumete er zurück, ließ beinahe die Lampe fallen und eine toten Blässe überzog sein Gesicht. Seine Knie gaben nach, kalte Schweißtropfen kamen auf seine Stirn und er zitterte wie es im Laub. Aber er war jung und mutig und riss sich zusammen und nach einer Pause von einigen Sekunden trat er wieder nach vorne, hob die Lampe an und betrachtete das Bild, das abgestaubt und gewaschen worden war und nun deutlich zu erkennen. Es war der Richter in seinem scharlachroten Gewand aus Hermelin. Sein Gesicht war hart und gnadenlos, böse, listig und rachsüchtig, mit einem sinnlichen Mund und einer Hakennase von rötlicher Farbe, geformt wie der Schnabel eines Greifvogels. Der Rest des Gesichts war von einer leichenhaften Farbe. Die Augen waren von eigentümlicher Brillanz und mit einem furchtbar bösartigen Ausdruck. Als er es ansah, wurde Markamson kalt, denn er sah dort das genaue Gegenstück zu den Augen der großen Ratte. Die Lampe fiel ihm fast aus der Hand, als er die Ratte mit ihren bösartigen Augen sah, die durch das Loch in der Ecke des Bildes herausscheute und bemerkte die plötzliche Stelle der anderen Ratten. Er beherrschte sich jedoch und setzte seine Untersuchung des Bildes fort. Der Richter saß in einem großen Stuhl mit einer hohen, aus Eiche geschnitzten Rückenlehne, rechts von einem großen Steinkamin. In der Ecke hing ein Seil von der Decke herunter, dessen Ende zusammengerollt auf dem Boden lag. Mit einem Gefühl des Entsetzens erkannte Markamson den Raum, in dem er sich befand. Er blickte ehrfürchtig um sich herum, als erwarte er eine grausame Präsenz hinter sich zu finden. Dann blickte er hinüber zur Ecke des Kamins und mit einem lauten Schrei fiel die Lampe aus seiner Hand. Dort im Sessel des Richters, mit dem dahinter hängenden Seil, saß die Ratte mit den unheilvollen Augen des Richters, nun mit einem noch teuflischeren Blick. Bis auf das Heulen des Sturms herrschte Stille. Die gefallene Lampe riss Markamson aus seiner Starre. Glücklicherweise war diese aus Metall und so wurde das Öl nicht verschüttet. Doch die Notwendigkeit, sich darum zu kümmern, löste sofort Nervosität in ihm aus. Als er sie gelöscht hatte, wischte er sich die Stirn und dachte einen Moment nach. Das kann alles nicht wahr sein, sagte er zu sich selbst. Wenn ich so weitermache, werde ich zu einem verrückten Narren. Das muss aufhören. Ich versprach dem Arzt, keinen Tee zu trinken. Er hatte recht. Meine Nerven müssen in einen strapazierten Zustand geraten sein. Seltsam, denn ich habe es nicht bemerkt. Ich habe mich nie in meinem Leben besser gefühlt. Aber jetzt ist alles in Ordnung und ich werde nie wieder so ein Narr sein. Dann mischte er sich ein Glas Schnaps mit Wasser und setzte sich entschlossen an seine Arbeit. Es war fast eine Stunde später, als er von seinem Buch aufblickte, beunruhigt von der plötzlichen Stille. Draußen heulte und brüllte der Wind lauter denn je und der Regen lief in Ströme in die Fenster herab und schlug wie Hagel auf das Glas. Doch im Innern gab es kein Geräusch, außer dem Echo des Windes, der im großen Schornstein brüllte und hin und wieder zischte es, wenn ein paar Regentropfen ihren Weg den Schornstein hinunter zum Feuer fanden. Das Feuer war untergebrannt und fast erloschen, obwohl es noch einen roten Schein warf. Merkümsen hörte aufmerksam zu und hörte ein dünnes, quietschendes Geräusch, allerdings sehr schwach. Es kam aus der Ecke des Raumes, in der das Seil herunterhing, und er dachte, es sei das Schaben des Seils auf dem Boden, welches sich mit dem Schwanken der Glocke hob und singte. Als er jedoch aufblickte, sah er im gedämpften Licht die große Ratte, die sich an das Seil klammerte und daran nagte. Das Seil war bereits fast durchgenagt. Er konnte die hellere Farbe sehen, wo die Stränge freigelegt wurden. Als er hinsah, war die Arbeit abgeschlossen, und das abgetrennte Ende des Seils fiel klappernd auf den Eichenboten. Während die große Ratte einen Augenblick lang wie ein Knopf oder eine Quaste am Ende des Seils blieb, die nun begann, hin und her zu schwingen. Merkinson verspürte für einen Moment eine weitere Welle des Schreckens, als er glaubte, dass nun die Möglichkeit, die Außenwelt zur Hilfe zu rufen, abgeschnitten sei. Aber an dessen Stelle trat eine heftige Wut, und er ergriff das Buch, das er gerade las, und schleuderte es auf die Ratte. Der Wurf war gut gezielt. Aber bevor das Buch sie erreichen konnte, sprang die Ratte ab und schlug mit einem sanften Knall auf den Boden. Merkinson stürzte sofort auf sie zu, aber sie flitzte davon und verschwand in der Dunkelheit der Schatten des Raumes. Merkinson spürte, dass seine Arbeit für die Nacht vorbei war, und beschloss dann und dort, die Monotonie des Studierens durch eine Jagd auf die Ratte zu variieren, und nahm den grünen Schirm der Lampe ab, um einen breiteren Lichtschein zur Verfügung zu haben. Auf diese Weise wurde die Düsternis des oberen Teils des Raumes erhellt, und in der neuen Lichtflut hoben sich die Bilder an der Wand kühn ab. Von dort, wo er stand, sah Merkinson genau gegenüber von ihm das dritte Bild von rechts des Kamins an der Wand. Er rieb sich überrascht die Augen, und dann überkam ihn eine große Furcht. In der Mitte des Bildes war ein großer, unregelmäßiger Fleck brauner Leinwand, so frisch wie damals, als sie auf den Rahmen gespannt wurde. Der Hintergrund war wie zuvor, mit Stuhl und Schornsteinecke und Seil, aber die Abbildung des Richters war verschwunden. Merkinson war fast starr vor Entsetzen, drehte sich langsam um und begann dann zu beben und zu zittern wie ein Mann mit Lähmung. Seine Kraft schien ihn zu verlassen, und er war unfähig zu handeln, sich zu bewegen oder gar zu denken. Er konnte nur sehen und hören. Dort saß der Richter in seinem scharlachroten Gewand aus Hermelin, in dem großen Stuhl mit dem hohen, aus Eiche geschnitzten Rückenlehne, mit seinen unheilvollen Augen, die rachsüchtig funkelten, und einem triumphalen Lächeln auf dem entschlossenen, grausamen Mund, während er mit seinen Händen eine schwarze Kappe hob. Merkinson fühlte sich, als würde das Blut aus seinen Herzen fließen, wie es in Momenten anhaltende Spannung geschieht. In seinen Ohren erklang eine Melodie. Draußen konnte er das Tosen und Heulen des Sturms hören, und durch ihn hindurch vom Wind getragen kam der Schlag des Mitternachts des großen Glockenspiels vom Marktplatz. Er stand für eine Zeitspanne, die ihm endlos lang erschien, still wie eine Statue und mit weit geöffneten, von Entsetzen gezeichneten Augen atemlos dar. Mit jedem Schlag der Uhr verstärkte sich das triumphale Lächeln auf dem Gesicht des Richters, und beim letzten Schlag um Mitternacht setzte er sich die schwarze Kappe auf den Kopf. Langsam und bedächtig erhob sich der Richter von seinem Stuhl und nahm das auf dem Boden liegende Stück Seil der Alarmglocke, zog es durch seine Hände, als ob er dessen Berührung genoss, und begann dann, ein Ende davon zu verknoten und zu einer Schlinge zu formen. Diese zog er fest und testete sie mit dem Fuß, zog kräftig daran, bis er zufrieden war, und hielt sie dann in der Hand. Dann begann er sich von der gegenüberliegenden Seite des Tisches auf Markamson zuzubewegen, wobei er ihn im Auge behielt, bis er an ihm vorbeigegangen war. Dann stand er mit einer schnellen Bewegung vor der Tür. Markamson begann zu ahnen, dass er gefangen war, und versuchte zu überlegen, was er tun sollte. Es lag eine gewisse Faszination in den Augen des Richters, die stetig auf ihm lagen. Er sah, wie sich der Richter näherte, immer noch zwischen ihm und der Tür, und die Schlinge anhob und sie ihm zuwarf, als wolle er ihn einfangen. Mit großer Anstrengung machte er eine schnelle Bewegung zur Seite, sah das Seil neben sich fallen und hörte, wie es auf den Eichenboden schlug. Wieder hob der Richter die Schlinge und versuchte ihn zu erwischen, wobei er seine unheilvollen Augen stets auf ihn gerichtet hielt, und jedes Mal gelang es dem Studenten durch eine gewaltige Anstrengung, sich ihr zu entziehen. So ging dies viele Male weiter, und der Richter schien nie entmutigt oder zermürbt durch einen Misserfolg. Er spielte mit ihm wie eine Katze mit einer Maus. Am Höhepunkt seiner Verzweiflung warf Markamson einen kurzen Blick um sich. Die Lampe schien aufgeflammt zu sein, und der Raum war gut ausgeleuchtet. Aus den vielen Rattenlöchern, den Verzierungen und Winkeln der Täfelung sah er die Augen der Ratten. Und dieser Aspekt, der rein physisch war, gab ihn einen Schimmer des Trostes. Er schaute sich um und sah, dass das Seil der großen Alarmglocke mit Ratten beladen war. Jeder Zentimeter davon war mit ihnen bedeckt, und immer mehr strömten durch das kleine kreisförmige Loch in der Decke, aus dem sie auftauchten, sodass die Glocke durch ihr zunehmendes Gewicht zu schwanken begann. Bing! Sie hatte geschwankt, bis der Klöppel die Glocke berührt hatte. Der Klang war nur ein winziger, aber die Glocke begann gerade erst zu schwanken, und sie würde lauter werden. Der Richter, der seine Augen aufmerkendsten gerichtet hatte, blickte auf, und ein finsterer Ausdruck teuflischer Wut überzog sein Gesicht. Seine Augen glühten wie heiße Kohlen, und er stampfte mit dem Fuß auf, dass das gesamte Haus zu erzittern schien. Ein furchtbarer Donnerschlag brach über ihm los, als er das Seil wieder anhob, während die Ratten am Seil auf- und abliefen, als arbeiteten sie gegen die Zeit. Diesmal warf er den Strick nicht, sondern näherte sich seinem Opfer und hielt die Schlinge offen. Während er näher kam, schien etwas Lähmendes in seiner Gegenwart zu liegen, und Merkums dann stand starr wie ein Leichnerf. Er spürte, wie die eisigen Finger des Richters seine Kehle berührten, als er das Seil um seinen Hals legte. Die Schlinge straffte sich, spannte sich. Dann trug der Richter die starre Gestalt des Studenten in seinem Arm hinüber und setzte ihn auf den Eichenstuhl, trat neben ihn, hob seine Hand und ergriff das schwingende Seil der Alarmglocke. Als er seine Hand hob, flohen die Ratten quietschend und verschwanden durch das Loch in der Decke. Er nahm das Ende der Schlinge, die um Merkums in den Hals gelegt war, band sie an das Seil der Alarmglocke und trat dann den Stuhl weg. Als die Alarmglocke des Richtershauses zu läuten begann, versammelte sich bald eine Menschenmenge. Lichter und Fackel in verschiedenster Art erschienen, und bald eilte eine schweigsame Menge zum Ort des Geschehens. Sie klopften laut an die Tür, aber es kam keine Antwort. Dann stürmten sie durch die Tür und strömten in den großen Speisesaal, der Arzt an der Spitze vorangehend. Dort hing, am Ende des Seils, der großen Alarmglocke der Körper des Studenten. Und auf dem Gesicht des Richters im Bild war ein bösartiges Lächeln zu erkennen. Tag 1 Ich möchte damit beginnen, klarzustellen, dass ich es nicht geplant hatte, hierher zu kommen. Meine Neigung zum Spielen hat mich hierher hineingeraten. Äh, bevor ich zu weit vorgreife, lass es mich ausführlich erklären. Zu Silvester waren mein Kumpel und ich ziemlich betrunken. Und er erzählte mir von Aokigahara, besser bekannt als der Selbstmordwald in Japan. Er erzählte mir die Horrorgeschichten über die Todesfälle, die erhängten und... Äh, ich dachte, dass er nur scheiße redet. Als ich ihm das so gesagt habe, wettete er mit mir um 600 Dollar, dass ich es keinen Monat in diesem Wald aushalten würde. Tja, trotz besseren Wissen stimmte ich zu und nahm den nächsten Flug nach Japan. Mir wurde auch gesagt, dass ich die ganze Zeit über ein Videotagebuch führen sollte. Er machte es auch sehr deutlich, dass er für jeden Tag einen Eintrag haben wollte. Seine exakten Worte waren... Ich will es ihm ja nicht sagen, aber wenn nichts Interessantes passiert, bekommt er auch keinen Eintrag. Außerdem war der Deal nur, dass ich einen Monat dort verbringe. Tja, jedenfalls packte ich zusammen mit der Kamera und einem Monatsvorrat an Wasser- und Essensdosen ein. Und auch meine restlichen Campingausrüstung. Es wird viel zu tragen sein, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Wald 14 Meilen lang ist. Aber nun ja, ich bin selbst schuld dran. Es gibt überall in diesem Wald Schilder. Manche sind wie erwartet auf Japanisch, andere auf Englisch. Auf jedem steht etwas anderes. Aber viele zeigen die Aufschrift, think about your family. Das hinterlässt in meinem Bauch ein recht unangenehmes Gefühl. Doch, ich gehe nur daran vorbei und versuche sie zu ignorieren. Es gibt überraschend viele Menschen hier. Obwohl das hier ein ziemlich deprimierender Ort ist, scheint es eine gut besuchte Touristenattraktion zu sein. Bis jetzt bin ich nur eine Male hineingewandert, aber ich werde versuchen, noch ungefähr zwei Meilen zu schaffen, bevor die Sonne untergeht. Bis dahin hätte ich gern mein Zelt aufgestellt. So, letzter Eintrag vor dem Schlafen gehen. Ich habe es knapp geschafft, mein Zelt aufzustellen, bevor die Sonne den Horizont verlassen hat. Als ich mich hineinsetzte und eine Dose Bohnen aß, kam mein Mann auf mein Zelt zu. Ich hatte keine Ahnung, wer er war, doch er schien ziemlich besorgt, um mich zu sein. Er konnte nur ganz wenig Englisch und versuchte sein Bestes mit mir über den Wald zu erzählen, doch letztendlich gab er auf. Alles, was er wirklich sagen konnte, was nicht nach absolutem Wirrwärklang war, Wald ist böse, du kommst rein, aber niemals raus. Ja, das war genau das, was ich hören wollte. Tag 2 Letzte Nacht habe ich recht gut geschlafen. Seltsamerweise ist der Wald ziemlich ruhig, sobald die Sterne rauskommen. Es gibt keine Vögel, die herumschwören, keine zirkenen Grillen, nur reine Stille. Das einzige Geräusch war dieser leise Ton, den du hörst, wenn es kein Geräusch gibt. Anscheinend kommt es daher, dass dein Gehirn kompensiert, dass man nichts hört oder so. Nachdem ich eine Zeit lang vor dem Zelt gesessen hatte, begann ich zu verstehen, warum die Menschen diesen Ort so unheimlich finden. Er hat eine eigenartige Atmosphäre. Das ist schwer zu beschreiben und ich habe keine Zeit dafür. Ich werde weiter erzählen, wenn etwas Interessantes passiert. Nach dem Frühstück packte ich alles zusammen und machte mich auf zu einer weiteren Wanderung. Etwa eine Meile von meinem ursprünglichen Campingplatz entfernt, traf ich auf einen Einheimischen, der auch Englisch sprechen konnte. Wir tauschten unsere Namen aus und begannen ein Gespräch. Zuerst nur Smalltalk. Dann fragte ich ihn, warum er so gut Englisch sprechen konnte. Er erzählte mir, dass er sechs Jahre in Amerika studiert hatte, bevor er zu seiner Familie nach Japan zurückgekehrt war. Unsere Konversation wurde immer tiefgründiger und er erzählte mir, dass er nur drei Meilen von Aokigahara entfernt aufgewachsen war und einiges darüber erzählen konnte. So berichtete er davon, dass es seit ca. 1988 durchschnittlich 100 Suizide pro Jahr gab. Danach meinte er, dass er nach Hause müsse. Bevor er verschwand, fragte ich ihn noch, warum er überhaupt im Wald war. Seine Antwort ließ mich erschaudern. Seine Stimme wurde monoton, als er sagte, um ihm meinen Respekt zu erweisen natürlich. Als ich sagte, ich kehrte zu meiner Familie zurück, meinte ich, dass sie sich hier in diesem Wald befindet. Ich starrte ihn fassungslos an und versuchte, die richtigen Worte zu finden. Bevor ich hier etwas herausstammeln konnte, hat er schon den halben Weg zum Ausgang hinter sich gebracht. Tja, ich bemitleide den Mann. Ich meine, dieser Wald hat ihm seine Familie genommen. Warte, was sagte ich gerade? All die Horrorgeschichten über diesen Ort steigen mir langsam zu Kopf. Tag 5 Okay, die letzten Tage habe ich nachgelassen mit dem Aufnehmen. Aber was soll's, es ist ja nicht so, als ob mein Kumpel sich diese Scheiße jemals anschauen würde. Ich zweifle daran, dass es jemals jemand tun wird. Es ist schon einige Tage her, dass ich diesen Einheimischen getroffen habe, über den ich vor kurzem noch erzählt habe. Doch ich wünsche mir richtig, dass er wiederkommt. Es kratzt mich an, hier draußen allein zu sein, ohne jemand zum Reden. Die einzelnen Leute, die hier sind, sprechen entweder nicht meine Sprache oder sie sprechen überhaupt nicht mehr mit mir. Ich denke, du weißt, was ich damit meine. Nenn mich morbide, doch. Obwohl dieser Ort todlangweilig ist, ist er ziemlich entspannend. Es ist wirklich schwer aufzunehmen, während man sich zur selben Zeit übergeben will. Doch ich versuche mein Bestes, da es niemand glauben wird, wenn ich es nicht aufgenommen habe. Der Typ, mit dem ich vor einigen Tagen gesprochen habe, der, der ihn Respekt erweisen will, ist wieder im Wald aufgetaucht. Aber das ist nicht der unglaubhafte Teil dieser Geschichte. Lass mich erklären. Ich trug all meine Sachen auf meinem Rücken und machte mich auf den Weg tiefer in den Wald hinein. Als ich mich umdrehte, um einen Blick auf einen nahegelegenen Bach zu werfen, spürte ich eine leichte Berührung auf meiner Wange. Ich drehte mich schnell um und schlug dem entgegen, da ich dachte, dass es eine Spinne oder so war. Doch als ich bemerkte, wogegen ich eigentlich schlug, wünschte ich, es wäre eine Spinne gewesen. Mitten in der Luft hingen Tennis-Schuhe, die immer noch an Füßen dran waren. Seine Tennis-Schuhe. Ich habe mich übergeben und weinte. Ich weiß nicht, warum ich weinte. Ich hatte gerade einmal 20 Minuten mit diesem Mann gesprochen. Ich hatte keine emotionale Verbindung zu ihm. Doch war meine körperliche Reaktion so, als ob ich gerade meine Mutter verloren hätte. Ich habe getan, was ich konnte, um das Brennen meines Magenenthalts in meinem Hals wegzubekommen. Doch es hilft nichts. Ich habe beschlossen, weiter zu wandern und zu versuchen, bis zum Futschi zu kommen. Ich habe gehört, dass es die Wanderung wert ist. Andererseits weiß ich nicht, was ich mit dem Rest meiner Zeit anfangen soll, wenn ich ihn erreicht habe. Ich werde vielleicht einfach dort bleiben und nicht noch einmal zurückgehen, um diesen Anblick ertragen zu müssen. Ich hatte das Glück, den Mann zu treffen, der ein- bis zweimal die Woche den Wald inspizieren muss. Naja, er muss es eigentlich nicht. Er hat sich dazu entschlossen. Er kam zu meinem Zelt, so um 19 Uhr, und schaute hinein. Er hatte Glück, dass ich gerade nicht dabei war, mich umzuziehen oder so. Ich war trotzdem ziemlich überrascht. Er war sehr alt und sein Gesicht schien immer faltiger zu werden, während er sprach. Schön, jemanden zu sehen, der er noch nicht aufgegeben hat. Sein Englisch war perfekt und ich war davon ziemlich überrascht. Er wollte schon aufbrechen, doch ich hielt ihn auf. Sir, rief ich ihm nach. Sir, kommen Sie zurück. Ich hörte, wie sich seine Schritte dem Zelt wie er näherten. Ja, junger Frau. Seine Stimme war weich und hatte einen leichten Pfeifton. Was haben Sie gemeint mit aufgeben? Hab ich ihn gefragt, unsicher, ob ich eine Antwort überhaupt hören wollte. Er hat nur die Stirn gerunzelt und seinen Blick auf den Boden gesenkt. Dieser Wald hier hat so viele Tote gesehen wie ein Schlachtfeld. Ich suche hier Tag und Nacht und versuche die Leichen aufzulesen. Ich versuche auch einige zu retten. Seine Worte haben mich richtig getroffen und an meinem Herz gezerrt. Konnten Sie jemals jemanden retten? Hab ich gefragt. Und wieder hab ich Unbehagen in meiner Stimme gespürt. Mein Gefühl schrie Nein, doch meine morbide Neugier zerwarf diesen Gedanken. Er kam nun in mein Zelt hinein und betrachtete mich mit einem strengen Blick. Wenn ein Mann die Leichen unschuldiger Menschen einsammelt, denen er manchmal davor schon auf der Straße begegnet ist, fängt er an, anders zu denken. Wenn ein Körper nur noch ein Teil einer Statistik ist, kann man sich nur noch schwer an die Hoffnung klammern. Ich würde gerne sagen, dass die Menschen, mit denen ich spreche, ihre Entscheidung überdenken. Doch gleichzeitig kann ich mich nicht selbst belügen oder mich einen Helden nennen. Ich habe mit ihnen diskutiert, bis mein Gesicht rot anlief und war mir sicher, dass ich ihnen den Sinn ihres Lebens vor Augen führen konnte. Und trotzdem fand ich sie am nächsten Tag erhängt in diesem verdammten Wald. Ich denke, das ist die beste Antwort, die ich ihnen geben kann. Ich besitze diese Gabe nicht. Ich kann nicht die Gefühle der Menschen ändern, wenn sie sich in diesem Zustand befinden. Nur sie können es selbst. Während seine Worte noch in meinen Gedanken nachhalten, verließ der Mann das Zelt und machte sich auf den Weg zum Eingang des Waldes. Es war offensichtlich, wie sehr dieser Wald ihn verändert hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit so einer Veränderung umgehen könnte. Mit dieser Hoffnungslosigkeit. Ich beginne zu glauben, dass diese Reise ein Fehler war. Tag 10 Ich muss mich nochmals dafür entschuldigen, dass ich so viele Tage ausgelassen habe, aber abgesehen von den Vorkommnissen, von denen ich schon berichtet habe, war diese Reise äußerst ereignislos. Ich habe beschlossen, heute in meinem Zelt zu bleiben. Er ist nicht danach näher zum Eingang oder zum Fuji zu wandern. Ich befinde mich in einem recht gemütlichen, schattigen Ort, der vom Rest des Waldes ein bisschen abgeschirmt ist. Die Stelle ist wieder hier. Ich heiße sie mittlerweile willkommen, wenn man bedenkt, dass sie so oft auftaucht. Warum scheint dieser Wald so verdammt friedlich zu sein? Der Plan, den ganzen Tag oder sogar den Rest der Reise in meinem Zelt zu verbringen, hat sich in Luft aufgelöst. Heute Morgen wachte ich gegen 9 Uhr auf und ging in die Wälder zum Pinkeln. Da ich mir wenigstens ein bisschen Privatsphäre wünschte, ging ich ziemlich tief hinein. Als ich fertig war, ging ich wieder zurück zu meinem Zelt und stieß auf einen grauenhaften Anblick. Ein Mann hatte versucht, sich genau über meinem Zelt zu hängen. Er hatte das Seil wohl in meinen Ast gebunden und war anschließend von einem naheliegenden Baumstamm gesprungen. Anscheinend war der Ast nicht stark genug gewesen, um sein Körpergewicht zu halten. Der war durchgebrochen und der Mann war von meiner Zeltstange aufgespießt worden. Ich hatte beschlossen, alles zusammenzupacken, was ich konnte. Meinen Rucksack hatte ich aus Angst vor dem sowieso schon dabei. Da hatte ich mein Geld und so bei mir. Und diese Videokamera, da ich sie noch habe, muss ich wohl weiter aufnehmen. Ich denke, ich werde den Rest meiner Reise in einem nahegelegenen Hotel verbringen. Ich hoffe, es ist bald vorbei. Du verdammter Vollidioten, bleib weg von diesem verfickten Weiten. Tag 11 Ich fange an langsam aus zu flippen. Ich habe das letzte Nacht nicht aufgenommen. Jedenfalls denke ich, dass ich es nicht war. Ich erinnere mich eigentlich an gar nichts, wenn ich genau darüber nachdenke. Zur Hölle. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in das Hotel angecheckt habe. Ich werde mich in der Stadt etwas umsehen. Vielleicht bekomme ich einen klaren Kopf, wenn ich mich der Kultur des Ortes widme. Wow, Japan ist ein eigenartiger Ort. Ich hätte niemals gedacht, dass ich Skorpione mögen würde. Aber es war gar nicht so übel. Hat irgendwie nach Hühnchen geschmeckt. Ich konnte leider nur zwei oder drei Stunden draußen verbringen, bevor ein Sturm aufzog. Es ist fast unmöglich, hier eine Beschäftigung zu finden. Es ist fünf Uhr. Ich werde noch ein bisschen fernsehen und danach duschen. Hoffentlich passiert nicht noch mehr seltsames Zeug. Ach, Arschloch! Mein Zimmer ist ein Chaos. Ich war gerade unter der Dusche, als ich einen lauten Krach aus dem anderen Raum hörte. Ich habe das Wasser abgedreht und bin rausgesprungen, während ich mich in ein Handtuch gehüllt habe. Ich bin in den Raum geeilt, aus dem das Geräusch gekommen ist, doch... Es war leer. Ich meine, es war zerstört. Die Bettwäsche war im Zimmer verteilt und der Fernseher war von der Halterung gefallen und lag mit dem Bildschirm nach unten auf dem Boden, was wohl den Krach ausgelöst hatte. Glücklicherweise war weder etwas kaputt noch gestohlen. Ich finde das ziemlich seltsam, dass niemand in meinem Stockwerk herausfinden wollte, woher das Geräusch gekommen war. Dennoch zog ich mir etwas an und ging zum Hotelzimmer neben mir hinüber. Ich habe einige Male geklopft und schließlich öffnete dann auch jemand mal die Tür. Es war ein zierliches japanisches Mädchen, das sich aus Nervosität oder Schüchternheit zur Hälfte hinter der Tür versteckte. Ich habe sie gefragt, ob sie etwas Eigenartiges gehört oder jemand in meinem Zimmer gesehen hatte, aber nach dem, was ich mir aus ihrem gebrochenen Englisch zusammenreiben konnte, hatte sie keine Ahnung. Ich habe es bei keinem anderen versucht, da ich annehme, dass sie mich auch nicht verstehen würden. Ja, und bin einfach zurück zu meinem Zimmer und setze nun auf meinem Bett. Es ist jetzt bemerklich, es ist ein kleiner Zettel zwischen Matratze und Lattenrost gesteckt worden. Sekunde. Fühlt sich nass an und ist mit schmutzigen Fingerabdrücken bedeckt. Die Schrift sind kaum leserlich, doch ich erkenne folgendes. Bald ruft du stirbst. Es ist sehr kryptisch. Ich denke, das ist ein Streich von einem Ortsansässigen. Tja, meine Reise wird wohl früher enden, als ich gedacht habe. Das hier gerät langsam außer Kontrolle und wird immer abgedrehter. Weil du stirbst. Tag 12. Nochmal. Ich habe das nicht aufgenommen. Ich bin fertig mit dieser Scheiße. Es reicht. Ich möchte nicht mehr in diese dumme, beschissene Kamera reden. Ich möchte nur wissen, wer... Ich möchte nach Hause. Ich habe beschlossen, meine Kamera laufen zu lassen, während ich schlafe. Ich werde herausfinden, wer zur Hölle dafür verantwortlich ist. Und wenn ich es weiß, werde ich es der Polizei zeigen und wir werden denjenigen finden. Ich habe das Aufnahmeband auch unter der Matratze versteckt. So wird es derjenige nicht finden. Und selbst Zen würde ich aufwachen, bevor er anders herankommt. Ich gehe jetzt schlafen. Die Kamera läuft und... Ja, die Aufnahme kommt gleich an ihren Platz. Es wird Zeit, ein für alle Mal herauszufinden, wer hinter all dem steckt. Tag 13. Ich warte heute Morgen auf und mein Bett war voller Schlamm. Ich war vollständig angezogen und hatte sogar meine Wanderschuhe an. Sie waren mit Schlamm bedeckt. Ich bin aus dem Bett gesprungen und warnte mich zur Kamera, sicher, dass sie die Antworten hätte. Die Bettwäsche, die vorher perlweiß gewesen war, ist nun mit dunklem, braunem Schlamm befleckt. Und ich hoffe wirklich, dass sie mir das nicht in Rechnung stellen. Ich werde mir das Band ansehen und danach ein Update aufnehmen. Ich würde es nicht glauben, hätte ich es nicht selbst gesehen. Gestern Nacht war ich um ungefähr 10 Uhr zu Bett gegangen und die Aufzeichnung war die ersten paar Stunden bis Mitternacht ziemlich normal. Von der rechten Seite des Bildes kam ein schwarzer Schatten an meinen Raum. Er schien zu schweben und hatte keinen wirklichen Gesichtszüge. Er schwebte einfach nur irgendwie wellenförmig im Raum herum. Er war ungefähr 1,80 groß und berührte mit seinem, wenn man es so nennen kann, Kopf, den Rand des Bildes. Und als er als nächstes tat, lässt mein Herz immer noch als Schlag aussetzen. Der Schatten kam auf das Bett zu, in dem ich schlief und begann, sich zu etwas Kleineren zu formen. Der untere Teil des Schattens schien hinaufzuwandern und sich mit dem mittleren zu verbinden. Der obere Teil tat es mit dem unteren gleich. Nachdem er zu der Größe eines Basketballs zusammengeschrumpft war, schoss er auf mich zu und verschwand, als er mich berührte. Ich dachte, dass es das nun war, doch dann sah ich mich, wie ich mich im Bett aufsetzte. Meine Augen waren immer noch geschlossen, meine Bewegung schwerfällig. Ich schleppte mich aus dem Bett, zog mir Kleidung und Banderschuhe an und verließ den Raum. Ich kam nicht vor 8 Uhr am nächsten Morgen zurück. Eine Stunde später wachte ich auf. Ich hatte nicht gesehen, dass dieses Ding meinen Körper jemals verlassen hatte. Ich habe keine Erinnerung an das alles. Und der einzige Grund, warum ich weiß, dass das geschehen ist, ist die Aufzeichnung auf der Kamera. Die Aufnahme wurde nicht angerührt und ich habe keine Nachrichten oder seltsamen Notizen gefunden. Ich werde jetzt duschen gehen und mit jemanden an der Rezeption über die Bettwäsche sprechen. Ich weiß noch nicht, ob ich dieser Person die Aufzeichnung zeigen werde oder ob ich einfach sagen werde, dass ich so eingeschlafen bin. Die Antwort ist ziemlich offensichtlich, aber ich möchte wirklich nicht für diesen Trick bezahlen und ich möchte nicht verrückt wirken. Ich werde die Entscheidung beim Duschen treffen. Meine Dusche wurde vom Klopfen an meine Hotelzimmertür vorzeitig beendet. Ich war ziemlich verwirrt, da mich eigentlich niemand kennt, doch ich beschloss trotzdem aufzumachen. Es stellte sich heraus, dass es der ältere Herr war, der vor einiger Zeit im Wald gewesen war. Ich erinnere mich daran, dass ich vor meinem Treffen mit ihm geschrieben habe. Ich fragte ihn, was er wollte und mit einer sorgvollen Stimme antwortete er, Sie. Ich hatte keine Ahnung, was er meinte. Doch ich lud ihn in das Zimmer ein, um die Dinge durchzusprechen. Als er hereinkam, bemerkte er die dreckige Bettwäsche und begann, etwas zu murmeln. Diese Unterhaltung war relativ lang, daher werde ich hier nur die wichtigsten Abschnitte wiedergeben. Gemäß dem, was er sagte, sollte ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Er meinte, ich dürfte nicht einfach in ein anderes Hotel gehen. Ich müsste das Land verlassen und nach Hause zurückkehren. Er erzählte mir von einem engen Freund, der eines Tages in einem schlammigen Bett aufgewacht war. In der nächsten Nacht wurde er hängend im Wald gefunden. Er hatte eine Notiz bei seiner Leiche hinterlassen. Dieser Mann hatte sie all die Jahre aufbewahrt. Die einzigen Worte, die auf das Papier geschrieben waren, lauteten Der Wald hat mich gerufen. Ich bin zu Hause. Letzte Nacht, sagte der Mann. Als das Ding Besitz von ihnen ergriffen hat, hat es ihnen gezeigt, wo sie sich aufhängen werden. Ihr Unterbewusstsein weiß es und der einzige Weg, um es aufzuhalten, ist, diesen Ort zu verlassen. Wie du dir vorstellen kannst, flippte ich an diesem Punkt völlig aus. Nachdem er gegangen war, fuhr ich zum Flughafen und kaufte ein Ticket nach Hause. Das einzige Problem ist, dass der Flug erst dann drei Tage geht. Er sagte, ich hätte nur eine Nacht. Tag 14. Mir ist so kalt. Ich kann nichts sehen. Da entschuldige ich mich bei jedem, der das hier sieht, für meine wackelige Aufnahme. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich denke, ich bin im Wald. Irgendwo tief im Wald. So dunkel ist es vorher noch nie gewesen. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich mit diesem Mann gesprochen und mich danach schlafen gelegt habe. War das letzte Nacht? Wie lange habe ich geschlafen? Das einzige, was ich jetzt noch weiß, ist, dass das, was immer mich in diesen Wald bringen wollte, sein Ziel erreicht hat. Es ist so kalt. Ich kann kaum meine Finger bewegen, um das hier aufzunehmen. Aber ich muss jeden warnen. Dieser Ort ist nicht sicher. Wenn ihr diesen Wald besuchen wollt, bleibt nicht über Nacht. Am besten ihr kommt gar nicht hierher. Bleibt einfach zu Hause. Dort ist es sicher. Ich denke, ich werde versuchen, hier noch irgendwie rauszukommen. Meine Augen haben sich an die Dunkelheit gewöhnt und ich denke, dass ich es schon irgendwie schaffen werde, wenn ich mich langsam fortbewege. Ich muss hier raus, bevor es zu spät ist. Ich hätte einfach dort bleiben und auf den Sonnenaufgang warten sollen. Obwohl ich meine Umgebung und Ehe wahrnehmen kann, macht es das Ganze einfach nicht besser. Man könnte denken, dass es einen beruhigen würde, wenn man mehr um sich herum erkennen kann. Anfangs tat es das auch. Doch als ich immer weiter ging, war alles, was ich sehen konnte, nur eine Leiche nach der anderen. Sie hingen von den Bäumen. Sie hingen von den Bäumen und einige lagen auf dem Boden und hatten das Seil, das gerissen war, immer noch um ihren Hals. Selbst die Bäume schienen sich in verstümmelte Körper zu verwandeln, die etwas weniger Glück gehabt hatten. Sie lagen ausgeweidet auf dem Boden und ließen mich hoffnungslos zurück. Ich beginne zu glauben, dass deren Schicksal besser sein könnte, als was ich hier gerade durchmache. Tag 15? Ich weiß nicht, wann ich zusammengebrochen bin oder wie lange ich weg war. Das Letzte, an das ich mich erinnere, sind diese Leichen und dann nichts. Alles wird schwarz. Die Sonne ist immer noch nicht aufgegangen, doch ich denke, dass schon ein neuer Tag begonnen hat. Irgendwie fühle ich mich eigenartig. Anders. Nachdem ich es geschafft hatte, aufzustehen, ging ich hinüber zu einem Baum und versuchte stabiler zu stehen, der mir immer noch schwindelig war. Ich scheine schon seit gefühlten Stunden hier zu stehen. Meine Beine zittern und schmerzen aber. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss es hier raus schaffen. Die Sonne ist endlich aufgegangen. Es war so ein schöner Anblick. Als sie in der Ferne aufging, starrte ich sie ehrfürchtig an. Die warmen Sonnenstrahlen wärmten meine Bleiche von Gänsehaut durchzogener Haut. Ich konnte mich nicht zurückhalten, als ich ein Lächeln auf mein Gesicht stahl. Den Schmerzen meinen Beinen beiseite schieben ging ich weiter. Ich schaffte es bis zum Eingang des Waldes, wo ich noch einmal auf den Boden fiel. Doch diesmal war es nicht der Schwäche wegen. Der Grund war Erleichterung. Ich war frei. Ich bin entkommen. Der Mann, dem ich in den ersten Tagen nach meiner Ankunft gesprochen hatte, traf mich in meinem Hotelzimmer an diesem Nachmittag. Er sprach mit ruhiger Stimme, doch machte mir klar, was ich erreicht hatte. Ich bin jetzt in einem Flugzeug nach Hause und ich verschwende keinen Gedanken an das blöde Geld oder den verdammten Wald. Ich habe mit meinem Kumpel geskypt, mit dem ich die Wette eingegangen bin, sobald ich gelandet war. Sein Gesichtsausdruck war einfach unbezahlbar. Ich werde die ganze Konversation wiedergeben, anstatt nur einen Ausschnitt. Hey, ich kann es einfach nicht glauben. Ich schien sehr aufgeregt zu sein, mich zu sehen. Ich antwortete ziemlich enttäuscht. Ja, ich weiß. Ich wusste, dass ich es nicht schaffen würde. Er riss erschreckt den Mund auf. Was zur Hölle meinst du? Du warst so den ganzen Monat dort. Ich hätte niemals gedacht, dass du es echt durchziehen würdest, aber du hast es mir gezeigt. Komm zu mir und ich werde mich an den Deal halten. Tja, er legte danach auf. Ich konnte es nicht glauben. Habe ich wirklich so lange durchgehalten? Wenn das so ist, dann habe ich es in diesem Wald länger als eine Woche ausgehalten. Mein Kopf begann zu schmerzen, während ich versuchte, einen Sinn in all dem zu finden. Ich denke, ich sollte einfach dankbar sein, dass ich es hier heraus geschafft habe. Obwohl das alles vorbei ist, spüre ich immer noch den Drang, alles in dieser Aufnahme festzuhalten. Vielleicht werde ich mir eines Tages alles anschauen, vor allem wenn ich noch einmal auf die Idee kommen sollte, auf dieser Reise zu gehen. Bis zu diesem Tag werde ich dieser Kamera wohl eine Pause gönnen und stattdessen eine neue Aufnahme beginnen. Außerdem wird es keine Abenteuer mehr für mich geben. Jedenfalls nicht für eine lange, lange Zeit. Abend für Abend, das ganze Jahr lang hindurch, saßen regelmäßig vier von uns in dem kleinen Gastzimmer des George in Debenham. Der Leichenbestatter, der Wirt, Fettes und ich. Bisweilen waren auch noch andere dort versammelt, doch schön oder schlecht, Regen oder Schnee oder Frost. Wir vier saßen bestimmt dort, jeder in seinem besonderen Lehnstuhle. Fettes war ein alter, versoffener Schotter, offenbar ein Mann von Bildung und ein Mann mit einigem Vermögen, der sein Leben in Müßiggang verbrachte. Vor Jahren war er nach Debenham gekommen, damals noch ein junger Mann und war dann lediglich durch die Dauer seines hiesigen Aufenthaltes ein anerkannter Bürger der Stadt geworden. Sein blauer Camelot-Mantel gehörte zu den Antiquitäten der Stadt, genau wie der Kirchturm. Sein Herumsitzen in der Wirtsstube des George, sein Fernbleiben von der Kirche, seine alten, üblen, schimpflichen Laster betrachtete man in Debenham als ganz natürliche Dinge. Er hatte gewisse unklare, eingewurzelte Anschauungen, eine gewisse oberflächliche Ungläubigkeit, denen er sich ständig rühmte und die er mit unsicheren Schlägen auf den Tisch verkündete. Er trank rum, regelmäßig jeden Abend seine fünf Gläser, und die meiste Zeit während seiner abendlichen Besuche im George saß er, mit dem Glas in der rechten Hand, in einem Stadium trübsinniger alkoholischer Zufriedenheit. Wir nannten ihn den Doktor, denn es hieß, dass er ein gewisses medizinisches Wissen besäße und zur Not verstünde, einen Bruch einzurichten oder eine Verrenkung wieder in Ordnung zu bringen. Doch abgesehen von diesen wenigen Einzelheiten wussten wir eigentlich nichts über seinen Charakter und sein Vorleben. An einem trüben Winterabend, es hatte bereits vor einiger Zeit neun geschlagen, bevor der Wirt sich zu uns setzte, war ein Kranker in den George gebracht worden. Ein bekannter Grundbesitzer aus der Gegend, der plötzlich auf dem Wege zum Parlament einen Schlaganfall erlitten hatte. Des großen Mannes noch größerer Londoner Arzt war telegrafisch an sein Bett berufen worden. Es war das erste Mal, dass sich so etwas in Debenham ereignet hatte, denn die Bahn war erst kürzlich eröffnet worden. Natürlich erregte uns dieser Zwischenfall. Er ist angekommen, sagte der Wirt, nachdem er sich seine Pfeife gestopft und angezündet hatte. Er? fragte ich. Wer? Doch nicht der Doktor? Gewiss, erwiderte unser Wirt. Wie heißt er? Dr. McFarlane, entgegnete der Wirt. Fettes war mit seinem dritten Glase bald fertig und ziemlich angetrunken. Bald nickte er ein. Dann glotzte er wieder verwirrt um sich. Doch bei dem letzten Wort schien er aufzuwachen und wiederholte den Namen McFarlane zweimal. Das erste Mal noch ganz ruhig, das zweite Mal aber in plötzlicher Erregung. Ja, sagte der Wirt. So heißt er. Dr. Wolf McFarlane. Fettes wurde schlagartig nüchtern. Seine Augen weiteten sich, die Stimme wurde klar, laut und fest, seine Sprache bestimmt unernst. Wir alle waren über diese Veränderung so erschrocken, wie wenn ein Mann von den Toten auferstanden wäre. Entschuldigen Sie, sagte er. Ich fürchte, ich habe Ihre Unterhaltung nicht genügend Aufmerksamkeit gezollt. Wer ist dieser Wolf McFarlane? Dann, als er die Erklärung des Wirtes gehört hatte, fügte er hinzu. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Und doch würde ich ihm gern Auge in Auge gegenüber treten. Kennen Sie den Doktor? Erkundigte sich der Leichenbestatter und hielt vor Erstaunen den Atem an. Das verhüte Gott. Und doch, der Name ist selten. Es wäre ein zu erstaunlicher Zufall, zwei Verschieden anzunehmen. Sagen Sie mir, ist er alt? Hm. Er ist kein junger Mann mehr, das ist sicher. Und sein Haar ist weiß, aber er sieht jünger aus als sie. Trotzdem ist er älter. Ja, er ist ein älter. Aber mit einem Schlag auf den Tisch. Es ist der Rum, der aus meinem Gesicht spricht. Rum und Sünde. Dieser Mann hat vielleicht ein leichtes Gewissen und eine gute Verdauung. Gewissen. Hört, was ich euch sage. Ihr glaubt vielleicht, ich wäre ein guter, alter, ehrlicher Christenmensch. Das denkt ihr doch. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe nie scheinheilig geplärrt. Wenn Voltaire in meinen Schuhen steckte, würde er vielleicht zu heucheln angefangen haben. Doch das Hirn... Dabei schlug er derb gegen seinen kahlen Schädel. Das Hirn war stets klar und rührig. Und ich machte und mache mir niemals Flausen vor. Falls dieser Doktor der gleiche ist, den Sie kennen, wagte ich nach einer etwas bedrückenden Pause zu bemerken. So will es mir erscheinen, dass Sie die gute Meinung des Wirts nicht teilen. Fette schenkte mir keinerlei Beachtung. Ja. Sagt er dann mit plötzlichem Entschluss. Ich muss ihm Angesicht zu Angesicht gegenüber treten. Wieder entstand eine Pause. Dann wurde im ersten Stock eine Tür ziemlich laut geschlossen und man hörte einen Schritt auf der Treppe. Das ist der Doktor. Rief der Wirt. Passen Sie gut auf, dann bekommen Sie ihn vielleicht zu Gesicht. Es waren nur zwei Schritte aus dem kleinen Wirtszimmer zu der Tür des alten George-Gasthauses. Die breite Eichenstiege mündete fast auf die Straße. Zwischen Haustürschwelle und der letzten Bindung der Treppe war gerade Platz für einen türkischen Teppich und nichts anderes. Aber dieser kleine Raum war jeden Abend hell erleuchtet, nicht nur durch eine Lampe im Treppenhaus und die große Laterne unter dem Wirtshausschild, sondern außerdem noch durch den warmen Widerschein vom Fenster der Schenkstube. Auf diese Weise zog der George schon von Weitem die Aufmerksamkeit, der auf der kalten Straße vorübergehenden, auf sich. Eilis schritt fettes dorthin und wir, die wir zurückblieben, sahen die beiden Männer einander Auge in Auge gegenüber treten, wie der eine von ihnen das genannt hatte. Dr. McFarlane ging rasch und kräftig. Das weiße Haar ließ ein bleiches, sanftes, wenn auch energisches Antlitz hervortreten. Er war ausgezeichnet gekleidet. Der Anzug aus feinstem schwarzem Tuch, die Wäsche blendend weiß. Dazu kamen eine große goldene Uhrkette und Manschettenknöpfe und Brille aus dem gleichen kostbaren Material. Um den Hals hatte er einen breiten, weiß und lila getupften Schal geschlungen und über dem Arm hing ihm ein behaglicher, pelzgefütterter Reisemantel. Kein Zweifel, er nahm eine, seinen Jahren angemessene Stellung ein und jeder zu kündigte Reichtum und Bedeutung. Es war ein erstaunlicher Kontrast. Unseren Zechkumpan, kahlköpfig, schmierig, blatternabig, in seinem alten Camelot-Rock, ihm am Fuße der Treppe gegenübertreten zu sehen. McFarlane, sagte er mit ziemlich lauter Stimme, mehr wie ein Ausrufer als wie ein Freund. Der große Arzt blieb unmittelbar auf der vierten Treppenstufe stehen, als ob die Familiarität der Anrede ihn überraschte und in seiner Würde kränkte. Toddy McFarlane, wiederholte Fettis. Der Herr aus London taumelte fast. Nur den Bruchteil einer Sekunde starrte er den Mann vor sich an, blickte sich dann fast ängstlich um und sagte mit erschreckter Flüsterstimme, Fetts, du! Ja, ich. Dachtest du, ich wäre auch tot? Unsere Bekanntschaft endet nicht so leicht. Still, still. Diese Begegnung ist so unerwartet. Ich verstehe, dass du die Fassung verloren hast. Im ersten Augenblick erkannte ich dich kaum, weißt du? Aber ich bin entzückt. Einfach entzückt über diesen Zufall. Zunächst muss es allerdings bei einem Wie geht's und Lebewohl verbleiben, denn mein Wagen wartet und ich darf den Zug nicht versäumen. Aber du, lass mich überlegen. Ja, du wirst mir deine Adresse aufschreiben und du kannst bestimmt sehr bald mit deiner Nachricht von mir rechnen. Wir müssen etwas für dich tun, Fetts. Ich fürchte, du befindest dich nicht in guten Verhältnissen, aber um der schönen alten Zeiten willen, wie wir einst beim Essen sangen, muss dagegen etwas geschehen. Geld? Geld von dir! Das Geld, das ich von dir bekam, liegt noch immer dort, wo ich's im Regen hinschmiss. Dr. McFarlane hat in einem etwas verlegenen und vertraulichen Tone gesprochen, aber die ungewöhnliche Energie dieser Zurückweisung stürzte ihn wieder in Verwirrung. Ein furchtbarer, böser Ausdruck kam und ging über sein fast ehrwürdiges Gesicht. Mein lieber Junge, halte das ganz, wie du magst. Ich hatte nicht die leiseste Absicht, dich zu beleidigen. Ich dränge mich niemandem auf. Ich werde dir meine Adresse geben, jedoch... Ich will nicht! Nein, ich wünsche nicht, das Dachzug, das dich schützt! Ich hörte deinen Namen! Nein, ich fürchtete, du konntest es sein. Ich wollte wissen, ob es trotz allem einen Gott gäbe. Jetzt weiß ich, es gibt keinen! Scher dich fort! Er stand noch immer mitten auf dem Teppich zwischen Treppe und Haustor. Der große Londoner Arzt wäre gezwungen gewesen, zur Seite zu treten, um vorbeizukommen. Es war klar, dass er bei dem Gedanken an diese Demütigung zögerte. Kreide weiß, wie er dastand, kam ein gefährliches Funkeln in seine Augen. Aber während er noch unentschieden zögerte, bemerkte er, dass der Kutscher auf seinem Wagen von der Straße aus diese ungewöhnliche Szene beobachtete. Und gleichzeitig fing er auch die Blicke unserer kleinen, in der Ecke der Schenkel zusammengedrängten Gesellschaft auf. Die Gegenwart so zahlreicher Zeugen bestimmte ihn zu sofortiger Flucht. Er kaute sich zusammen, schmiegte sich eng an die Täfelung und machte einen Sprung wie eine Schlange, um den Ausgang zu gewinnen. Aber seine Prüfung war noch immer nicht zu Ende, denn im Moment, als er vorbeischlüpfen wollte, ergriff ihn fettes beim Arm. Und flüsternd und doch peinlich deutlich kamen folgende Worte heraus. Hast du es wiedergesehen? Der große, reiche Londoner Doktor stieß einen scharfen, erstickten Schrei aus, schleuderte den Frager quer über den offenen Platz und floh mit hoch erhobenen Händen wie ein ertappter Dieb zur offenen Tür hinaus. Ehe noch einer von uns eine Bewegung machen konnte, ratterte die Kutsche bereits zum Bahnhof. Wie ein Traum war das Schauspiel vorübergezogen, aber der Traum hatte Beweise und Spuren seines Vorübergehens hinterlassen. Am nächsten Tag fand der Hausknecht die schöne goldene Brille zerbrochen auf der Türschwelle. Und am gleichen Abend noch standen wir alle atemlos an dem Gasthausfenster, neben uns Fettes, nüchtern, bleich und mit entschiedenem Ausdruck. Gott schütze uns, Mr. Fettys, sagte der Wirt, der zuerst wieder seine Fassung gewann. Was in aller Welt hat das zu bedeuten? Das sind seltsame Dinge, die sie da besprochen haben. Fettes wandte sich uns wieder zu, blickte jedem von uns der Reihe nach ins Gesicht und sagte, Seht zu, dass ihr den Mund haltet. Dieses Mann ist McFarlanes Weg, kreuzt man nicht ohne Gefahr. Alle, die das einmal getan haben, haben es zu spät bereut. Und dann, ohne auch nur sein drittes Glas zu leeren, geschweige denn auf die beiden anderen zu warten, bot er uns gute Nacht und schritt hinaus unter der Laterne des Wirtshauses in die dunkle Nacht. Wir drei kehrten auf unsere Plätze in der Wirtsstube zu dem großen roten Feuer und den vier hellen Kerzen zurück. Und als wir dann noch einmal alles, was sich ereignet hatte, durchsprachen, verwandelte sich der erste Schauder der Überraschung in brennende Neugier. Noch lange saßen wir so. Es war die längste Sitzung, die ich in dem alten George erlebt hatte. Bevor wir auseinander gingen, hatte jeder Einzelne seine bestimmte Theorie, die er sich anheischig machte, zu beweisen. Und niemand von uns hatte etwas Dringenderes auf dieser Welt zu tun, als der Vergangenheit unseres verurteilten Kameraden nachzuspüren und das Geheimnis aufzudecken, das ihn mit dem großen Londoner Doktor verbannt. Es ist keine große Heldentat, aber ich glaube, ich verstand es besser, als meine beiden Genossen im St. George jemanden eine Geschichte zu entlocken. Und vielleicht lebt heute kein zweiter Mensch auf der Welt, der euch die nachstehenden widerwärtigen und widernatürlichen Ereignisse zu erzählen vermöchte. In seiner Jugend studierte Fettis auf der Edinburgh Hochschule Medizin. Er besaß eine gewisse Begabung, jene Begabung, die rasch auffasst, was sie hört und es schleunigst als eigene Weisheit wiedergibt. Zu Hause arbeitete er wenig, aber er war höflich, aufmerksam und verständlich in Gegenwart seiner Lehrer. Bald hatten sie dann auch herausgefunden, dass er ein Bursche war, der aufmerksam zuhören konnte und sich guter Dinge erinnerte. Ja, so merkwürdig es mich berührte, als ich zuerst davon hörte. Sein Äußeres nahm damals für ihn ein und machte ihn beliebt. Zu jener Zeit gab es in Edinburgh außerhalb der Universität noch einen zweiten Lehrer der Anatomie, den ich hier mit dem Buchstaben K bezeichnen werde. Später wurde sein Name nur allzu bekannt. Der Mann, der diesen Namen trug, durchlich verkleidet die Straßen Edinburghs, während der Pöbel der Hinrichtung Burgs zujauchte und laut nach dem Blute seines Auftraggebers verlangte. Aber Mr. K stand damals auf dem Gipfel seines Ruhms. Er freute sich einer großen Popularität, teils dank seines eigenen Talents und seiner Lebensart, teils wegen der Unfähigkeit seines Rivalen, des Universitätsprofessors. Die Studenten wenigstens schworen auf ihn. Pettis war daher überzeugt und auch die anderen glaubten es, dass der Grundstein für eine erfolgreiche Laufbahn gelegt war, als er sich die Gunst dieser meteorgleichen Berühmtheit erworben hatte. Mr. K war ein ebenso großer Bonvillant wie vorzüglicher Lehrer. Er liebte eine versteckte Anspielung nicht weniger als sein sorgfältig hergestelltes Präparat. In dieser doppelten Hinsicht erfreute sich Pettis seiner Beachtung und verdiente sie auch. Und auch im zweiten Jahre seiner Collegezeit wurde ihm die halb offizielle Stellung eines zweiten Prosektors oder Hilfsassistentin in die andere Klasse übertragen. In dieser Eigenschaft ruhte vor allem die Aufsicht über den Anatomiesaal und das Vorlesungszimmer auf seinen Schultern. Er war für die Sauberkeit der Räumlichkeiten und die Führung der anderen Studenten verantwortlich. Dann gehörte es aber auch zu seinem Pflichtenkreis, die verschiedenen notwendigen Objekte zu beschaffen, sie in Empfang zu nehmen und zu verteilen. In Hinsicht auf diese letzte Obliegenheit, damals eine äußerst delikate Sache, wurde er bei Mr. K in dem gleichen Flügel und zuletzt in dem nämlichen Gebäude anquartiert, in dem sich auch der Seziersaal befand. Hier wurde Pettis häufig nach einer Nachtwüster Ausschweifung mit noch zitternden Händen der Blick trübe und verwirrt in der dunkelsten Stunde vor Dämmern eines Wintertages durch die unsauberen und verwegenen Ruhestörer, die den anatomitisch mit Material versorgten, aus dem Bett geschreckt. Gewöhnlich öffnete er die Pforte drei Männern, seither berüchtigt durch das ganze Land. Er half ihnen beim Herausschaffen ihrer traurigen Last, bezahlte ihnen den schmutzigen Lohn und blieb, wenn sie gegangen waren, mit den unholden Überresten von Menschentum allein. Von solch einer Szene pflegte er dann wieder in sein Bett zurückzukehren, um noch ein oder zwei Stunden des Schlummers zu stehlen, die Schändigung der Nacht wieder wettzumachen und sich für die Arbeit des Tages zu stärken. Kaum ein anderer Bursche wäre derart unempfindlich für die Eindrücke eines Lebens gewesen, das so ständig unter den Zeichen der Sterblichkeit verlief. Sein Geist war allen allgemeinen Erwägung verschlossen. Er war unfähig jedes Interesse an dem Geschick und Glück anderer, nur Sklave seiner eigenen Begierden und eines niedrigen Ehrgeizes. Kalt, leichtsinnig und selbstsüchtig bis zum Äußersten besaß er jenes bisschen Bedachtsamkeit, missbräuchlich Moralität genannt, das einen Mann von sinnloser Trunkenheit oder strafwürdigem Diebstahl zurückhält. Daneben erstrebte er aber auch ein gewisses Maß von Achtung und Beachtung bei seinen Lehrern und Mitschülern und wollte um keinen Preis, was die äußeren Lebensumstände anbetraf, Schiffbruch erleiden. Es war daher ein Streben, sich bei seinen Studien auszuzeichnen und er leistete seinem Auftraggeber, Mr. K., Tag aus, Tag ein, tadellfreien Augendienst. Für seine Tage Arbeit entschädigte er sich dann durch die lärmendsten, gemeinsten, nächtlichen Vergnügungen. Sog er dann die Bilanz, so erklärte sich das Organ, das er sein Gewissen nannte, für befriedigt. Die Beschaffung von Leichen bedeutete für ihn sowohl wie für seinen Chef eine ständige Sorge. In der großen, fleißigen Klasse fehlte er ständig an anatomischen Rohmaterial und dadurch erforderliche Geschäftigkeit war nicht nur an sich unerfreulich, sondern bedrohte auch alle, die damit zu tun hatten, mit gefährlichen Volken. Es war Mr. K.'s Politik, bei seinen Verhandlungen mit den Händlern keine Fragen zu stellen. Sie bringen den Leichnam und wir bezahlen den Preis. Quid pro Quid, pflegte er zu sagen und auch seinen Assistenten erklärte etwas leichtfertig. Stellt um eurer Gewissensruhe Willen keine Fragen. Nie wurde die Vermutung geäußert, dass die Leichen womöglich durch Mord beschafft würden. Hätte man diesen Gedanken in klaren Worten ihm gegenüber geäußert, er wäre ansetzt zurückgefahren. Aber die Leichtfertigkeit seiner Reden anlässlich einer so ernsten Angelegenheit war an sich ein Verstoß gegen die guten Sitten und eine Versuchung für die Leute, mit denen er es zu tun hatte. Fettes zum Beispiel hatte sich oft über die merkwürdige Frische der Leichengedanken gemacht. Wieder und wieder hatte er sich vor den galgen Gesichtern und widerlichen Blicken der Räuber, die früh vor Tagesgrauen kamen, entsetzt. Indem er so privat eine Tatsache an die andere reihte, bildete er sich im Stillen aufgrund der unvorsichtigen Ratschläge seines Lehrers vielleicht eine allzu unmoralische und kategorische Meinung. Nach seiner Ansicht umfasste sein Pflichtenkreis kurz gesagt drei Aufgaben. In Empfang zu nehmen, was gebracht wurde, den Preis zu bezahlen und die Augen vor der Wahrscheinlichkeit eines Verbrechens zu schließen. An einem Morgen im November wurde aber diese Politik des Schweigens auf eine harte Probe gestellt. Die ganze Nacht hatte er mit rasenden Zahnschmerzen durchwacht. Gleich einem gefangenen Raubtier war er in seinem Zimmer auf- und abgerannt, um sich dann wieder wütend aufs Bett zu werfen. Und endlich war er in jenen tiefen, unerquickenden Schlaf gesunken, der so oft auf eine Nacht des Leidens folgt. Als er durch die dritte oder vierte ungestümte Wiederholung des vereinbarten Signals aufgeschreckt wurde. Der Mond schien dünn und hell. Es war bitter kalt, windig und schneidend. Doch war die Stadt nicht erwacht. Aber ein undefinierbares Gesumm verkündete bereits des Tages Lärm und Geschäftigkeit. Die Vampire waren später als gewöhnlich gekommen und schienen besorgter als gewöhnlich wieder gehen zu können. Fettes leuchtete ihnen schlaftrunken die Treppe herauf, wie im Traum hörte er das Gemurmel ihrer irischen Stimmen und während sie den Sack von seiner traurigen Ware befreiten, lehnte er verschlafen mit der Schulter gegen die Wand. Er musste sich zusammenreißen, um das Geld für die Leute zu finden. Dabei fielen seine Augen auf das tote Antlitz. Er stützte und ging mit erhobener Kerze zwei Schritte näher. Allmächtiger Gott, das ist der Jane Culbraith! Die Männer antworteten nichts, sondern schlürften zur Türe hin. Ich kenne sie, sage ich euch. Gestern lebte sie noch und war kerngesund. Es ist unmöglich, dass sie gestorben ist. Unmöglich könnt ihr diesen Leichnam ehrlich beschafft haben. Da sind sie ganz auf dem Holzweg, meinte einer der Kerle. Der andere jedoch blickte fettes finster in die Augen und forderte auf der Stelle das Geld. Es war unmöglich, die Drohung misszuverstehen oder die Gefahr zu übertreiben. Dem Burschen entsankt der Mut. Er stammelte ein paar Entschuldigungen, bezahlte die Summe und sah seine verhassten Besucher abziehen. Kaum waren sie fort, da eilte er auch schon, seine Zweifel zu bestätigen. An einem Dutzend unzweifelhafter Kennzeichen erkannte er das Mädchen, mit dem er noch gestern gescherzt hatte. Mit Schauder sah er an ihrem Körper Merkmale, die auf eine Gewalttat hinwiesen. Panische Furcht ergriff ihn und er flüchtete sich in sein Zimmer. Dort dachte er lange über die von ihm gemachte Entdeckung nach, überlegte nüchtern die Tragweite von Mr. Kays Verhaltungsmaßregeln und die Gefahr, die ihm selbst aus seiner Verstrickung in ein derart ernstes Geschäft drohte. Und entschloss sich endlich in seiner furchtbaren Bestürzung den Rat seines unmittelbaren Vorgesetzten, des Klassenassistenten, abzuwarten. Der Assistent war ein junger Doktor, Wolfe McFarlane, der besondere Liebling aller etwas leichtsinnigen Studenten, geschickt, ausschweifend und skrupellos bis zum Äußersten. Er war im Auslande gewesen und hatte dort studiert. Seine Manieren waren leicht und etwas anmaßend und in Theatersachen galt er als Autorität. Außerdem war er gewandt auf der Eisbahn und den Links mit Schlittschuhen und Golfkeule, kleidete sich mit gewagtester Eleganz und hielt sich, um seinem Ruhm in den glätzten Glanz zu verleihen. Ein Gig und einen kräftigen Traber. Mit Fettes verkehrte er auf freundschaftlichem Fuße. In der Tat verlangte er ihrer beiderseitigen Position eine gewisse Gemeinschaftlichkeit der Lebensführung. Wenn Leichen knapp waren, pflegte das Paar in McFarlane's Gig über Land zu fahren, um irgendeinen einsamen Friedhof aufzusuchen und zu entweihen und kehrte dann vor Morgengrauen mit seinem Raube zu der Pforte des Seziersaales zurück. An diesem bestimmten Morgen stellte sich McFarlane früher ein, als es sonst seine Gewohnheit war. Fettes hörte ihn kommen, traf ihn bereits auf der Treppe, erzählte ihm die Geschichte und zeigte ihm die Veranlassung seiner Sorge. McFarlane prüfte die Male an dem Körper. Ja, sagte er mit einem Nicken. Das sieht faul aus. Nun, was soll ich tun? Tun? Warum willst du etwas tun? Je weniger man über die Sache spricht, desto besser. Aber es könnten sie doch auch andere erkennen. Sie war so bekannt wie Castle Rock? Hoffen wir, dass es nicht geschieht. Doch wenn es jemand tut, na schön. Du hast sie jedenfalls nicht erkannt, verstehst du? Und damit Schluss. Tatsache ist, dass die Sache schon allzu lange so gegangen ist. Stöbere den Schlamm auf und du bringst K. in die tollste Situation. Und auch du selbst gereizt in eine verzweifelte Klemme. Ich ebenfalls, wenn dir etwas passiert. Ich möchte wirklich wissen, wie wir uns vor einer christlichen Zeugenschranke ausnehmen würden oder was zum Teufel wir zu unserer Entschuldigung anführen sollten. Für mich, weißt du, steht etwas absolut fest. Dass, pragmatisch gesprochen, alle unsere Leichen durch Mord beschafft worden sind. McFarlane! Na hör mal, als ob du das nicht schon selbst vermutet hättest. Vermuten ist eine Sache für sich. Ja, und beweise wieder was anderes, das weiß ich. Ich bin übrigens genauso beunruhigt wie du, dass man dies hier dabei schlug er mit seinem Stock auf den Leichnam zu uns geschafft hat. Das Beste, was ich tun kann, ist, die Leiche nicht zu erkennen und fügte er kaltblütig hinzu. Ich erkenne sie eben nicht. Du kannst es ja tun, wenn es dir Spaß macht. Ich mache dir keine Vorschriften, aber ich bin überzeugt, ein Mann von Welt würde genauso handeln wie ich und ich möchte noch hinzufügen, dass vermutlich auch K. ein solches Verhalten von uns erwartet. Warum wählte er gerade uns beide zu seinen Assistenten? Darauf antworte ich, weil er keine alten Weiber gebrauchen konnte. Das war gerade der richtige Ton, um auf den Geist eines Bursches wie Fettes zu wirken. Er willigte ein, McFarlane's Verhalten nachzuahmen. Die Leiche des unglücklichen Mädchens wurde vorschriftsmäßig zerlegt und niemand bemerkte etwas oder schien sie wieder zu erkennen. Eines schönen Nachmittags, als das Tagewerk beendet war, schlenderte Fettes in eine bekannte Kneipe und traf dort McFarlane zusammen mit einem Fremden. Es war ein kleiner Mann, sehr bleich und finster, mit kohlschwarzen Augen. Die Züge seines Gesichts verrieten Verstand und eine gewisse Kultur. In seinem Verhalten kamen aber diese Eigenschaften nur schwach zum Ausdruck und bei näherer Bekanntschaft erwies er sich sogar als roh, gewöhnlich und dumm. Trotzdem übte er auf McFarlane eine erstaunliche Herrschaft aus. Ja, er erteilte Befehle wie der Großpascher, wurde bei dem leisesten Widerspruch oder Verzug wütend und nahm die Unterwürfigkeit, mit der ihm gehorcht wurde, als etwas Selbstverständliches an. Diese äußerst widerwärtige Persönlichkeit fasste sofort eine Neigung zu Fettes, trank ihm eifrig zu und beährte ihn mit einem außergewöhnlichen Vertrauen hinsichtlich seiner früheren Laufbahn. Wenn auch nur der zehnte Teil von dem, was er ihm beichtete, gestimmt hätte, wäre er schon ein recht ekelhafter Schurke gewesen. Die Aufmerksamkeit eines so erfahrenen Mannes schmeichelte aber der Eitelkeit des jungen Burschen. Ich bin selbst ein ziemlich schlimmer Bursche, bemerkte der Fremde. Aber McFarlane ist ein ganz schwerer Junge. Toddy McFarlane, wie ich ihn nenne. Toddy, bestell für deinen Freund ein neues Glas. Oder auch Toddy, steh auf und mach die Tür zu. Toddy hasst mich. Oh, gewiss, Toddy, das tust du. Nenn mich nicht bei dem verdammten Namen. Hören Sie ihn? Haben Sie je eine Messerstecherei unter dem Burschen mit angesehen? Mit Begeisterung würde er das an meinem Leib versuchen. Wir Mediziner haben eine bessere Methode. Wenn wir einen unserer toten Freunde nicht schätzen, zuzieren wir ihn. McFarlane blickte scharf auf, als ob dieser Scherz nicht nach seinem Geschmack wäre. Der Nachmittag ging vorüber. Grey, das war der Name des Fremden, lud fettes Ei, ihm beim Abendessen Gesellschaft zu leisten und bestellte ein so üppiges Festmahl, dass die ganze Kneipe in Bewegung geriet und, als sie damit fertig waren, befahl er McFarlane, die Rechnung zu bezahlen. Als sie sich trennten, war es schon spät. Grey war sinnlos betrunken. McFarlane, den die Wut ernüchterte, stiegen das Geld, das er zu vergeuden, gezwungen worden war und die Nichtachtung, die er hatte hinunterschlucken müssen, immer wieder hoch. Fettes, dessen Kopf von den zahlreichen Likören brummte, kehrte schwankenden Schritts und völlig benebelt nach Hause zurück. Am nächsten Tag blieb McFarlane dem Unterricht fern und Fettes lachte in sich hinein, wenn er sich vorstellte, wie jener noch immer den unerträglichen Grey von Kneipe zu Kneipe begleiten musste. Sobald die Stunde der Freiheit geschlagen hatte, eilte er auf der Suche nach seinem nächtlichen Kumpanen von Ort zu Ort, doch nirgends konnte er die beiden finden. So kehrte er zeitig nach Hause zurück, legte sich früh zu Bett und schlief den Schlaf der Gerechten. Um vier Uhr in der Früh wurde er durch das wohlbekannte Signal geweckt. Als er zur Tür herunterkam, überraschte es ihn, dort McFarlane mit seinem Gig zu finden und in dem Gig eines jener langen, schaurigen Pakete, die er nur zu genau kannte. Was? Du bist alleine fort gewesen? Wie hast du das fertig gekriegt? Aber McFarlane gebot ihm grob schweigen und forderte ihn auf, mit zuzugreifen. Sobald sie die Leiche nach oben geschafft und auf den Seziertisch gelegt hatten, machte McFarlane zunächst anstalten, als ob er so gleich wieder fort wollte. Dann blieb er jedoch stehen, schien zu zögern und sagte in einem etwas erzwungenen Tone, Du hättest dir das Gesicht besser ansehen sollen. Und als Fettes ihn nur erstaunt anstarrte, wiederholte er, Du tätest gut daran. Aber wo, wie und wann bist du dazu gekommen? Schau dir das Gesicht an, war die einzige Antwort. Fettes war verblüfft. Seltsame Ahnungen bestürmten ihn. Er blickte von dem jungen Doktor auf den Leichnam und dann wieder auf den anderen. Endlich, mit einem Ruck, tat er, wozu man ihn aufgefordert hatte. Fast hätte er den Anblick, der sich seinen Augen bot, erwartet, dennoch war sein Entsetzen furchtbar. Selbst in dem gedankenlosen Fettes regte sich Gewissensängste, als er den gleichen Mann, den er gut gekleidet und strotzend von Gesundheit und Laster auf der Türschwelle der Kneipe verlassen hatte, jetzt in der Starre des Todes und nackt und bloß auf dem rohen Lager von Sackleinwand hingestreckt sah. Ein krass Tibby wieder tönte in seiner Seele. Zwei, die er gekannt hatte, waren auf diesen eisigen Tisch niedergelegt worden. Doch das waren nur nebensächliche Erwägungen. Seine Hauptsorge konzentrierte sich auf Wolfe. Unvorbereitet auf eine so ungeheuerliche Herausforderung, wusste er nicht, wie er seinem Kameraden ins Gesicht blicken sollte. Er wagte es nicht, seinen Augen zu begegnen und Wort und Stimme versagten ihm. Macfarlane selbst machte den ersten Vorstoß. Er kam aus dem Hintergrund hervor und legte seine Hand leicht, aber bestimmt auf des anderen Schulter. Richardson kann den Kopf haben. Nun war Richardson ein Student, der schon seit langem darauf brannte, diesen Teil des menschlichen Körpers zur Präparation zugewiesen zu erhalten. Es kam keine Antwort. Der Mörder fuhr fort. Um vom Geschäft zu sprechen, du musst mich bezahlen. Deine Abrechnungen, verstehst du, müssen stimmen. Fettes fand endlich seine Stimme wieder, doch war es nur der Schatten seiner Stimme. Dich bezahlen? Bezahlen dafür? Warum nicht? Natürlich musst du das, unter allen Umständen und in jeder Hinsicht musst du das. Ich kann nicht wagen, das umsonst zu liefern und du nicht, es umsonst anzunehmen. Wir würden uns beide kompromittieren. Es ist der gleiche Fall wie bei Jane Galbraith. Je mehr Sachen nicht stimmen, umso mehr müssen wir tun, als ob alles in Ordnung wäre. Wo bewahrt der alte K. sein Geld auf? Dort, antwortete Fettes heiser und zeigte auf einen Schrank in der Ecke. Gib mir also den Schlüssel. Er setzte der andere ruhig und streckte seine Hand aus. Ein kurzes Zögern und der Würfel war gefallen. McFarlane konnte ein nervöses Zucken nicht unterdrücken, ein kaum merkliches Zeichen seiner ungeheuren Erleichterung, als er den Schlüssel in der Hand hielt. Er öffnete den Schrank und nahm Feder und Tinte und ein Schreibheft heraus, die in dem einen Abteil lagen, außerdem von dem Geld in einer Schublade eine der Gelegenheit angemessenen Summe. Pass jetzt auf, die Zahlung ist geleistet, der erste Beweis für unseren guten Glauben, der erste Schritt zu deiner Sicherheit. Jetzt musst du die Sache durch einen zweiten bekräftigen. Trage die Zahlung in dein Buch ein, dann brauchst dich den Teufel, um das weitere zu scheren. Die nächsten paar Sekunden verliefen für Fettes in völliger Geistes Abwesenheit. Aber als er seine Befürchtung abwog, triumphierte die unmittelbare Sorge. Jede künftige Verlegenheit schien fast willkommen, ließ sich nur ein sofortiger Streit mit McFarlane vermeiden. Er stellte den Leuchter hin, den er die ganze Zeit mit herum getragen hatte und trug mit fester Hand Datum, Art und Höhe des Geschäfts ein. Und jetzt ist es nur billig, dass du den Gewinn einstreichst. Ich habe meinen Anteil bereits empfangen. Doch nebenbei, wenn ein Mann von Welt einmal Glück hat und ein paar Schillinge extra in seiner Tasche trägt ich schäme mich fast es auszusprechen, dann gibt es für diesen Fall bestimmte Verhaltensmaßregeln. Kein Freihalten, kein Kauf von teuren Lehrbüchern, keine Bezahlung alter Schulden, borgen, aber nichts verleihen. McFarlane, ich Ach geh doch. Soweit ich die Sache zu beurteilen vermag, tatest du genau das, was du zur Selbstverteidigung tun musstest. Angenommen, ich geriet dir in Schwierigkeiten, was würde dann wohl aus dir? Diese zweite kleine Angelegenheit war die klare Folge der ersten. Mr. Grey ist die Fortsetzung von Miss Galbraith. Du kannst nicht etwas beginnen und dann plötzlich aufhören. Wenn du dich auf so etwas einlässt, musst du einfach bei der Stange bleiben. Das ist die Wahrheit. Keine Ruhe für den Gottlosen. Ein furchtbares Gefühl des Unheils und der Treulosigkeit des Schicksals senkte sich schwer auf die Seele des unglücklichen Studenten. Mein Gott, was habe ich denn nur getan? Und wann fing es an? Zum Hilfsassistenten ernannt werden? Im Namen der Vernunft darin liegt doch Aber würde er dort stehen wo ich jetzt bin? Mein lieber Junge Was bist du doch für ein Kind? Was ist dir denn schon Schlimmes passiert? Was kann dir denn schon übles geschehen wenn du den Mund hältst? Höre Mensch weißt du denn überhaupt was dieses Leben bedeutet? Es gibt zwei Klassen von Menschen die Löwen und die Lämmer. Wenn du zu den Lämmern gehörst wirst auf diesem Tisch liegen Bist du aber Löwe so wirst du Leben und dein Pferd lenken wie ich wie K wie alle in der Welt die Witz und Mut besitzen Du bist zunächst beunruhigt aber sieh dir K an Mein lieber Junge du bist doch geschickt Du hast Mut Ich liebe dich und K liebt dich Du bist zum Führer geboren und ich erkläre dir bei meiner Ehre und meiner Lebenserfahrung Lass drei Tage vergehen und du wirst über diese Schreckgespenster lachen wie ein Schuljunge über eine Posse Mit diesen Worten verabschiedete sich McFarlane und fuhr in seiner Gig die Allee hinunter um noch vor Tagesanbruch seine Wohnung zu erreichen Fettes blieb also allein mit seinen Schmerzen Er erkannte die schreckliche Gefahr in die er verstrickt war mit unaussprechlicher Bestürzung sah er dass für Schwächlichkeit kein Raum blieb und dass er sich durch Zugeständnis über Zugeständnis aus dem Herrn über McFarlanes Geschick in dessen bezahlten und hilflosen Spießgesellen verwandelt hatte die ganze Welt würde er hingegeben haben hätte er sich zur richtigen Zeit etwas unerschrockener benommen dass er auch jetzt noch Mut beweisen konnte dieser Gedanke kam ihm überhaupt nicht in den Sinn das Geheimnis der Jane Galbraith und die verwünschte Eintragung in dem Geschäftsbuch verschlossen seinen Mund Stunden verstrichen die Klasse begann sich zu füllen die Gliedmaßen des unglücklichen Grey wurden an den einen oder den anderen ausgeteilt und ohne Bemerkung übernommen Richardson wurde mit dem Kopf beglückt und noch ehe die Stunde der Freiheit schlug zitterte Fettes vor inneren Frohlocken als er sah welche gute Fortschritte ihre Sicherheit bereits gemacht hatte mit wachsender Freude beobachtete er ununterbrochen die nächsten zwei Tage den furchtbaren Prozess der Zerstörung am am dritten Tag tauchte McFarlane wieder auf er war wie er sagte krank gewesen aber durch die Energie mit der er die Studenten antrieb holte er die verlorene Zeit wieder ein besonders Richardson förderte er durch wertvolle Hilfeleistung und Ratschläge und der junge Student ermutigt durch das Lob des Prosektors sonnte sich in ehrgeizigen träumen und sah die Medaille bereits zum Greifen nah ehe noch die Woche vorüber war hatte sich McFarlanes Prophezeiung erfüllt fettes Besorgnis war überstanden die Gemeinheit vergessen er fing an sich mit seinem Mut zu brüsten und hatte bereits die ganze Geschichte in seinem Geiste so schön geordnet dass er mit ungekränktem stolz auf diese Vorgänge zurückblicken konnte von seinem Spießgesellen sah er nur wenig sie trafen sich natürlich bei der Arbeit in der Sektionsklasse und empfingen zusammen ihre Anweisung von Mr. K bisweilen tauschten sie auch privat ein oder zwei Worte aus und McFarlane war vom ersten bis zum letzten Moment besonders freundlich und jovial aber es war offensichtlich dass er jede Anspielung auf ihr gemeinsames Geheimnis vermied selbst als Fett es ihm zuflüsterte dass er sein Geschick mit den Löwen verbunden und die Lämmer abgeschworen zu halten Endlich bot sich eine neue Gelegenheit die das Paar noch enger aneinander fesseln sollte Mr. K hatte wieder Mangel an Leichen Die Schüler waren voller Eifer und es war der Ehrgeiz des Lehrers stets reichlich mit Material versehen zu sein Gleichzeitig kam die Mitteilung von einem Begräbnis auf dem ländlichen Friedhof von Glencors Die Zeit hatte den fraglichen Ort nur wenig verändert Er breitete sich an einem Kreuzweg aus außer Rufweite von jeder menschlichen Wohnung und klaffter tief unter dem Gezweige von sechs mächtigen Zedern verborgen Das Blöken der Schafe auf den benachbarten Hügeln die kleinen Flüsschen zu beiden Seiten von denen der eine laut unter Pappeln sang der andere sich verstohlen von Weier zu Weier schlängelte das Rascheln des Windes in den alten riesigen blühenden Kastanien und einmal in sieben Tagen die Stimme der Glocken und die alten Melodien des Kantors waren die einzigen Laute die das Schweigen rund um die ländliche Kirche stört Die Auferstehungsleute um die zu jener Zeit übliche Bezeichnung zu gebrauchen ließen sich durch die übliche Unverletzlichkeit von Pietäts Bezeugung nicht abschrecken Es gehörte zu ihrem Geschäft die Wappen und Abzeichen alter Gräber die von den Füßen der andächtigen und leidtragenden getretenen Pfad und die Gaben und Inschriften verweister Liebe zu verachten und zu entweinen weit davon entfernt sich durch natürliche Ehrfurcht abschrecken zu lassen besaßen ländliche Gegenden wo Liebe treuer als sonst bewahrt wird und Bande des Bluts und der Gemeinschaft die gesamten Mitglieder einer Gemeinde verknüpfen für den Leichenräuber infolge der Leichtigkeit und Sicherheit der Aufgabe eine besondere Anziehungskraft Plötzlich schien auf die Leichen die in hoffnungsvoller Erwartung einer so ganz anderen Auferstehung in die Erde gebettet waren jener flüchtige Laternenschimmer kam die angstbeflügelte Auferweckung durch Spaten und Spitzhacke der Sarg wurde erbrochen das Leichentuch herausgerissen und die melancholischen Überreste umhüllt mit Sackleinwand wurden endlich nach stundenlanger ratterner Fahrt über mondlose Seitenwege der schmächtlichsten Verunglipfung seitens einer Klasse gaffener Knaben ausgesetzt Wie zwei Geier gegen ein sterbendes Lamm sollten Fettes und McFarlane auf ein Grab in jenem grünen friedlichen Ruheplatz losgelassen werden Die Frau eines Bauern ein Weib das 60 Jahre gelebt hatte und nur bekannt war wegen seiner guten Butter und gottgefälligen Reden sollte um Mitternacht ihrer Gruft entrissen und starr und nackt in jene ferne Stadt entführt werden die sie stets nur mit ihrem Sonntagsstart geehrt hatte Bis zum Anbruch des jüngsten Gerichts sollte der Platz neben ihrer Familie leer bleiben und ihr unschuldiger ihr fast ehrwürdiger Leib der üblen Neugier der Anatomen ausgeliefert werden Spät am Nachmittag machte sich das Paar auf den Weg fest in Mäntel gehüllt und ausgerüstet mit einer riesigen Flasche Ohne Unterlass strömte der Regen ein kalter Windstoß blies dann und wann aber die Flut stürzenden Wassers hielt ihr nieder trotz Flasche und allem was eine trübselige und schweigende Fahrt bis Penny Kug wo sie den Abend verbringen wollten einmal hielten sie an um in einem dichten Buschwerk unfern des Friedhofs ihre Werkzeuge zu verbergen ein zweites Mal bei Fischers Trift um am Küchenfenster Toast zu rüsten und die Schlucke durch ein Glas Bier abzulösen als sie das Ziel ihrer Reise erreichten wurde das Gig eingestellt das Pferd gefüttert und versorgt und die beiden jungen Doktoren ließen sich in einem Privatzimmer beim besten Essen und dem besten Weine die das Haus zu bieten vermochte nieder die Kerzen das Feuer der gegen das Fenster klopfende Regen das kalte finstere Werk das vor ihnen lag verlieh den Genüssen ihres Mahls besondere Würze jedes Glas steigerte ihre Ausgelassenheit nach einiger Zeit händigte Macfarlane seinem Gefährten einen kleinen Haufen Gold Stücke aus meinen Glückwunsch unter Freunden sollten diese verdammten kleinen Gefälligkeiten so selbstverständlich wie die Fidibusse sein Fette steckte das Geld ein und applaudierte diesem Kernspruch du bist ein Philosoph und ich war ein Esel bevor kennenlernte du und Kay ihr seid Kerle zum Henker ihr werdet noch einen Mann aus mir machen natürlich werden wir das ein Mann ich sage dir es erforderte schon einen ganzen Kerl mich am nächsten Morgen wieder hoch zu bringen es gibt manchen großen lärmenden 40 Jahre alten Schurken dem es beim Anblick jenes verdammten Dinges schlecht geworden wäre dir jedoch nicht du behielt deinen Kopf ich beobachtete dich na und warum denn nicht was ging mich die Sache eigentlich an auf der einen Seite war nichts zu gewinnen höchstens für Drieslichkeiten andererseits konnte ich aber auf deine Dankbarkeit rechnen das siehst du ja jetzt und er klopfte gegen seine Tasche dass die Goldstücke klang McFarlane empfand bei diesen unerfreulichen Worten eine gewisse Besorgnis vielleicht bedauerte er es seinen jungen aber er kam gar nicht dazu einzugreifen denn der andere fuhr lärmend in dem gleichen ruhmredigen tone fort die Hauptsache ist keine Angst zu haben na und was dich und mich anbetrifft so möchte ich eben nicht gern hängen das ist mal Tatsache und für jede Art Heuchelei McFarlane habe ich von Geburt an nur Verachtung gehabt Hölle Gott Teufel Recht Unrecht Sünde Verbrechen kurz die ganze uralte Raritätensammlung die kann vielleicht Knaben in Angst versetzen aber Männer von Welt wie du und ich haben dafür nur Verachtung komm Prost auf das Andenken Grace Mittlerweile war es ziemlich spät geworden das Gig wurde der Anweisung entsprechend vorgefahren beide Lampen wurden angezündet und die beiden jungen Leute bezahlten ihre Rechnung und machten sich auf den Weg sie erzählten dass sie nach Peebles fahren und hielten diese Richtung auch ein bis die letzten Häuser des Städtchens hinter ihnen lagen dann löschten sie der Laternen kehrten den gleichen Weg zurück und folgten einer Seiten Chaussee nach Glencors kein Laut war zu hören außer dem Rattern ihres eigenen Gefährts und dem unaufhörlichen schneidenden Strömen des Regens es war stockfinster hier und dort nur leitete sie ein heller Zaun oder ein weißer Stein in der Mauer eine kurze Strecke durch die Nacht meist mussten sie im Schritt ja fast kriechend ihren Weg durch das tönende Dunkel zu ihrem geheiligten und einsamen Bestimmungsort suchen in in den tiefen Wäldern die die Umgebung des Gottes Ackers durchziehen schwand auch der letzte Schimmer und es erwies sich als nötig ein Streichholz zu entzünden und wieder eine der Gig Laternen anzustecken so erreichten sie unter den tropfenden Bäumen umringt von gewaltigen schwankenden Schatten den Schauplatz ihrer unheiligen Arbeit beide besaßen in solchen Dingen Erfahrung und wussten den Spaten zu gebrauchen sie waren noch kaum 20 Minuten bei ihrem Werk als sie durch ein dumpfes Klappern auf dem Sargdeckel belohnt wurden am gleichen Moment schleuderte MacFarlane dem ein Stein in die Hand geraten war diesen sorglos hoch über den Kopf hinaus das Grab in dem sie jetzt fast bis zu den Schultern standen befand sich dicht am Rande des Kirchhof Plateaus und die Wagenlaterne stand um ihn bei ihrer Arbeit besser zu beleuchten gegen einen Baum gelehnt hart am Rande des steilen Abhanges der zum Fluss abfiel der Zufall hatte dem Stein ein sicheres Ziel gegeben das klirren zerbrochenen Glases ertönte Nacht senkte sich auf sie abwechselnd dumpfe und klirrende Geräusche kündigten das Herabstürzen der Laterne den Hang hinunter um ihren gelegentlichen Anprall gegen die Bäume ein oder zwei Steine die sie bei ihrem Fall mitgerassen hatten kollerten hinter ihnen drein in die Tiefe der Schlucht dann senkte Schweigen tief wie die Nacht von neuem seine Schwingen sie mochten ihr Gehör bis zum äußersten Anspannen nichts ließ sich vernehmen nur der Regen bald gejagt vom Winde bald ruhig fallend über Meilen offenen Landes ihr scheußliches Werk war fast beendet sie hielten es daher für das klügste die Arbeit im Dunkeln zu verändern der Sarg wurde der Erde entrissen und aufgebrochen der Leichnam in den triefenden Sack getan und nun trugen sie ihn gemeinsam zum Wagen einer stieg stetig auf um ihn an seinen Platz zu verstauen der andere ergriff das Pferd beim Zügel und tastete sich an Mauer und Gebüsch entlang bis sie bei Fischers Thrift die breite Straße erreichten hier leuchtete ein schwacher unsicherer Widerschein den sie wie das Tageslicht begrüßten sie setzten das Pferd in scharfem Trab ab und begannen vergnügt in Richtung auf die Stadtsuche zu rattern beide waren während ihrer Arbeit bis auf die Haut durchnässt worden und als das Gig jetzt über die ausgefahrene Geleise holperte fiel das Ding das zwischen ihnen gelehnt stand bald auf den einen bald auf den anderen bei jeder Wiederholung dieser scheußlichen Berührung stießen sie es instinktiv mit größerer Hass wieder zurück so natürlich dieser Vorgang war begann er doch den beiden Komplizen auf die Nerven zu gehen McFarlane machte über das Bauernweib einige Ruhr Witze aber sie kamen nur misstönend über seine Lippen verhalten im Schweigen noch immer taumelte ihre widernatürliche Last von einer Seite zur anderen mal lehnte sie fast vertrauens vor den Kopf gegen ihre Schultern mal klatschte ihnen die durchweichte Sackleinwand eisig ins Gesicht schleichende Kälte begann von fettes Seele Besitz zu ergreifen er schielte auf das Bündel und erschien ihm etwas größer als zuerst im ganzen weiten Lande und aus jeder Entfernung begleiteten die Bauernköter ihre Fahrt mit klagendem Geheul und stärker und stärker festigte sich in fettes Geist der Gedanke dass sich etwas Übernatürliches begeben hätte dass eine unbekannte Änderung mit dem toten Körper vorgegangen wäre dass die Hunde aus Furcht über ihre unheilige Last so heulten Gottes Willen sagte er nur mühsam die Worte hervorstoßen Gottes Willen lass uns Licht machen Mick Farlane kämpfte anscheinend mit einer ähnlichen Erregung denn obwohl er keine Antwort gab parierte er das Pferd reichte seinem Gefährten die Züge stieg ab und machte sich daran die ihnen verbliebene Laterne anzuzünden sie waren erst bis zu dem Kreuzwege nach Euchen Klinik gekommen der Regen strömte noch immer als wäre sie Sintflut zurückgekehrt es war keine leichte Aufgabe in einer Welt so voller Feuchtigkeit und finsternes Licht zu machen als endlich das flackernde blaue Flämmchen auf dem Docht übertragen war und aufzublühen um sich zu klären begann in einen weiteren Kreis trüben Licht es rund um den Wagen zog ermöglichte es den beiden jungen Leuten einander und das Ding das sie bei sich hatten zu sehen der Regen hatte den gruben Sack gleich einer Gussform über den darunter befindlichen Leichnam gezogen der Kopf trat scharf hervor und die Schultern waren deutlich abgezeichnet etwas geisterhaftes und menschliches zugleich hielt ihre Augen auf den gespenstlichen Fahrtkameraden gefesselt McFarlane stand eine Weile regungslos mit hocherhobener Lampe ein namenloses Entsetzen schlang wie ein nasses Laken um den Körper Fettes und straffte die fahle Haut auf seinem Antlitz eine Angst die sinnlos war ein grauen was wohl kommen würde nahm sein Hirn gefangen ein Sekunden schlag der Uhr und er hätte gesprochen doch sein Spießgeselle kam ihm zuvor das ist kein Weib sagte McFarlane mit leiser Stimme es war aber ein Weib als wir es hineinsteckten flüsterte Fettes halte die Laterne besetzte der andere ich muss ihr Gesicht sehen und als Fettes die Lampe genommen hatte löste sein Gefährte die Stricke des Sacks und zog die Hülle herunter von dem Haupt scharf fiel das Licht auf die düsteren wohlgestalteten Züger auf die glatt rasierten Ein wilder gellener Schrei klang durch die Nacht Beide sprangen seitwärts vom Wagen auf die Straße die Lampe fiel zerbrach und verlöschte und das Pferd erschrak durch diese ungewohnte Bewegung bäumte sich und raste im Galopp gegen Edinburgh mit sich führend als einzigen Insassen des Wagens den Leichnam des toten lange zerstückelten Grey Angst Eine Novelle von Stefan Zweig Als Frau Irene die Treppe von der Wohnung ihres Geliebten hinabstieg packte sie mit einem Male wieder jene sinnlose Angst Ein schwarzer Kreisel sorte plötzlich vor ihren Augen Die Knie froren zu entsetzlicher Starre und hastig musste sie sich am Geländer festhalten um nicht jelings nach vorne zu fallen Es war nicht das erste Mal dass sie den gefahrvollen Besuch wagte dieser jähe Schauer ihr keineswegs fremd immer unterlag sie trotz aller innerlichen Gegenwehr bei jeder Heimkehr solchen grundlosen Anfällen unsinniger und lächerlicher Angst Der Weg zum Rendezvous war unbedenklich leichter Da ließ sie den Wagen an der Straßenecke halten lief hastig und ohne aufzuschauen die wenigen Schritte bis zum Haustor und an die Stufen eilend empor wusste sie doch er warte schon innen auf sie hinter der rasch geöffneten Tür und diese erste Angst in der doch auch Ungeduld brannte zerfloss heiß in einer grüßenden Umarmung aber dann wenn sie heim wollte stieg es fristend auf dies andere geheimnisvolle Grauen nun wir gemengt mit dem Schauer der Schuld und jenem törrichten Wahn jeder fremde Blick auf der Straße vermöchte ihr abzulesen woher sie käme und mit frechem Lächeln ihre Verwirrung erwidern noch die letzten Minuten in seiner Nähe waren schon vergiftet von der steigenden Unruhe dieses Vorgefühls im Fort Wollen zitterten die Hände von nervöser Eiler zerstreut fing sie seine Worte auf und wehrte hastig den Nachzüglern seiner Leidenschaft fort nur fort wollte dann immer schon alles in ihr aus seiner Wohnung seinem Haus aus dem Abenteuer in ihre ruhige bürgerliche Welt zurück kaum wagte sie in den Spiegel zu schauen aus Furcht vor dem Misstrauen im eigenen Blick doch war es nötig zu prüfen ob nichts an ihrer Kleidung die Leidenschaft der Stunde durch Verwirrung verriete dann kamen noch jene letzten vergeblich beruhigenden Worte die sie vor Aufregung kaum hörte und jene horchende Sekunde hinter der bergenden Tür ob niemand die Treppe hinauf und hinab ginge draußen aber stand schon die Angst ungeduldig sie anzufassen und hemmte ihr so herrisch den Herz schlag dass sie immer schon atemlos die wenigen Stufen niederstieg bis sie die nervös zusammengeraffte Kraft versagen führte eine minute stand sie so mit geschlossenen Augen und atmete die dämmerige Kühle des Treppenhauses gierig ein da fiel von einem oberen Stock weg eine Tür entschloss erschreckt raffte sie sich zusammen und hastete in dass ihre Hände unwillkürlich den dichten Schleier noch fester zusammen rafften die Stufen hinab jetzt drohte noch jener letzte furchtbarste Moment das Grauen aus fremden Haustor auf die Straße zu treten und vielleicht in die vordringliche Frage eines vorübergehenden Bekannten hinein woher sie käme in die Verwirrung und Gefahr einer Lüge sie senkte den Kopf wie ein Springer beim Anlauf und eilte mit jem Entschluss gegen das halboffne Tor da stieß sie hart mit einer Frauen Person zusammen die offenbar beizukommen aber die Person sperrte ihr breit die Tür und starrte sie zornig und zugleich mit unverstellten Hohn an dass ich sie nur einmal erwische schrie sie ganz unbekümmert in einer derben Stimme natürlich eine anständige Frau eine sogenannte das hat nicht genug an einem Mann und dem viel Geld und allem das muss noch einem armen Mädel ihren geliebten abspenstig machen oh mein haben sie sie irren sich stammelte Frau Irene und machte einen linkischen Versuch durchzuwischen aber die Person pfropfte ihren massigen Körper breit in die Tür und keifte ihr Grill entgegen nein ich irre mich nicht ich kenne sie sie kommen von Eduard meinem Freund jetzt habe ich sie endlich einmal erwischt jetzt weiß ich warum er so wenig Zeit für mich in der letzten Zeit hat wegen ihnen Gottes Willen unterbrach sie Frau Irene mit erlöschender Stimme schreien sie doch nicht so und trat unwillkürlich in den Hausflur wieder zurück die Frau sah sie hönneschern diese schlotternde Angst diese sichtliche Hilflosigkeit schien ihr irgendwie wohl zu tun denn mit einem selbstbewussten und spöttisch zufriedenen lächeln musste sie jetzt ihr Opfer ihre Stimme wurde vor gemeinen Wohlbehagen ganz breit und beinahe behäbig so sehen sie also aus diese verheirateten Damen die noblen vornehmen Damen wenn sie einem die Männer stehen gehen verschleiert natürlich verschleiert damit man nachher überall die anständige Frau spielen kann was was wollen sie denn von mir ich kenne sie ja gar nicht ich muss fort fort ja natürlich zum herren gemahl in die warme stube die vornehme dame spielen und sich auskleiden lassen von den dienstboten aber was unser eintreibt ob das krepiert verhunger das schert ja so eine vornehme dame nicht zu einer stehen sie auch das letzte diese anständigen Frauen Irene gab sich einen ruck und griff einer wagen eingebung gehorchend in ihr portemonnaie und fasste was sie gerade an banknoten in die hand kam da da haben sie aber lassen sie mich jetzt ich komme nie mehr her ich schwöre es ihnen mit einem bösen blicken nahm die Person das Geld Luder momente sie dabei Frau Irene zuckte unter dem Wort zusammen aber sie sah dass die andere ihr die Tür freigab und stürzte hinaus dumpf und atemlos wie ein Selbstmörder vom Tor sie spürte Gesichter als verzerrte Fratzen vorbeigleiten wie sie vorwärts lief und drang sich mühsam mit schon verdunkeltem Blick durch bis zu einem Automobil das an der Ecke stand wie eine Masse warf sie ihren Körper in die Kissen dann wurde alles in ihr starr und regungssoße und als der Chauffeur endlich verwundert den sonderbaren fahrgast fragte wohin der Weg ginge starrte sie ihn in einem Augenblick ganz leer an bis ihr benommenes Gehirn seine Worte schließlich erfasste zum Südbahnhof stieß sie dann hastig heraus und plötzlich vom Gedanken erfasst die Person könnte ihr folgen rasch fahren sie schnell in der Fahrt erst spürte sie wie sehr diese Begegnung sie ins Herz getroffen hatte sie tastete ihre Hände an die erstarrte und kalt wie abgestorbene Dinge an ihrem Körper niederhingen und begann mit einem Male so zu zittern dass es sie schüttelte in der Kehle klomm etwas bitteres empor sie spürte Brechreiz und zugleich eine sinnlose dumpfe Wut die wie ein Krampf das innere ihrer Brust herauswühlen wollte am liebsten hätte sie geschrien oder mit den Fäusten getobt sich freizumachen von dem Grauen dieser Erinnerung die fest wie ein Angelhaken in ihrem Gehirn saß dieses wüste Gesicht mit seinen höhnischen Lachen dieser Dunst von Gemeinheit der Aufstieg vom schlechten Atem der Proletarierin dieser wüste Mund der voll Hass ihr hart bis ins Gesicht die niedrigen Worte gespiehen und die gehobene rote Faust mit der sie gedroht hatte immer stärker wurde das Übelkeitsgefühl immer höher glomm es in die Kehle dazu schleuderte der rasch rollende Wagen hin und her und eben wollte sie dem Chauffeur bedeuten langsamer zu fahren als sie noch rechtzeitig einfiel sie hätte vielleicht nicht mehr genug Geld bei sich ihn zu bezahlen da sie doch alle Banknoten an diese Erpresserin gegeben hastig gab sie das Signal zum Halten und stieg zu neuerlicher Verwunderung des Chauffeurs plötzlich aus glücklicherweise rechte der Rest ihres Geldes aber dann fand sie sich in einem fremden Bezirk verschlagen in einem Geschiebe geschäftiger Menschen die ihr physisch wehtaten mit jedem Wort und jedem Blick dabei waren ihre Knie wie aufgeweicht von der Angst und trugen unwillig die Schritte vorwärts aber sie musste heim und alle Energie zusammenraffend stieß sie sich von Gasse zu Gasse fort mit einer übermenschlichen Anstrengung als ob sie durch ein Morast wartete oder knietiefen Schnee endlich kam sie zu ihrem Hause und stürzte mit einer nervösen enthast die sich aber sofort wieder mäßigte um nicht durch ihre Unruhe aufzufallen die Treppe hinauf erst jetzt da ihr das Dienstmädchen den Mantel abnahm sie nebenan ihren kleinen Knaben mit der jüngeren Schwester laut spielen hörte und der beruhigte Blick überall eigenes fasste eigentum und geborgenheit gewann sie wieder einen äußeren schein von der gefasstheit zurück in des unterirdisch die woge der erregung noch schmerzhaft die gespannte brust durchrollte sie nahm den schleier ab glättete mit dem starken willen arglos zu scheinen ihr gesicht und trat in das speisezimmer wo ihr Mann bei dem abendlichen spät spät liebe Irene grüßte er mit sanftem Vorwurf und stand auf und küsste sie auf die Wange was ihr unwillkürlich ein peinliches Gefühl der Scham erweckte sie setzte sich zu Tische und gleichgültig kaum von der Zeitung weg fragte er wo warst du so lange ich war bei bei Amelie sie musste da noch etwas besorgen und ich ging mit ergänzte sie und schon zornig über die eigene Unbedachtsamkeit so schlecht gelogen zu haben sonst rüstete sie immer im Voraus eine sorgfältig ausgeklügelte allen Möglichkeiten der Überprüfung trotz einer Lüge heute aber hatte die Angst sie daran vergessen lassen und zu einer so ungeschickten Improvisation gezwungen wenn fuhr es ihr durch den Sinn ihr Mann wie jüngst in dem Stück das sie im Theater sahen hinterher telefonierte und sich erkundigte was hast du denn du scheinst mir so nervös und warum nimmst du den Hut nicht ab sie schrag zusammen als sie sich neuerdings in ihrer Verlegenheit ertapp fühlte stand arlich auf ging in ihr Zimmer den Hut abzunehmen und sah dabei im Spiegel ihr unruhiges Auge so lange an bis das Mädchen kam mit der Abendmahlzeit und es wurde ein Abend wie alle anderen vielleicht etwas mehr wortkarg und weniger gesellig als sonst ein Abend mit einem armen müden oft hin stolpernden Gespräch ihre Augen wanderten den Weg unablässig zurück und schracken immer entsetzt empor wenn sie zu jener Minute kamen in die grauenhafte Nähe der Erpresserin dann hob sie immer den Blick um sich geborgen zu fühlen griff Ding um Ding in der beseelten Nähe jedes durch Erinnerung und Bedeutung in die Zimmer gestellt zärtlich an und eine leichte Beruhigung kehrte in sie zurück und die Wanduhr gemächlich mit ihrem stählernen Schritt des Schweigens durchschreitend gab ihrem Herzen unmerklich wieder etwas von seinem gleichmäßigen sorglos sicheren Takt Am nächsten Morgen als ihr Mann in seine Katzlei die Kinder spazieren gegangen waren und sie endlich mit sich allein blieb verlor im klaren Vormittags Licht jene schreckhafte Begegnung bei nachträglicher Überprüfung viel von ihrer Beängstigung Frau Irene besann sich zunächst dass ihr Schleier sehr dicht und dass jener Person dadurch unmöglich gewesen war die Züge ihres Gesichtes genau wahrzunehmen und wieder zu erkennen zu können ruhig erwog sie nun alle Maßnahmen der Vorbeugung auf keinen Fall würde sie ihren Geliebten nochmals in seiner Wohnung aufsuchen und damit war wohl die eheste Möglichkeit eines solchen Überfalls beseitigt blieb also nur die Gefahr einer zufälligen Wiederbegegnung mit dieser Person doch auch eine solche war unwahrscheinlich denn nach gefolgt konnte sie ihr die doch im Automobil geflüchtet war nicht sein Name und Wohnung waren ihr fremd und ein sonstiges zuverlässiges erkennen nach dem undeutlichen Gesichtsbilder nicht zu befürchten aber auch für diesen äußersten Fall war Frau Irene gerüstet dann nicht mehr im Schraubstock der Angst würde sie einfach so beschloss sie sofort ruhige Haltung bewahren alles ableugnen kühl einen Irrtum behaupten und da ein Beweis jenes Besuches anders als zur Stelle kaum zu erbringen war diese Person eventuell der Erpressung bezichtigen nicht umsonst war Frau Irene die Gattin eines der bekanntesten Verteidiger der Residenz sie wusste genau aus dessen Gesprächen mit Fachkollegen dass Erpressung nur sofort und durch größte Kaltblütigkeit gedrosselt werden könnten weil jede Verzögerung jeder Schein von Unruhe von Seines Gegners nur steigert Die erste Gegenmaß Regel war ein knapper Brief an ihren Geliebten sie könne morgen zur vereinbarten Stunde nicht kommen auch in den nächsten Tagen nicht Beim Überlesen schien ihr das Billett in dem sie zum ersten Mal ihre Schrift verstellte etwas frostig im Ton und schon wollte sie die ungefälligen Worte durch Intimere ersetzen als die Erinnerung an die gestrige Begegnung plötzlich einen unter ihr schrägen Groll der unbewusst die Kälte der Zeilen verschuldet hatte ihr erklärte ihr Stolz war gereizt durch jene peinliche Entdeckung in der Gunst ihres Liebhabers eine so niedere und unwürdige Vorgängerin abgelöst zu haben und mit gehässigerem Gefühl die Worte prüfend freute sie sich nun rachsüchtig der kühlen Art mit der sie ihr kommen darin gewissermaßen in die Sphäre ihrer gütigen Laune erhob sie hatte diesen jungen Menschen einen Pianisten von Ruf in einen freilich noch begrenzten Kreise bei einer gelegentlichen Abendunterhaltung kennengelernt und war bald ohne es recht zu wollen und beinahe ohne es zu begreifen seine Geliebte geworden nichts in ihrem geistiges sie seinem Körper verbunden sie hatte sich ihm hingegeben ohne seiner zu bedürfen oder ihn nur stark zu begehren aus einer gewissen Trägheit des Widerstandes gegen seinen Willen und einer Art unruhigen Neugier nichts in ihr weder ihr durch eheliches glückvoll befriedigtes Blut noch das bei Frauen so häufige Gefühl in ihren geistigen Interessen zu verkümmern hatte ihr einen Liebhaber zum Bedürfnis war vollkommen glücklich an der Seite eines begüterten geistig hier überlegenen Gatten zweier Kinder träge und zufrieden gebettet in ihrer behaglichen breitbürgerlichen windstillen Existenz aber es gab eine Schlaffheit der Atmosphäre die ebenso sinnlich machte als Schwüle oder Sturm eine Wohltemperiertheit des Glückes die aufreizender ist als Unglück und für viele Frauen durch ihre Wunschlosigkeit ebenso verhängnisvoll als eine dauernde Unbefriedigung durch Hoffnungslosigkeit Sattheit reizte nicht minder wie Hunger und das gefahrlose Gesicherte ihres Lebens gab ihr Neugier nach dem Abenteuer Nirgends war Widerstand in ihrer Existenz überall griff sie ins Weiche überall war Vorsorglichkeit Zärtlichkeit laue Liebe und häusliche Achtung hinausgebreitet und ohne zu ahnen dass diese Gemäßigkeit der Existenz niemals von äußeren Dingen bemessen wird sondern immer nur Widerspiegel einer inneren Beziehungslosigkeit ist fühlte sie sich irgendwie um das wirkliche Leben durch diese Behaglichkeit betrogen ihre dämmernden Mädchenträume von der großen Liebe und der Ekstase des Gefühls eingeschläfert von den freundlichen Beruhigungen der ersten Ehejahre und dem spielhaften Reiz junger Mütterlichkeit begannen jetzt da sie sich dem dreißigsten Jahre näherte wieder zu erwachen und wie jede Frau maß sie sich innerlich die Fähigkeit zu großer Leidenschaft bei ohne aber dem Willen zum Erleben den Mut beizugesellen der das Abenteuer mit seinem wahrhaften Preis der Gefahr bezahlt Als sie nun in diesen Augenblicken einer Zufriedenheit die sie selbst nicht zu steigern vermochte dieser junge Mensch mit starkem unverhehtem Begehren sich ihr näherte und von der Romantik der Kunst umwittert in ihre bürgerliche Welt trat wo sonst die Männer nur mit lauen Späßen und kleinen Koketterien die schöne Frauen ihr respektvoll feierten ohne je ernstig das Weib in ihr zu begehren führte sie sich zum ersten Mal seit ihren Mädchentagen wieder in ihrem Innersten gereizt An seinem Wesen hatte sie vielleicht nichts verlockt als ein Schatten von Trauer der über seinem etwas zu interessant orangierten Gesicht lag und von dem sie sich nicht zu unterscheiden wusste dass er eigentlich ebenso erlernt sei wie das Nachdenklichkeit aus der er ein längst vorstudiertes Impromptu erhob In dieser Traurigkeit lag für sie die sich vor lauter satten und bürgerlichen Menschen umringt fühlte eine Ahnung jener höheren Welt die ihr farbig aus den Büchern entgegen blickte und romantisch in den Theaterstücken sich regte und unwillkürlich beugte sie sich über den Rand ihrer täglichen Gefühle um sie zu betrachten ein Kompliment aus der Hingerissenheit der Sekunde vielleicht etwas heißer als schicklich dargebracht ließ ihn vom Klavier zu der Frau aufschauen und schon dieser erste Blick griff nach ihr sie erschrak und fühlte gleichzeitig die Wollust aller Angst ein Gespräch in dem alles wie von unterirdischen Flammen durchgeleuchtet und der Hitz schien beschäftigte und reizte ihre nun schon rege Neugier so sehr dass sie einer neuerlichen Begegnung in einem öffentlichen Konzert nicht auswich sie sahen sich dann öfter und bald nicht mehr durch Zufall der Ehrgeiz dass sie ihrem musikalischen Urteil bisher wenig wert zugemutet hatte und mit Recht ihrem künstlerischen Gefühl Bedeutung versagte ihm einen wirklichen Künstler als Verstehende und Beratender viel bedeute wie er es ihr wiederholt versicherte ließ sie wenige Wochen später voreilig seinem Vorschlage vertrauen er wolle ihr und nur ihr allein sein neuestes Werk bei sich vorspielen ein Versprechen das in seiner Absicht vielleicht halb aufrichtig war aber doch in Küssen und schließlich ihrer überraschten Hingabe unterging Schlechtigkeit Das Ungeregelte seiner finanziellen Existenz die zwischen Verschwendung und Verlegenheit ewig pendelte waren ihrem Bourgeoisen empfinden antipathisch wie die meisten Frauen wollte sie den Künstler sehr romantisch von der Ferne und sehr gesittet im persönlichen Umgang ein funkelndes Raubtier aber hinter den Eisenstäben der Sitte Die Leidenschaft die sie an seinem Spiel berauschte beunruhigte in seiner körperlichen Nähe sie mochte eigentlich diese plötzigen und herrischen Umarmung nicht deren eigenwillige Rücksichtlosigkeit sie unwillkürlich mit der nach Jahren noch scheuen und verehrungsvollen Glut ihres Mannes verglich aber nun sie einmal in die Untreu geraten war kam sie wieder und wieder zu ihm ohne beglückt ohne enttäuscht zu sein aus einem gewissen Gefühl der Verpflichtung und einer Trägheit der Gewöhnung sie war eine jener Frauen die selbst unter den leichtsinnigen und sogar den Kokotten nicht selten sind deren innere Bürgerlichkeit so stark ist dass sie selbst in den Ehebruch eine Ordnung in die Ausschweifung eine Art Häusigkeit mitbringen und selbst das seltenste Gefühl mit geduldiger Maske in einer Alltäglichkeit zu verspinnen suchen Nach wenigen Wochen schon passte sie diesen jungen Menschen ihren Geliebten irgendwo säuberlich in ihr Leben ein bestimmte ihm so wie ihren Schwiegereltern einen Tag in der Woche aber sie gab mit dieser neuen Beziehung nichts von ihrer alten Ordnung auf sondern legte nur gewissermaßen ihrem Leben etwas hinzu dieser Geliebte änderte bald gar nichts mehr an behaglichen Mechanismus ihrer Existenz er wurde irgendein Zuwachs von temperiertem Glück wie ein drittes Kind oder ein Automobil und das Abenteuer schien ihr bald so banal wie der erlaubte Genuss das erste Mal nun dass sie das Abenteuer mit seinem wirklichen Preis der Gefahr bezahlen sollte begann sie kleinlich auf seinen Wert zu berechnen vom Schicksal verwöhnt verzerrt von ihrer Familie fast wunschlos gemacht durch günstige Vermögensverhältnisse schien schon die erste Unbequemlichkeit ihrer Wehleidigkeit zu viel sie weigerte sich sofort etwas von ihrer seelischen Sorglosigkeit herzugeben und war eigentlich ohne Überlegung bereit den Geliebten ihrer Gemächlichkeit zu opfern die Antwort ihres Geliebten ein aufgeschreckter nervös hingestammelter Brief noch am Nachmittag von einem Boten überbracht ein Brief der verstört flehte klagte und anklagte machte sie wieder unsicher in ihrem Entschluss das Abenteuer zu enden weil diese Gier ihre Eitelkeit schmeichelte und sie durch seine ekstatische Verzweiflung entzückte ihr Geliebter bat sie in dringendsten Worten wenigstens um eine flüchtige Begegnung damit er doch wenigstens seine Schuld aufklären könne falls er sie durch irgendetwas unwissend verletzt haben sollte und nun reizte sie das neue Spiel weiter mit ihm zu schmollen und durch Unmotiviertes verweigern sich ihm noch kostbarer zu machen sie empfand sich jetzt inmitten einer Aufregung und das tat ihr wir allen innerlich kühlen Menschen wohl um Brande zu sein von Leidenschaften und doch selbst nicht zu brennen so bestellte sie ihn in eine Konditorei von der sie sich plötzlich wieder erinnerte dort als junges Mädchen ein Rendezvous mit einem Schauspieler gehabt zu haben eines freilich dass sie jetzt kindisch düngte in seiner Ehrerbietung und Sorglosigkeit seltsam lächelte sie in sich hinein dass die Romantik in ihrem Leben jetzt wieder aufzublühen begann die in all den Jahren ihrer Ehe verkümmert war und beinahe war sie schon jener brüsk in Begegnung mit der Weibsperson von gestern innerlich froh bei der sie seit langem wieder ein wirkliches Gefühl so stark und stimulierend empfunden hatte dass ihre sonst ganz leicht entspannten Nerven noch unterirdisch davon bebten sie nahm diesmal ein dunkles und auffälliges Kleid und einen anderen Hut um bei der möglichen Begegnung die Erinnerung jener Person irre zu machen einen Schleier hatte sie schon bereit um sich unkenntlicher zu machen aber ein plötzlich aufsteigender Trotz ließ sie ihn beiseite legen sollte sie es denn nicht wagen dürfen sie eine geachtete angesehene Frau auf die Straße zu gehen aus Angst vor irgendeiner Person die sie gar nicht kannte und schon mengte sich die Furcht vor der Gefahr ein fremdartig lockender Reiz eine kampfbereite gefährlich Schneide eines Dolchers zu fühlen oder in die Mündung eines Revolvers zu schauen in dessen schwarzer Hülse der Tod zusammengepresst sitzt in diesem Schauer des Abenteuers war etwas von ihrem geborgenen Leben Ungewohntes dem wieder nahe zu sein es sie spielhaft verlockte eine Sensation die ihre Nerven jetzt wundervoll spannte und elektrische Funken durch ihr Blut sprühte Ein flüchtiges Angstgefühl überflog sie nur in der ersten Sekunde da sie die Straße betrat ein böser Schauer von rieselnder Kälte wie wenn man die Fußspitze prüfend ins Wasser taucht ehe man sich der Welle voll hingibt Aber eine Sekunde bloß flog diese Kälte durch sie hin dann rauschte mit einem Mal in ihr eine seltene Lebensfreude auf die Lust so leicht stark und elastisch anzuschreiten mit einem gespannten gehobenen Schritt den sie an sich selber nicht kannte Fast leid war es ihr dass die Konditorei so nahe lag denn irgendein Wille trieb sie jetzt rhythmisch weiter fort in die aber die Stunde war knapp die sie der Begegnung bestimmt hatte und eine angenehme Sicherheit im Blut verhieß ihr dass ihr Geliebter sie bereits erwartete er saß in einer Ecke als sie eintrat und sprang mit einer Erregung auf die sie angenehm und peinlich zugleich berührte sie musste ihn mahnen die Stimme zu dämpfen so heiß sprudelte er aus dem Tumult seiner inneren Erregtheit ein Wirbel von Fragen und Vorwürfen ihr entgegen ohne den wahrhaften Grund ihres Ausbleibens auch nur anzudeuten spielte sie mit Andeutung die ihn durch ihre Unbestimmtheit noch mehr entzündeten für seine Wünsche blieb sie diesmal unnahbar und zögerte selbst mit Versprechung weil sie spürte wie sehr dies Geheimnis soll plötzlich ihr entziehen und versagen ihn aufreizte und als sie ihn nach einer halben Stunde heißen Gesprächs verließ ohne ihm das Mindeste an Zärtlichkeit gewährt oder auch nur verheißen zu haben loderte sie innen von einem sehr seltsamen Gefühl wie sie es nur als Mädchen gekannt hatte es war ihr als glimmer eine kleine prickelnde Flamme tief unten und warte nur auf den Wind der das Feuer aufpeitschte dass es über ihrem Haupt zusammenschlage sie nahm jeden Blick der in die Gasse zusprengte hastig mit dem vorüberschreiten und der unerwartete Erfolg vieler solcher männlicher Lockung reizte ihre Neugier nach dem eigenen Gesicht so sehr dass sie plötzlich vor dem Spiegel an der Auslager einer Blumenhandlung stehen blieb um im Rahmen roter Rosen und tauglitzender Fallchen ihre eigene Schönheit zu sehen funkelnd blickte sie sich an leicht und jung ein woll lustig halb geöffneter Mund lächelte ihr von drüben Zufriedenheit zu und beflügelt fühlte sie nun ihre Glieder im Weiterschretten ein Verlangen nach einer körperlichen Entkettung nach Tanz oder Taumel löste den gewohnten gemächelichen Rhythmus aus ihren Schritten und ungern hörte sie jetzt von der Michaeler Kirche an der sie vorbeieilte die Stunde die sie nach Hause rief in ihre enge ordentliche Welt seit ihren Mädchentagen hatte sie sich nie so leicht empfunden nie so beseelt in allen Sinnen nicht die ersten Tage der Ehe und nicht die Umarmung ihres Geliebten hatten derart mit Funken ihren Leib gestachelt diese süße Besessenheit des Blutes an geregelte Stunden zu verschwenden müde ging sie weiter vor dem Hause blieb sie noch einmal zögern stehen die feurige Luft das verwirrende dieser Stunde noch einmal mit geweihteter Brust in sich einzuatmen sie tief bis ans Herz zu spüren diese letzte verebende Welle des Abenteuers da rührte sie jemand an der Schulter sie wandte sich um was was wollen sie denn schon wieder stemmet sie sie tödlich erschreckt als sie sie selbst sie verhängnisvolle Worte sagen zu hören sie hatte sich doch vorgenommen dieser Frau nicht mehr zu erkennen wenn sie ihr jemals wieder begegnen sollte alles abzuleugnen Stirn an Stirn der Erpresserin entgegen zu treten jetzt war es zu spät ich warte schon eine halbe Stunde hier auf sie Frau Wagner Irene zuckte zusammen als sie ihren Namen hörte die Person wusste ihren Namen ihre Rettungssoße ausgeliefert sie hatte Worte zwischen ihren Lippen die sorgsam vorbereiteten und berechneten Worte aber ihre Zunge war gelähmt und ohne Kraft einen laut hervorzubringen eine halbe Stunde warte ich schon Frau Wagner und wie ein Vorwurf wiederholte die Person ihre Worte was wollen sie was wollen sie denn von mir sie wissen schon Frau Wagner Irene zuckte bei dem Namen wieder zusammen sie wissen ganz genau warum ich komme ich habe ihn nie mehr gesehen lassen sie mich jetzt nie mehr werde ich ihn sehen nie die Person wartete gemächlich bis Irene in ihre Erregung nicht mehr weiter konnte dann sagte sie barsch wie zu einer untergeben lügen sie nicht ich bin ihnen ja nachgegangen bis an die Konditorei und fügte ich habe ja keine Beschäftigung aus dem Geschäft haben sie mich entlassen wegen Arbeitsmangels wie sie sagen und wegen der schlechten Zeiten nach das nutzt man halt aus und da geht unsereins auch mal ein bisschen spazieren ganz so wie die anständigen Frauen sie sagte das mit einer kalten Bosheit die Irene ins Herz stach Berlus fühlte sie sich gegen die nackte Brutalität dieser Gemeinheit und immer wirbeliger fasste sie die Angst Gedanke die Person könnte jetzt wieder laut zu sprechen anfangen oder ihr Mann könnte vorbeikommen und dann wäre alles verloren rasch tastete sie in den Muff riss ihre Silbertasche auf und holte alles Geld heraus das ihr in die Finger kam mit Ekel stieß sie in die Hand die sich schon langsam in sich er Erwartung der Beute frech entgegen streckte aber diesmal da in der Luft schweben und offen wie eine Kralle geben sie mir doch auch die Silbertasche damit ich das Geld nicht verliere sagte dazu der höhnisch aufgeworfene Mund mit einem leisen kollernen Lachen Irene blickte ihr in das Auge aber nur eine Sekunde dieser frechige gemeine Hohn war nicht zu ertragen wie einen brennenden Schmerz spürte sie Eke ihren ganzen Körper durchdringen nur vor Ort vor Ort nur dies Gesicht nicht mehr sehen abgebannt mit rascher Bewegung streckte sie ihr die kostbare Tasche hin dann lief sie von grauen gejagt die Treppe empor ihr Mann war nicht zu Hause so konnte sie sich hinwerfen auf das Sofa regungslos wie von einem Hammer getroffen blieb sie liegen nur durch die Finger sprang ein wildes Zucken und nichts in ihrem Körper vermochte sich zu wehren gegen diese aufstürmende Gewalt des entfesselten Grauens erst als sie die Stimme ihres Mannes von draußen hörte raffte sie sich mit äußerster Anstrengung auf und schleppte sich in das andere Zimmer mit automatischen Bewegung und entsehten Sinnen nun saß das Grauen bei ihrem Haus und rührte sich nicht aus den Zimmern in den vielen leeren Stunden die immer wieder Welle auf Welle die Bilder jener entsetzlichen Bewegung in ihr Gedächtnis zurückspulten wurde ihr das hoffnungslose ihrer Situation vollkommen klar die Person wusste und begreiflich war ihr wie das geschehen konnte ihren Namen ihre Wohnung und würde da ihre ersten Versuche so vortrefflich gelungen waren nun und zwar verhaft kein Mittelscheuen ihre Mitwisserschaft zu dauernder Erpressung nutzbar zu machen Jahre und Jahre lang würde sie wie ein Alp auf ihrem Leben lasten nicht abzuschütteln durch keiner auch die verzweifelte Anstrengung denn ob zwar vermögend und die Gattin eines begüterten Mannes war es Frau Irene doch nicht möglich ohne ihren Gemahl zu verständigen eine so bedeutende Summe aufzubringen die sie ein für allemal von dieser Person befreite und außerdem dies wusste sie aus zufälligen Erzählungen ihres Mannes und dessen Prozessen waren doch Verträge und Versprechungen so abgefeimter und ehrenloser Person gänzlich unwertig Einen Moment oder zwei vielleicht so rechnete sie war das Verhängnis noch fernzuhalten da musste das künstliche Gebäude ihres häuslichen Glückes niederstürzen und geringe Befriedigung bot die Gewissheit dass sie die Erpresserin in ihren Sturz mitriss denn was waren sechs Monate Gefängnis für jene gewisse liederliche und wohl schon abgestrafte Person im Vergleich gegen die Existenz die sie selber verlor und von der sie entsetzt fühlte dass sie ihre einzig mögliche sei eine neue anzufangen entehrt und bemakelt schien ihr die vom Leben sich bisher nur immer hatte beschenken lassen und keinen Teil ihres Schicksals selbst gezimmert unfassbar und dann ihre Kinder waren ja hier ihr Mann ihr Heim diese Dinge von denen sie jetzt erst da sie sie verlieren sollte spürte wie sehr sie Teil und Wesen ihres inneren Lebens waren all das woran sie früher nur mit dem bloßen Kleid gestreift war empfand sie mit einem Mal entsitzig notwendig und der Gedanke schien ihr manchmal unfassbar ja traumhaft unwirklich dass eine fremde vagabond denn die irgendwo auf der Straße lauerte die Macht haben sollte diesen warmen Zusammenhalt mit einem einzigen Wort zu springen unabwendbar war das spürte sie jetzt mit entsetzlicher Gewissheit das Verhängnis unmöglich entkommen aber was was würde geschehen von morgen bis abend rüttelte sie an der frage eines tages würde ein brief an ihren man kommen sie seien schon eintreten blass mit finsterem blick sie beim arme fassen sie fragen aber dann was würde dann geschehen was würde er tun hier verloschen die bilder plötzlich im dunkel einer wirren und grausamen angst sie wusste nicht weiter und ihre vermutung stürzten schwindelig ins bodenlose eines wurde ihr aber in diesen brütenden sinnen grauenhaft bewusst wie ungenau sie eigentlich ihren mann kannte wie wenig sie seine entschließung im voraus zu berechnen vermochte sie hatte ihn auf die anregung ihrer eltern hin aber ohne widerstand und mit einer angenehmen durch die späteren jahre nicht enttäuschten sympathie geheiratet und glücks in seiner seite gelebt hatte kinder von ihm ein heim und zahllose stunden körperlicher gemeinschaft aber jetzt erst da sie sich nach seinem möglichen verhalten fragte wurde ihr klar wie fremd und unbekannt er ihr geblieben war sie entdeckte in den fieberhaften rückblicken mit denen sie die letzten jahre gleich gespenstischen scheinwerfern absuchte dass sie nie nach seinem wirklichen wesen geforscht hatte und nun nach jahren nicht einmal wusste ob er hart war oder nachgiebig streng oder zärtlich mit einem verhängnisvoll späten von dieser ernsten lebensangst aufgerütteten schuldgefühl musste sie sich bekennen nur die flache die gesellschaftliche schicht seines wesens gekannt zu haben und nie die innere aus der in jener tragischen stunde die entscheidung geschürft werden musste und willkürlich begann sie nach kleinen zügen und andeutungen zu forschen sich zu besinnen wie er in ähnlichen fragen gesprächsweise geurteilt habe und zu ihrem peinlichen erstaunen wurde ihr bewusst dass er fast niemals über seine persönlichen anschauungen zu ihr gesprochen hatte freilich andererseits und auch dass die sich an ihn mit ähnlich verinnerlichten fragen gewendet habe nun erst begann sie sein ganzes leben an vereinzelten zügen zu messen die seinen charakter ihr aufdeuten konnten an jede kleine erinnerung pochte sie ihre angst mit zaghaftem hammer eingang zu finden in die geheimen kammern seines herzens die kleine äußerung belauschte sie nun und fieberte schon sein kommen ungeduldig entgegen sein gruß traf sie kaum ins gesicht aber doch in seinen gesten nun wer ihr die hand küsste oder das haar mit den fingern überschmeichelte schien ihr eine zärtlichkeit zu legen die obzwar sie stürmische gebärden keusch scheute eine tiefe innere neigung andeuten mochte er war immer gemessen wenn er zu ihr sprach niemals ungeduldig oder erregt und in seinem ganzen gehaben von einer gelassenen freundlichkeit doch einer wie ihre unruhe zu mutmaßen begann die wenig verschieden war von der zu den dienstboten und sichtlich geringer als die zu den kindern die bei ihm immer rege bald heitere bald leidenschaftliche form annahmen er erkundigte sich auch heute wieder umständlich nach häuslichen Dingen gleichsam um ihr gelegenheit zu geben ihre interessen vor ihm auszubreiten indes er die seinen verbarg und zum ersten mal entdeckte sie jetzt da sie ihn beobachtete wie sehr er sie schonte mit welcher zurückhaltung er sich ihren täglichen Gesprächen deren harmlose Banalität sie mit einem Male entsetzt erkannte anzupassen bemühte von sich selbst gab er nichts her im Wort und ihre nach blieb unbefriedigt so durchfragte sie da das Wort ihn nicht verriet sein Gesicht nun er in seinem Fortue saß ein Buch lesend und scharf beleuchtend von der elektrischen Flamme wie in ein fremdes Antlitz sah sie in das seine hinein und suchte den vertrauten und mit einem Male wieder fremden Zügen des Charakters zu entraten den acht Jahre beisammen sein ihrer Gleichgültigkeit verborgen hatten die Stirne war hell und edel wie von einer inneren starken geistigen Anstrengung geformt der Mund aber streng und ohne Nachgiebigkeit alles war straff in seinen sehr männlichen Zügen Energie und Kraft Erstaunt eine Schönheit darin zu finden und mit einer gewissen Bewunderung betrachtete sie diesen Verhalten in Ernst diese sichtliche Herbheit seines Wesens die sie bisher immer in ihrer einfältigen Art nur als wenig unterhaltsam empfunden und gern gegen eine gesellschaftliche Gesprächigkeit vertauscht hätte Die Augen aber in denen doch das wirkliche Geheimnis verschlossen sein musste waren auf das Buch gesenkt und so ihrer Betrachtung entzogen So konnte sie immer nur fragend auf das Profil stachen als bedeute diese geschwungene Linie ein einziges Wort das Gnade sagte oder Verdammnis dies fremde Profil dessen Härte sie erschreckte aber in dessen Entschlossenheit ihr eine merkwürdige Schönheit zum ersten Mal bewusst wurde Mit einem Male spürte sie dass sie ihn gerne ansah mit Lust und mit Stolz irgendetwas zerrte ihr bei den Wachwerden dieser Empfindung schmerzhaft in der Brust ein dumpfes Gefühl das Bedauern war für irgendetwas Versäumtes eine beinahe sinnliche Spannung die sie nie ähnlich stark von seiner körperlichen Wesen empfangen zu haben sich entsinnen konnte da da er vom Buche auf all ich trat sie tief ans dunkel zurück um nicht mit der brennenden Frage ihrer Blicke sein Verdacht zu entzünden Drei Tage hatte sie nun das Haus nicht verlassen und schon merkte sie mit Unbehagen dass ihre mit einem Male so beharrliche Gegenwart den anderen bereits auffällig geworden war denn im Allgemeinen zählte es bei ihr zu den Seltenheiten dass sie viele Stunden oder gar Tage in den eigenen Räumen verbrachte wenig häuslich veranlagt durch materielle Unabhängigkeit von den kleinen Sorgen der Wirtschaft enthoben gelangweilt von sich selbst war die Wohnung ihr kaum mehr als ein flüchtiger Ruheplatz und die Straße das Theater die gesellschaftlichen Vereinigungen mit ihren bunten Begegnungen dem ewigen Zustrom äußerer Veränderung ihr liebster Aufenthalt weil hier das Genießen keine innere Anstrengung erforderte und bei schlummerndem Gefühl die Sinne vielfache Reizung empfinden Frau Irene gehörte mit ihrer ganzen Denkweise zu jener eleganten Gemeinschaft der Wiener Bourgeoisie deren ganze Tagesordnung nach einer geheimen Vereinbarung darin zu bestehen scheint dass alle Mitglieder dieses unsichtbaren Bundes einander zu gleichen Stunden mit den gleichen Interessen unablässig begegnen und dies ewig vergleichende beobachten 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 und begegnen ermählich zum Sinn ihrer Existenz erheben auf sich selbst angewiesen und vereinsamt verliert ein so anlässige Gemeinsamkeiten gewöhntes Leben jeden Halt die Sinne ohne ihr gewohntes Futter an höchst geringfügigen aber doch unentbehrlichen Sensationen revoltieren und das Alleinsein artet rasch zu einer nervösen Selbstbefeindung aus Unendlich fühlte sie die Zeit auf sich lasten und die Stunden verloren ohne ihre gewohnte Bestimmung jeden Sinn Bicht zwischen Kerkerwänden müßig und erregt ging sie auf und nieder in ihrem Zimmer Die Straße die Welt die ihr wirkliches Leben waren waren ihr gesperrt Wie der Engel mit feurigen Schwerte stand dort die Erpresserin mit ihrer Drohung Die ersten jene Veränderung zu bemerken waren ihre Kinder Besonders der ältere Knabe seiner naiven Verwunderung die Mama so viel zu Hause zu sehen peinlich deutlich Ausdruck gab Indes die Dienstboten nur tuschelten und mit der Goubernante ihre Vermutung austauschten Vergeblich mühte sie sich ihre auffällige Anwesenheit mit den verschiedensten zum Teil sehr glücklicher Sonnen Notwendigkeit zu motivieren Aber gerade dies künstliche ihre Erklärung offenbarte ihr wie sehr unnütz sie in ihren eigenen Wirkungskreise durch jahrelange Gleichgültigkeit geworden war Überall wo sie sich betätigen wollte stieß sie auf den Widerstand fremder Interessen die ihre plötzlichen Versuche als angemaßte Einmengung in Gewohnheitsrechte ablehnten Überall war der Platz besetzt sie selbst durch die Entwöhnung Fremdkörper im Organismus des eigenen Hauses so wusste sie nichts mit sich und der Zeit anzufangen selbst die Annäherung an die Kinder misselang ihr die in ihrem plötzlich regen Interesse eine neu eingeführte Kontrolle arg wöhnten und sie spürte sich beschämt erröten als sie bei einem jener Versuche der Überwachung der siebenjährige Junge frech fragte warum sie dann eigentlich nicht mehr spazieren ginge überall wo sie helfen wollte störte sie eine Ordnung und wo sie Anteil nahm erweckte sie Verdacht dabei fehlte ihr noch die Geschicklichkeit das ständige ihrer Gegenwart weniger sichtbar zu machen durch eine kluge Zurückhaltung und ruhig in einem Zimmer zu bleiben bei einem Buche bei einer Arbeit unablässig jagte sie die innere Angst die sich wie jedes stärkere Gefühl bei ihr in Nervosität verwandelte von einem Zimmer ins andere bei jedem Anruf des Telefons jedem Klingeln an der Tür schrag sie zusammen und ertappte sich selbst immer wieder dabei wie sie hinter den Gardinen auf die Straße lugte hungrig nach Menschen oder wenigstens deren Anblick sehnsüchtig nach Freiheit und doch voll Angst plötzlich unter den vorbeigehenden Gesichtern das eine emporstarrend zu sehen das sie bis in die Träume verfolgte sie spürte wie ihre ruhige Existenz sich plötzlich auflöste und zerrann und aus dieser Kraftlosigkeit entwuchs ihr schon die Ahnung eines ganzen zertrümmerten Lebens diese drei Tage im Kerker der Zimmer schienen ihr länger als die acht Jahre ihrer Ehe doch für jenen dritten Abend hatte sie seit Wochen eine Einladung mit ihrem Mann angenommen die jetzt plötzlich abzulehen ohne Angabe triftiger Gründe ihr unmöglich war und überdies diese unsichtbaren Gitterstäbe von Grauen die jetzt um ihr Leben gebaut waren muss noch einmal zerbrochen werden sollte sie nicht zugrunde gehen sie brauchte Menschen ein paar Stunden Rast von sich selber von dieser selbstmörderischen Einsamkeit der Angst und dann war sie geborgener als in fremden Hause bei Freunden wo sicherer vor jener unsichtbaren Verfolgung die ihre Wege umschlich eine Sekunde bloß schauerte sie die knappe Stunde als sie aus dem Hause trat und zum ersten Mal seit jener Begegnung wieder die Straße berührte wo irgendwo jene Person lauern könnte unwillkürlich fasste sie den Arm ihres Mannes schloss die Augen und trat rasch die paar Schritte vom Trottoir bis zum haarenden Automobil dann aber sank als sie an der Seite ihres Mannes geborgen durch die nächtlich verlassenen Straßen der Wagen hinsauste die innere Schwere von ihr ab und wie sie nun die Stufen des fremden Hauses emporstieg wusste sie sich geborgen für ein paar Stunden durfte sie jetzt sein wie die langen Jahre vor dem sorglos froh nur noch mit der gesteigerten bewussten Freude eines der aus Kackermauern wieder zur Sonne emporsteigt hier war ein Wall gegen alle Verfolgung der Hass konnte hier nicht herein hier waren nur Menschen die sie liebten achteten und verehrten geschmückter absichtsloser Menschen von der Flamme des Leichts ins Rötlich umfunkelt ein Reigen des Genießens der endlich wieder auch sie umschlang denn nun da sie eintrat spürte sie an den Blicken der anderen dass sie schön war und sie wurde es noch mehr durch das bewusste und lange entbehrte Gefühl wie wohl das tat nach all diesen Tagen des Schweigens wo sie immer den schneidenden Pflug dieses einen Gedankens ihr Hirn unfruchtbar hatte durch Gründen fühlen das alles in ihr Wund war und weh wie wohl das tat nun wieder schmeichelnde Worte zu hören die elektrisch belebend bis unter die Haut knisterten und das Blut aufjagten sie stand und starrte irgendetwas zuckte in ihrer Brust unruhig und wollte heraus und mit einem Male wusste sie dass es das eingesperrte Lachen war das sich befreien wollte wie ein Tropfen aus der Champagnerflasche knallte es am Por überschlug sich in kleinen kollernen koloratoren sie lachte und lachte schämte sich manchmal ihres bachantischen Übermutes und lachte wieder im nächsten Augenblick elektrizität zuckte aus ihren gelockerten Nerven alle läuderte alles schwere aus ihr heraus der rhythmus wuchs in ihre glieder und durchatmete den körper mit feuriger bewegung hielt die musik inne so fühlte sie die stille schmerzhaft die schlange der unrast züngelte auf und an ihren schauerlichen gliedern und wie ein bad in kühlendes beruhigendes tragendes wasser stürzte sie sich wieder in den wirbel hinein sonst war sie immer eine mittelmäßige tänzerin gewesen zu gemessen zu besonnen zu hart und vorsichtig in Bewegung aber dieser rausch der befreiten freude löste alle körperlichen Hemmungen ein stählernes Band von Charme und Besonnenheit das sonst ihre wildesten Leidenschaften in eine Form zusammenhielt riss jetzt mittendurch und sie fühlte sich haltlos restlos selig zerfließen arme Hände spürte sie um sich Berührung und Entschwinden Atem von Worten Kitzeln des Lachen Musik die innen im Blut zuckten ihr ganzer Körper war gespannt so sehr gespannt dass sie die Kleider am Leibe brannten und sie unbewusst am Rausch tiefer in sich hinein zu spüren Irene was hast du sie wandte sich um taumelnd lachendes Auge noch ganz heiß von der Umschlingung ihres Tänzers da stieß kalt und hart der verwundert starre Blick ihres Mannes in ihr Herz sie erschrak war sie zu weit gewesen hatte ihre Raserei etwas verraten was meinst du Fritz stammelte sie verwundert von jedem Stoß seines Tiefer in sie zu dringen schien und den sie jetzt schon ganz innen ganz an ihrem Herzen spürte sie hätte aufschreien mögen unter der wühlenden Entschlossenheit dieser Augen das ist doch seltsam murmelte er endlich in seiner Stimme war eine dumpfe Verwunderung sie wagte nicht zu fragen was er damit meinte aber ein Schauer lief ihr durch die Glieder als sie jetzt da sich wortlos wegwandte seine Schultern sah breit hart und groß zu einem eisernen nacken nervig getürmt wie bei einem Mörder flog es ihr durch das Hirn irrsinnig und schon wieder verscheucht jetzt erst als ob sie ihm zum ersten Mal gesehen ihren eigenen Mann empfand sie voll grauen dass er stark und gefährlich war die Musik hob wieder an ein Herr trat auf sie zu mechanisch nahm sie seinen Arm aber nun war alles schwer geworden und die helle Melodie konnte ihre erstarrten Glieder nicht mehr heben eine dumpfe schwere wuchs vom Herzen aus den Füßen zu jeder Schritt tat ihr weh und sie musste ihren Tänzer bitten sie freizugeben und willkürlich sah sie sich im zurücktreten um ob ihr Mann nah wäre und schrag zusammen er stand unmittelbar hinter ihr als erwarte er sie und wieder stieß er blank und mit dem Blick gegen den ihren was wollte er was wusste er schon unwillkürlich raffte sie das Kleid zusammen als müsste sie die nackte Brust vor ihm schützen sein schweigen blieb hartnäckig wie sein blick wollen wir gehen fragte sie ängstlich ja seine Stimme klang hart und unfreundlich er ging voraus wieder sah sie den breiten drohenden Nacken man warf ihr den Pelz um aber sie froh schweigend fuhren sie nebeneinander sie wagte kein Wort dumpf fühlte sie eine neue Gefahr nun war sie von beiden Seiten umstellt in dieser Nacht hatte sie einen drückenden Traum irgendeine fremde Musik rauschte ein Saal war hell und hoch sie trat ein viele Menschen und Farben mengten ihre Bewegung da drängte ein junger Mann den sie zu kennen glaubte und doch nicht ganz erriet auf sie zu fasste sie am Arm und sie tanzte mit ihm ihr war wohl und weich eine einzige Welle Musik hob sie auf dass sie den Boden nicht mehr spürte und so tanzten sie durch viele Säle in denen goldene Leuchter ganz hoch oben wie Sterne strahlend kleine Flammen hielten und viele Spiegel Wand an Wand ihr eigenes Lächeln ihr zuwarfen und wieder weiter weg trugen in unendlichen Reflexen immer heißer wurde der Tanz immer brennender die Musik sie merkte wie der Jüngling sich enger an sie schmiegte seine Hand in ihrem nackten Arm sich vergrub dass sie stöhnen musste vor schmerzvoller Lust und jetzt da ihre Augen in seine tauchten meinte sie ihn zu erkennen ein Schauspieler dünkte er sie denn sie als kleines Mädchen von fern extatisch geliebt hatte schon wollte sie seinen Namen beseeligt aussprechen aber er verschloss ihren leisen Schrei mit einem glühenden Kuss und so mit verschmolzenen Lippen ein einziger ineinander glühender Körper flogen sie wie von einem seligen Wind getragen durch die Räume die Wände strömten vorbei sie spürte die aufschwebende Decke nicht mehr und die Stunde unsäglich leicht und mit entketteten Gliedern da sie hielt inne und mit ihr die Musik die Lichter verloschen schwarz drängten sich die Wände heran und der Tänzer war verschwunden gib ihn mir her du Dieben schrie das grauenhafte Weib denn sie war es dass die Wände gelten und klemmte eiskalte Finger um ihr Handgelenk sie bäumte sich auf und hörte sich selber schreien einen irren crashenden lauch des entsetzens und sie rangen beide aber das Weib war stärker riss ihr das Perlenhalsband ab und dabei das halbe Kleid das ihre Brust und Arme sich nackt entblößten unter den niederhängenden Fetzen mit einem Male waren wieder Menschen da aus allen Sälen strömten sie in anschwellendem Lärm und starrten sie die halbnackte höhnisch an und das Weib das Gellent schrie Sie hat ihn mir gestohlen die Ehrbrecherin die Dirne sie wusste nicht wohin sich verbergen wohin ihre Augen wenden denn immer näher traten die Menschen heran neugierige fauchene Fratzen griffen in ihre Nacktheit und jetzt da ihr taumender Blick nach Rittung fortflüchtete sah sie plötzlich im finsteren Rahmen der Tür ihren Mann Regens stehen die rechte Hand hinter dem Rücken verboten sie schrie auf und lief von ihm fort lief durch viele Räume hinter ihr brandete die gierige Menge sie spürte wie ihr kleid immer mehr niederglitt kaum konnte sie es noch halten da sprang eine Tür vor ihr auf gierig stürzte sie die Treppe hinab sich zu retten aber unten wartete schon wieder das gemeine Weib in ihrem wollenden Rock und mit ihren kralligen Händen sie sprang zur Seite und lief wie wahnsinnig ins Weite aber die andere stürzte ihr nach und so jagten sie beide durch die Nacht lange schweigende Straßen entlang und die Laternen bogen sich grinsend zu ihnen nieder hinter sich hatte sie immer die Holzschuhe des Weibes ihr nach klappern aber immer wenn sie an eine Straßenecke kam immer war sie schon da entsetzlich vervielfacht nichts zu überholen immer sprang sie vor und griff nach ihr die schon die knien sich versagen fühlte doch endlich da war ihr Haus sie stürzte darauf zu aber wie sie die Tür aufriss stand dort ihr Mann ein Messer in der Hand starrte sie an mit einem bohrenden Blick Wo bist du gewesen fragte er dump nirgends hörte sie sie sagen und schon ein grelles gelächter an ihrer Seite ich habe es gesehen ich habe es gesehen schrie grinsend das weib das plötzlich wieder neben mir stand und irrsinnig gelachte da hob ihr Mann das Messer Hilfe Hilfe schrie sie auf sie starrte auf und ihre erschreckten Blicke stießen die ihres Mannes was was war das sie war in ihrem zimmer die ampel brannte fahl sie war zu hause in ihrem bett sie hatte nur geträumt aber wieso saß ihr Mann am Rand ihres bettes und betrachtete sie gleich einer kranken wer hatte das licht angezündet warum saß er so ernst da so regungslos starre ein schrecken zuckte ihr durch und durch unwillkürlich blickte sie nach seiner Hand nein es war kein Messer darin langsam wich die benommenheit des schlafes von ihr und das wetter leuchten seiner bilder sie musste geträumt im traume geschrien und ihn erweckt haben aber warum blickte er sie so ernst so durchdringend so unerbittlich ernst auf sie sie versuchte zu lächeln was was ist denn warum siehst du mich so an ich glaube ich habe böse geträumt ja du hast laut geschrien vom anderen zimmer habe ich gehört was habe ich gerufen was habe ich verraten schaute ihr was weiß er schon sie wagte sich kaum wieder am vor an seinen blick aber er sah ganz ernst auf sie nieder mit einer merkwürdigen ruhe was ist mit dir Irene etwas geht in dir vor du bist und schreist um hilfe aus dem schlaf sie versuchte wieder zu lächeln nein beharrte er du sollst mir nichts verschweigen hast du irgendeine sorge oder quält dich etwas alle haben es schon bemerkt im Hause wie du verwandelt bist du sollst Vertrauen zu mir haben Irene er rückte unmerklich an sie heran sie fühlte wie seine Finger ihren nackten Arm glätteten und in seine Augen war ein seltsames Licht ein Verlangen überkam sie jetzt sich an seinen festen Körper zu werfen sich anzuklammern alles zu gestehen und ihn nicht eher zu lassen als bis er vergeben jetzt in diesem Augenblick da er sie leiden gesehen aber die Ampel brannte fahl ihr Gesicht erhellend und sie schämte sich sie fürchtete sich vor dem Wort sei nicht besorgt Fritz suchte sie zu lächeln in dass ihr Körper schauerte bis in die nackten Zähne ich bin nur ein wenig nervös es wird schon vorüber gehen die Hand die sie schon umschlungen hielt zog sich rasch zurück sie schaute wie sie ihn jetzt ansah bleich im gläsernen Licht und die Stirn von den schweren Schatten finsterer Gedanken überwölbt langsam richtete er sich auf ich weiß nicht mir etwas was nur dich angeht und mich wir sind jetzt allein Irene sie lag und rührte sich nicht gleichsam hypnotisiert von diesem ernsten und verschleierten Blick wie gut fühlte sie könnte jetzt alles werden nur ein Wort brauchte sie zu sagen ein kleines Wort Verzeihung und er würde nicht fragen wofür aber warum brannte das Licht dieses laute freche horchende Licht im Dunkel hätte sie es zu sagen vermocht das führte sie aber das Licht zerbrach ihre Kraft also wirklich nichts gar nichts hast du mir zu sagen wie furchtbar die Verlockung wie weich seine Stimme war nie hatte sie ihn so sprechen gehört aber das Licht die Ampel dieses gelbe gierige Licht sie gab sich einen Ruck was fällt ihr ein lachte sie und erschrak vor dem Facet der eigenen Stimme weil ich am Ende gar ein Abenteuer sie schauerte selbst wie falsch wie verlogen die Worte klangen ihr graute bis in das innerste mark vor sich selbst und unwillkürlich wandte sie den Blick nun schlaf gut kurz sagte er es jetzt ganz scharf mit einer ganz anderen Stimme wie eine Drohung oder wie einen bösen gefährlichen Spott dann löschte er das Licht sie sah seinen weißen Schatten bei der Tür nichtiges Gespenst und wie die Tür zu fiel war ihr als schließe sich ein Sarg abgestorben fühlte sie alle Welt und hohl nur innen in ihrem erstarrten Leib stieß das eigene Herz laut und wild gegen die Brust Schmerz und Schmerz jeder Schlag am nächsten Tag als sie gemeinsam beim Mittagessen saßen die Kinder hatten eben gestritten und konnten nur mit Mühe zur Ruhe verwiesen werden brachte das Dienstmädchen einen Brief für die gnädige Frau und man wartete auf Antwort erstaunt betrachtete sie eine fremde Schrift und löste eilig das Kuvert um schon bei der ersten Zeile zu ablassen und einem Ruck sprang sie auf und erschreck noch mehr als sie an der einhelligen Verwunderung der anderen das verräterisch unbedachte ihres ungestüms erkannte der Brief war kurz drei Zeilen bitte geben sie dem Überbringer dieses sofort 100 Kronen keine Unterschrift kein Datum in der sichtbar verstellten Schriftzügen nur dieser grauenhaft eindringliche Befehl Frau Irene lief in ihr Zimmer um das Geld zu holen doch sie hatte die Schlüsse zu ihrem Kasten verlegt fieberhaft riss und schüttelte sie an all ihren Laden bis sie ihn endlich fand zitternd faltete sie die Banknote in ein Kuvert und übergab sie selbst an der Tür dem wartenden Dienstmann sie tat das alles ganz sinnlos wie in einer Hypnose ohne an die Möglichkeit eines Zögern zu denken dann trat sie kaum zwei Minuten war sie weggeblieben alles schwieg sie setzte sich mit einem scheuen unbehagen nieder und wollte eben irgendeine eilige Ausflucht suchen als sie und so zitterte ihre Hand dass sie das erhobene glasellich niederstellen musste in furchtbarstem erschrecken bemerkte dass sie vom Blitzschlag der Erregung geblendet den Brief offen neben ihrem Teller hatte liegen lassen eine kleine Bewegung nur und ihr Mann hätte ihn zu sicher rüberziehen können ein Blick vielleicht konnte genügt haben die groß und ungelenk geschriebenen Zeilen zu lesen das Wort versagte ihr mit einem verstohlenen Griff knitterte sie das Billett zusammen aber jetzt wie sie es einsteckte begegnete sie aufschauend einem starken Blick ihres Mannes einem bohrenden strengen schmerzhaften Blick den sie früher nie an ihm gekannt hatte jetzt erst seit einigen Tagen gab er ihr mit dem Blick dieser den sie ihr innerstes erzittern fühlte und die zu parieren sie nicht verstand mit solch einem Blick hatte er nach ihren Gliedern damals beim Tanze gegriffen es war der gleiche der gestern nachts wie ein Messer über ihren Schlaf gefunkelt hatte war es ein Wissen oder ein Wissen Wollen das ihn so schärfte so blank so stellern so schmerzhaft machte und während sie nach einem Worterang überfiel sie eine längst vergessene Erinnerung nämlich dass ihr Mann einmal erzählt hatte als Anwalt einem Untersuchungsrichter gegenüber gestanden zu sein dessen Kunstgriff es war während des Verhörs mit gleichsam kurzsichtigen Blicken die Akten zu durchmustern um dann bei der wirklich entscheidenden Frage blitzartig den Blick zu heben und wie einen Dolch in das jähre erschreckendes Angeklagten zu stoßen der dann bei diesem grellen Blitz konzentrierte Aufmerksamkeit die Fassung verlor und die sorgsam hochgehaltene Lüge kraftlos fallen ließ Sollte er nun selbst sich in so gefährlicher Kunst versuchen und sie das Opfer sein? Sie schauderte umso mehr als sie wusste eine wie groß psychologische Leidenschaft ihn weit über das Master juridischen Ansprüche an seinen Beruf füsselte Aufspüren Entfalten Erpressen eines Verbrechens konnte ihn beschäftigen wie andere Hazardspiel und in solchen Tagen psychologischer Spürjagd war sein Wesen gleichsam innerlich durchglüht Eine brennende Nervosität die nachts auf vergessene Entscheidung aufstöbern ließ wurde nach außen zu einer stellenden Undurchdringlichkeit Er aß und trank wenig rauchte unablässig das Wort gleichsam aufsparen für die Stunde vor dem Gericht Einmal hatte sie ihn dort gesehen bei einem Plädoyer und nicht ein zweites Mal mehr so sehr war sie erschreckt gewesen von der finsteren Leidenschaft der fast bösen Glut seiner Rede und mit einem dumpfen und herben Zug in seinem Gesicht den sie nun mit einem Mal in einem starren Blick unter den drohend gefalteten Braun wieder 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 finden meinte diese verlorenen Erinnerungen drängten sich in dieser einen Sekunde zusammen und werten den Worten die sich auf ihren Lippen immer bilden wollten sie schwieg und wurde in dem Maße verwirrter je mehr sie spürte wie gefährlich dieses Schweigen war und wie sehr sie die letzte plausible Möglichkeit einer Erklärung versäumte Die Augen wagte sie nicht mehr zu erheben aber jetzt im Niederblicken erschrak sie noch mehr als sie seine des sonst so ruhigen und gemessenen Hände wie kleine wilde Tiere auf dem Tisch auf und niederwandern sah Zum Glück war das Mittagsmahl bald zu Ende Die Kinder sprangen auf und stürmten ins Nebenzimmer mit ihren hellen heiteren Stimmen deren Übermut die Gouvernante vergebens sich zu dämpfen bemühte Auch ihr Mann erhob sich und ging schwer und ohne sich umzuschauen ins Trommalein holte sie den verhängnisvollen Brief wieder hervor Einmal überflog sie ihn noch die Zeilen Dann riss ihre Wut sie ihn in Fetzen und ballte schon die Reste zusammen um sie in den Papierkorb zu schleudern Da besann sie sich hielt inne beugte sich über den Kamin und warf das Papier in die aufzischende Glut Die weiße Flamme die mit aufspringender Gier die Drohung fraß beruhigte sie In diesem Augenblick hörte sie den rückkehrenden Schritt ihres Mannes schon an der Tür Rasch fuhr sie auf das Gesicht rot von Anna auch der Glut und der Tappung Die Tür des Ofen stand noch verräterisch offen und ungeschickt suchte sie mit ihrem Körper sie zu decken Er trat an den Tisch entflammte ein Streichholz für seine Zigarre und wie die Flamme nun nach seinem Gesichte war glaubte sie ein Zittern um seine Nasenflügel flimmer zu sehen das bei ihm immer Zorn verriet Ruhig blickte er jetzt herüber Ich will dich nur aufmerksam machen dass du nicht verpflichtet bist mir deine Briefe zu zeigen Wenn du Sie schwieg und wagte ihn nicht anzusehen Er starrte einen Augenblick dann stieß er den Dampf seiner Zigarre mit starkem Atem wie aus innerster Brust heraus und verließ mit schwerem Schritt das Zimmer Sie wollte nun an nichts mehr denken nur mehr leben sich betäuben ihr Herz mit leeren und sinnlosen Beschäftigung füllen Das Haus ertrug sie nicht mehr Sie musste das führte sie auf die Straße unter Menschen um nicht wahnsinnig zu werden vor Grauen Mit diesen hundert Kronen Waren so hoffte sie wenigstens einige knappe Tage Freiheit von der Erpresserin erkauft und sie beschloss wieder einen Spaziergang zu wagen um so mehr als vielerlei zu besorgen und vor allem zu Hause das Auffällige ihres veränderten Benehms zu verdecken Sie hatte jetzt schon eine bestimmte Art zu fliehen Vom Haustor stürzte sie wie von einem Sprungbrett mit geschlossenen Augen in die Flut der Straße und einmal das harte Pflaster unter den Füßen die warme Flut von Menschen um sich stieß sie sich in einer nervösen Hass so rasch eine Dame nur gehen durfte ohne auffällig zu werten blind links nach vorwärts die Augen starr auf den Boten geheftet in der begreiflichen Furcht wieder jenem gefährlichen Blick zu begegnen war sie belauert so wollte sie es wenigstens nicht wissen und doch spürte sie dass sie an nichts anderes dachte und schrag zusammen wenn zufällig jemand an ihren körper streifte ihre nerven litten schmerzhaft unter jedem laut jedem schritt der nachkam jedem schatten der vorbeistreifte nur im wagen oder fremden haus konnte sie wahrhaft atmen ein her grüßte sie aufschauend erkannte sie einen jungen freund ihrer familie einen freundlichen geschwätzigen graubart den sie sonst gerne auswich weil er die art hatte einen stunden lang mit seinen kleinen vielleicht nur eingebildeten körperlichen leiden zu belästigen aber jetzt war es ihr leid den gruß nur dankend erwidert und nicht seine begleitung gesucht zu haben denn ein bekannter wäre doch abwehr gegen eine unvermutete ansprache jener erpresserin gewesen sie zögerte und wollte noch nachträglich umkehren da war ihr als ob jemand von rückwärts rasch ob sie zuschritt und instinktiv ohne zu überlegen stürmte sie weiter aber sie spürte im rücken mit dem durch die angst grausam geschärften atmungsgefühl eine gleichsam beschleunigte annäherung und lief immer hastiger obwohl sie wusste der verfolgung schließlich nicht entgehen zu können ihre schultern begannen zu schauen im vorgefühl der hand die sie nun immer näher spürte sie den Schritt im nächsten augenblick berühren würde und je mehr sie ihren gang beschleunigen wollte desto schwerer wurden ihre knie ganz nah spürte sie jetzt den verfolger und rief jetzt eindringlich und doch leise von rückwärts eine stimme an die sie sich erst besinnen musste die aber doch nicht die gefürchtete war die grauenhafte botin des unglücks aufatmend wandte sie sich herum es war ihr geliebter der bei dem plötzlichen ruck mit dem sie hielt unter ihren fassungslosen blick schon der beschämung unsicher hob er die hand zum gruß und ließ sie wieder sinken als sie ihm die ihre nicht bot sie starrte ihn nur an ein zwei sekunden so unerwartet war er ihr gerade ihn hatte sie vergessen an all den Tagen der Angst jetzt aber da sie sein gleiches und fragendes Gesicht von nah mit jenem Ausdruck ratloser Leerheit die jedes ungewisse Gefühl immer in die Augen zeichnet schäumte plötzlich die Wut in heißer Welle in ihrem Po ihre Lippen zitterten nach einem Wort und die Erregung in ihrem Antlitz war so sichtbar dass er erschreckt nur ihren Namen stammelte Irene was hast du und als er ihre ungeduldige Gebärde sah schon ganz geduckt beifügte was habe ich dir getan sie höhnisch nichts gar nichts nur Gutes nur Annehmlichkeiten sein Blick war entgeistert und sein Mund blieb halb offen vor Erstaun was das einfältige und lächerliche seines Aussehens doch vermehrte aber Irene Irene machen sie kein Aufsehen da hörschte sie in Barsch an und spieren sie mir keine Komödie hervor gewiss lauert sie wieder in der Nähe ihre saubere Freundin und am liebsten hätte sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen in dieses läppel starre verzerrte Gesicht sie spürte schon wie ihre Hand den Schirm umkreuht nie hatte sie einen Menschen so verachtet so gehasst aber Irene Irene stammelt er immer verwirrter was habe ich dir getan auf einmal bleibst du fort ich warte auf dich Tag und Nacht den ganzen Tag stehe ich heute schon vor deinem Haus und warte dich eine Minute sprechen zu können du wartest so du auch sinnlos machte sie das fühlte sie die Wut ihm ins Gesicht schlagen können wie wohl das hätte aber sie hielt sich zusammen sei noch einmal an voll brennenden ekels gleichsam überlegen ob sie ihm nicht dem ganzen aufgestorten Zorn mit einer Beschimpfung ins Gesicht speien sollte dann wandte sie sich plötzlich und drängte ohne zurück zu blicken in das Menschen Gewirr hinein er blieb stehen mit seiner noch flehend ausgestreckten Hand ratlos und durchschauert bis das geschiebe der Straße ihn fasste und fortschoten die Strömung und sinkendes Blatt das taumelnd und kreisend sich wehrt und schließlich doch willenlos weggeschwärmt wird dass dieser Mensch jemals ihr geliebter gewesen war kam mir jetzt plötzlich ganz unwahr und sinnlos vor an nichts konnte sie sich besinnen nicht an die Farbe seiner Augen die Form seines Gesichts keine seiner Liebkosung war ihr körperlich gewärtig und von seinen Worten klang nichts in ihr nach als dieses jammernde weibische hindische aber Irene Irene seiner stammelnden Verzweiflung nicht ein einziges Mal hatte sie in all den Tagen so sehr er Ursprung alles unheils war an ihn gedacht nicht an meinen ihren Träumen nichts war er für ihr Leben keine Lockung und kaum eine Erinnerung unverständlich war ihr geworden dass jemals ihre Lippen seinen Mund gefühlt haben sollten und sie fühlte die Kraft zum Eide in sich niemals ihm angehört zu haben was hatte sie in seine Arme getrieben welcher fürchterliche Wahnsinn in ein Abenteuer gejagt das ihr eigenes Herz nicht mehr verstand und kaum ihre Sinne nichts wusste sie mehr davon fremd war ja alles in diesem Geschehnis auch alles andere anders geworden in diesen sechs Tagen dieser einen Woche des Entsetzens wie Scheidewasser hatte die ätzende Angst ihr Leben zersetzt und seine Elemente gesondert die Dinge hatten mit einem Maler anderes Gewicht vertauscht waren alle Werte und die Beziehung verwirrt ihr war als hätte sie nur mit dämmerigem Gefühl halbverschlossenen Blickes bisher durch ihr Leben getastet und nun strahlte mit einem Maler alles von innen in einer furchtbar schönen Klarheit ganz vor ihr atemnah standen Dinge an die sie nie gerührt hatte und von denen sie mit einem Maler begriff dass sie ihr wahrhaftes Leben bedeuteten und anderes wieder was ihr wichtig geschien schwand hin wie Rauch sie hatte bislang in einer regen Geselligkeit gelebt in Kreise und eigentlich nur für sie aber nun seit einer Woche im Kerker ihres eigenen Hauses spürte sie keinen Mangel darin sie zu entbehren sondern nur Ekel vor dieser leeren Geschäftigkeit der Unbeschäftigten und unwillkürlich maß sie an diesem ersten starken Gefühl das ihr zuteil war die Seichtigkeit ihrer bisherigen Neigung und das unendliche Versäumnis an werktägiger Liebe wie in einem Abgrund sah sie in ihre Vergangenheit acht Jahre vermählt war sie im Wahn eines zu bescheidenen Glückes nie ihrem Mann näher getreten fremd seinem innersten Wesen und nicht minder ihrer eigenen Kinder zwischen ihr und ihnen standen bezahlte Menschen Gouvernanten und Dienstboten ihr all die kleinen Sorgen abzunehmen von denen sie jetzt seit sie näher in das Leben ihrer Kinder geblickt erst zu ahnen begann dass sie verlockener waren als die heißen Blicke der Männer und beseeligernd als eine Umarmung langsam bildete sich ihr Leben zu einem neuen Sinn um alles gewann Beziehungen und wandte ihr plötzlich ein ernst bedeutendes Antlitz zu seit sie die Gefahr kannte und mit der Gefahr ein wahrhaftes Gefühl begann mit einem Male alle Dinge und auch die Fremdesten ihr gemeinsam zu werden in allem spürte sie sich und die Welt früher durchsichtig wie Glas wurde an der dunklen Fläche ihres eigenen Schattens mit einem Male zum Spiegel wohin sie sah wohin sie horchte war plötzlich Wirklichkeit sie saß bei den Kindern das Fräulein las ihnen ein Märchen vor von der Prinzessin die alle Kammern ihres Palastes beschauen durfte nur die eine nicht die mit silbernem Schlüssel verriegelt war und die sie doch öffnete zu ihrem Verhängnis war das nicht ihr eigenes Schicksal dass auch sie nur das verbotene gereizt hatte und uns Unglück getrieben tiefe Weisheit schien ihr das kleine Märchen das sie vor einer Woche noch als einfältig belächelt hatte in der Zeitung stand die Geschichte eines Offiziers der unter Erpressung zum Verräter geworden war sie schauderte unverstand würde sie denn nicht auch Unmögliches tun um sich Geld zu schaffen ein paar Tage Ruhe zu kaufen einen Schrein von Glück Jede Zeile die von Selbstmord sprach jedes Verbrechen jede Verzweiflung wurde ihr plötzlich zum Geschehen alles sagte ich zu ihr der lebensmüden der verzweifelten das verführte Dienstmädchen und das verlassene Kind alles war wie ihr eigenes Schicksal mit einem Male spürte sie den ganzen Reichtum des Lebens und wusste dass nie eine Stunde in ihrem Schicksal mehr arm sein könnte und jetzt da sich alles zu Ende neigte spürte sie erst einen Anbeginn und dieses wunderbare Verstricktsein mit der ganzen unendlichen Welt sollte diese eine verlotterte Weibsperson Macht haben mit ihren groben Fäusten zu zerreißen um diese einen Schuld willen sollte all das große und schöne dessen sie sich nun zum ersten Mal fähig fühlte zertrümmert sein und warum sie wehrte sich blind gegen ein Verhängnis das ihr unbewusst sinnvoll glaubte warum gerade ihr so entsetzliche Strafe für geringfügiges Vergehen wie viele Frauen kannte sie eitle freche wollustige die sich für Geld sogar liebhaber hielten und in ihrem Arm den eigenen Mann verhünten Frauen die in der Lüge lebten wie im eigenen Haus die schöner wurden in der Verstellung Stärke in der Verfolgung Klüger in der Gefahr in der sie ohnmächtig zusammenbrach bei der ersten Angst dem ersten Vergehen aber war sie denn überhaupt schuldig in ihrem Innersten fühlte sie dass dieser Mensch dieser Geliebte ihr fremd war dass sie nichts von ihrem wirklichen Leben ihm jemals hingegeben nichts hatte sie empfangen von ihm nichts von sich ihm geschenkt dies vergangene und vergessene war gar nicht ihr verbrechen sondern das einer anderen frau die sie selbst nicht verstand und in die sie sich nicht einmal mehr zurück erinnern konnte durfte man denn ein Vergehen strafen das durch die Zeit schon entzünd war plötzlich erschrak sie sie fühlte dass dies gar nicht mehr ihr eigener Gedanke war wer hatte das nur gesagt irgendjemand in ihrer Nähe jüngst erst vor wenigen Tagen sie dachte nach und ihr erschrecken wurde nicht geringer als sie sich besann dass es ihr eigener Mann war der diesen Gedanken in ihr geweckt hatte er war von einem Prozess zurückgekommen aufgeregt bleich und plötzlich sagte der sonst so ungesprächige zu ihr und zufällig anwesenden Freunden heute hat man einen unschuldigen verurteilt von ihr und den anderen befragt erzählte er noch ganz aus seiner Erregung man habe soeben einen Dieb bestraft für eine Entwendung die er vor drei Jahren begangen hätte und für sein Empfinden zu Unrecht denn nach drei Jahren sei doch das Verbrechen gar nicht mehr das seine man bestrafe einen anderen Menschen und strafe ihn über dies doppelt weil er doch schon diese drei Jahre im Kerker seine eigenen Angst in der ewigen Unruhe der Überführung verbracht habe Mit Entsetzen entsann sie sich ihm damals widersprochen zu haben ihrem lebensfremden Empfinden war der Verbrecher immer nur ein Schädling der bürgerlichen Behaglichkeit gewesen der ausgerottet werden musste um jeden Preis Nun erst spürte sie wie jämmerlich ihre Argumente gewesen waren wie gütig und gerecht würde er auch bei ihr verstehen können dass sie nicht einen Menschen geliebt sondern das Abenteuer dass er mitschuldig war durch zu viel Güte durch die erschlaffene Behaglichkeit die er um ihr Leben gebreitet würde er auch gerecht sein können als Richter seiner eigenen Sache aber es war gesorgt dafür dass sie sich freundlichen Hoffnung nicht hingeben sollte schon am nächsten Tag kam wieder ein Zettel wieder ein Peitschen Hebe der ihre ermattete Angst aufscheuchte diesmal waren 200 Kronen gefordert die sie widerstandslos gab entsetzlich war ihr dieser je Steigerung der Erpressung die sie sich auch materiell nicht gewachsen fühlte denn ob zwar aus vermögender Familie war sie doch nicht in der Lage sich unauffällig größere Summen zu beschaffen und dann was half es sie wusste morgen sein und bald tausend immer mehr je mehr sie gab und schließlich sobald ihre Mittel versagten der anonyme Brief der Zusammenbruch was sie kaufte war nur eine Zeit eine Atemspanne zwei Tage Rast oder drei eine Woche vielleicht aber eine wie entsetzlich wertvolle Zeit voll Qual und Spannung seit Wochen schlief sie jetzt unruhig mit Träumen die Ärger waren als das Wachsein ihr fehlte die Luft die freie Bewegung die Ruhe die Beschäftigung sie vermochte nicht mehr zu lesen nichts mehr zu tun dämonisch gejagt von ihrer inneren Angst sie fühlte sich krank manchmal manch manchmal musste sie sich plötzlich niedersetzen so heftig überfiel sie das Herz klopfen eine unruhige schwere füllte mit dem zählensaft einer fast schmerzhaften Müdigkeit alle Glieder die aber dennoch dem Schlaf sich verwehrte und erhöht von der fressenen Angst war ihre ganze Existenz vergiftet ihr Körper und im Innersten sehnte sie sich eigentlich danach dass dieses Kranksein doch endlich herausbrechen möge in einem sichtbaren Schmerz einem wirklich fassbaren sichtbaren klinischen Leiden für das die Menschen doch Mitleid hatten und Erbarmen sie beneidete die Kranken in diesen Stunden unterirdischer Qual wie gut müsste es sein in einem Sanatorium zu liegen im weißen Bett zwischen weißen Wänden umgeben von Bedauern und Blumen Menschen würden kommen alle gütig zu ihr sein und hinter der Wolke des Leidens stünde schon fern wie eine große gütige Sonne die Genesung hatte man Schmerzen so durfte man wenigstens laut schreien sie aber musste unerführlich die tragische Komödie eines heiteren Gesundseins spielen für die jeder Tag und beinahe jede Stunde ihr neue und furchtbare Situation fand mit zuckenden Nerven musste sie lächeln und froh scheinen ohne dass jemand die unendliche Anstrengung dieser vorgetäuschten Heiterkeit ahnte die heroische Kraft die sie verschwendete an solche tägliche und doch nutzlose Selbstvergewaltigung nur einer von allen Menschen rings um sie schien so dünkte es ihr etwas zu ahnen von dem Furchtbaren das in ihr vorging und dieser nur weil er sie belauerte sie spürte und diese Sicherheit zwang sie zu doppelter Vorsicht dass er sich unablässig mit ihr beschäftigte so wie sie mit ihm sie umschlichen sich Tag und Nacht gleichsam einander einkreisend um einer des anderen Geheimnis aufzuspähen und das eigene hinter dem Rücken zu bergen auch ihr Mann war anders geworden in der letzten Zeit die drohende stränge war bei ihm einer eigenen Art von Güte und Besorgtheit gewichen die sie unwillkürlich an ihre Brautzeit erinnerte Wie verwandelt verwandelt er warb um ihr Vertrauen mit einer Zartheit die sie manchmal beunruhigte und schon nachgiebig stimmte in der nächsten Sekunde den Argwohn wieder nachzugeben war es nur eine List die verführerische Lockung des Untersuchungsrichters für den Angeklagten eine Fangbrücke des Vertrauens die ihr Geständnis überschreiten sollte und die dann plötzlich hochgezogen sie wehrlos in seiner Willkür ließ oder war auch schon in ihm das Gefühl dass dieser gesteigerte Zustand des Belauerns und Belauschens ein unerträglicher war und seine Sympathie so stark dass er heimlich mitlitt an ihrem täglich mehr sichtbaren Leiden sie spürte in einem merkwürdigen Schauer wie er ihr manchmal das erlösende Wort gleichsam hinreichte wie verlockend leicht er ihr das Geständnis machte sie verstand seine Absicht und war seiner Güte dankbar froh aber sie empfand auch dass mit dem regeren Gefühl der Neigung auch ihre Scham vor ihm wuchs und ihr strenger das Wort verwehrte als vor dem ihr Misstrauen einmal in diesen Tagen sprach er zu ihr ganz deutlich und Blick in Blick sie war nach Hause gekommen und hatte vom Vorzimmer laute Stimmen gehört die ihres Mannes scharf und energisch das zänkische Geschwätzter Gouvernante und dazwischen weinen und schluchzende Laute ihr erstes Gefühl war erschrecken immer wenn sie laute Stimmen hörte oder eine Erregung im Hause schauerte sie zusammen Angst war das Geheimnis enthüllt immer wenn sie die Tür auftat stürzte ihr erster fragender Blick sich auf die Gesichter und fragte sie ab ob nichts in ihrer Abwesenheit geschehen sei die Katastrophe nicht schon hereingebrochen in der sie fern war diesmal war es nur Kinderzank wie sie bald beruhigt erkannte eine kleine improvisierte Gerichtsverhandlung eine Tante hatte vor wenigen Tagen dem Knaben ein Spielzeug ein buntes Pferdchen gebracht was das jüngere Mädchen das mindere Gaben erhalten neidisch erbittete vergeblich hatte sie ihr recht geltend zu machen gesucht und so gierig dass der Knabe ihr verweigerte sein Spielzeug überhaupt zu berühren was zuerst lautend Zorn des Kindes erregte und dann ein dumpfes geducktes hartnäckiges Schweigen aber am nächsten Morgen war das Pferdchen plötzlich verschwunden spurlos und alle Bemühungen des Knaben vergebens bis man durch Zufall das Verlorene schließlich zerstückelt im Ofen entdeckte die Holzteile zerbrochen das bunte Fell abgerissen und das Innere ausgeweitet der Verdacht fiel selbstverständlich auf das kleine Mädchen weinend war der Bub zum Vater gestürzt die Boshafte zu verklagen die einer Rechtfertigung nicht ausweichen konnte und eben begann das Verhör Irene fühlte einen jelen Neid warum kamen und niemals zu ihr von je vertrauten sie all ihre Streitigkeiten und klagen immer ihrem Manner an bisher war sie lieb gewesen von diesen kleinen Plackereien befreit zu sein aber auf einmal geizte sie danach weil sie darin die Liebe fühlte und Vertrauen die kleine Gerichtsverhandlung war bald entschieden das Kind leugnete zuerst freilich mit scheu gesenkten Augen und einem verräterischen Zittern in der Stimme die Gouvernante zeugte gegen sie sie hatte gehört wie das kleine Mädchen im Zorn gedroht hatte das Pferdchen zum Fenster hinunter zu werfen was das Kind vergeblich abzuleugnen sich bemühte es gab einen kleinen Tumult von Schluchzen und Verzweiflung Irene bückte auf ihren Mann ihr war es als säße er zu Gericht nicht über das Kind sondern schon über ihr eigenes Schicksal denn so würde sie vielleicht morgen schon ihm gegenüber stehen mit dem gleichen Zittern und dem selben Sprung der Stimme ihr Mann blickte zuerst streng solange das Kind bei der Lüge beharrte zwang dann Wort für Wort den Widerstand nieder ohne je bei einer Weigerung in Zorn zu geraten dann aber als sich das Leugnen in eine dumpfe Verstocktheit löste sprach er ihr gütig zu bewies geradezu die innere Notwendigkeit der Handlung und entschuldigte gewissermaßen dass sie im ersten unbedachten Zorn etwas so Abscheuliches getan habe damit dass sie dabei nicht besonnen habe es würde ihren Bruder tatsächlich krinken und so warm und eindringlich erläuterte er dem immer unsicher werdenden Kinder die eigene Tat als etwas Begreifliches aber doch verurteilenswertes dass es endlich in Tränen ausbrach und wild zu heulen begangen und bald gedeckt vom Schwall der Tränen stammelte es endlich das gestehende Wort Irene stürzte hin die weinende zu umarmen aber die Kleine stieß sie weg im Zorn auch ihr Mann verwies ihr mahnend dies voreilige Mitleid denn er wollte das Vergehen doch nicht straflos hingehen lassen und verhängte die zwar geringfügige für das Kind aber empfindliche Strafe am nächsten Tag nicht zu einer Veranstaltung gehen zu dürfen auf die sich das Mädchen seit Wochen gefreut hatte heulend hörte das Kind sein Urteil der Knabe begann laut zu triumphieren bei dieser frühzeitige und gehässige Hohn verwickelte ihn augenblicklich gleichfalls in die Strafe und auch ihm wurde für seine Schadenfreude die Erlaubnis jenes Kinderfest zu besuchen entzogen traurig und nur getröstet durch die Gemeinsamkeit ihrer Bestrafung zogen die beiden schließlich ab und Irene blieb allein mit ihrem Mann Jetzt fühlte sie plötzlich war endlich Gelegenheit statt der Anspielung hinter der Maske eines Gespräches über die Schuld des Kindes und sein Geständnis von ihrer eigenen zu sprechen und irgendein Gefühl der Erleichterung überkam sie wenigstens in verhüllter Form die Weichte abzulegen und Mitleid bitten zu dürfen denn wie ein Zeichen war es ihr ob er ihre Fürsprache für das Kind nun gütig aufnahm und sie wusste dann würde sie vielleicht wagen können für sich selbst zu sprechen sag Fritz begann sie willst du wirklich die Kinder morgen nicht gehen lassen sie werden ganz unglücklich sein besonders die Kleiner so arg war es ja gar nicht was sie angestellt hat warum willst du sie so streng bestrafen tut sie dir gar nicht leid die Kleine er sah sie an dann setzte er sich gemächlich schien schien sichtlich willig das thema ausführlicher zu erörtern und ein vorgefühl angenehm und ängstlich zugleich ließ sie vermuten er würde wort für wort gegen sie münzen alles in ihr wartete die pause zu ende zu ende die er wohl mit absicht oder an angestrengten überlegen besonders dehnte ob es mir nicht leid tut fragst du darauf sage ich heute nicht mehr ihr ist jetzt leicht seit sie bestraft ist ob sie auch bitter scheint unglücklich war sie gestern als das arme pferdchen zerbrochen im ofen steckte alles im hause danach suchte und sie tagaus tag ein die angst hatte man würde man müsse es entdecken die angst ist ärger als die strafe denn die ist ja etwas bestimmtes und viel oder wenig immer mehr als das entsetzlich unbestimmte dies grauenhaft unendliche der spannung sobald sie ihre strafe wusste war ihr leicht das weinen darf dich ja nicht irre machen es ist nur jetzt herausgefahren und früher stark ist drinnen und innen tut's ärger als draußen war sie nicht ein kind oder könnte man irgendwie ganz in ihr letztes schauen ich glaube man würde finden dass sie eigentlich froh ist trotz der bestrafung und der tränen und sicher froher als gestern wo sie anscheinend sorglos herumging und niemand sie verdächtigte sie sah auf ihr war so als ziehte er jedes Wort gegen sie aber schien sie gar nicht zu beachten sondern fuhr ihre bewegung vielleicht missdeutend entscheidender fort es ist wirklich so das kannst du mir glauben ich kenne das vom gericht und aus den untersuchungen die angeklagten leiden am meisten unter den verheimlichungen unter der drohung der entdeckung unter dem grauenvollen zwang eine lüge gegen tausend kleine versteckte angriffe verteidigen zu müssen es ist furchtbar so einen pfeil zu sehen wo der richter schon alles in Händen hat die schuld den beweis vielleicht sogar das urteil bereits und nur das geständnis noch nicht das steckt innen im angeklagten und will nicht heraus so sehr er auch zieht und zerrt entsetzlich ist es zu sehen wie der angeklagte sich windet und krümmt weil man ihm sein ja wie mit einem haken aus dem widerstrebenden fleisch reißen muss manchmal sitzt es schon ganz oben in der kehle von innen drängt seine unwiderstehliche macht nach oben sie wirken daran beinahe ist es schon wort da kommt die böse gewalt über sie jenes unbegreifliche gefühl von trotz und angst und sie schlucken es wieder hinab und der Kampf beginnt von neuem die richter leiden manchmal mehr dabei als die Opfer und dabei betrachten die angeklagten ihn immer als den Feind stärken aber innerlich wage ich es oft nicht denn sie leiden mehr am nicht gestehen als am geständnis und seiner bestrafung ich verstehe das eigentlich noch immer nicht dass man eine Tat tun kann mit Bewusstsein der Gefahr und dann nicht den Mut zum Geständnis haben diese kleine Angst vor dem Wort finde ich kläglicher als es nicht scham sein die scham sich auszusprechen sich auszukleiden vor all den Menschen verwundert blickte er auf er war sonst nicht gewohnt von ihr Antwort zu empfangen aber das Wort faszinierte ihn scham sagst du das ist ja auch nur eine Angst aber eine bessere eine nicht vor der Strafe sondern ja ich verstehe er war aufgestanden merkwürdig erregt und ging auf und ab der Gedanke schien in ihm irgendetwas getroffen zu haben das jetzt aufzuckte und sich stürmisch regte plötzlich blieb er steht ich gebe zu scham vor den Menschen vor den Fremden vor dem Pöbel der aus der Zeitung fremdes Schicksal frisst wie ein Butterbrot aber deshalb könnte man doch sich wenigstens jenen bekennen denen man nahesteht du erinnerst dich an jenen Brandstifter den ich im vergangenen Jahr verteidigte der zu mir eine so merkwürdige Zuneigung gefasst hatte er erzählte mir alles kleine Geschichten aus seiner Kindheit sogar von intimeren Dingen siehst du der hatte die Tat bestimmt begangen er ist auch verurteilt worden aber auch mir hatte er sie nicht eingestanden das war eben die Angst ich könnte ihn verraten nicht die Scham denn mir vertraute er ja ich war glaube ich der einzige zu dem er im Leben so etwas wie Freundlichkeit empfunden hatte da war es also doch nicht Scham vor den Fremden was war es da wo er doch vertrauen konnte vielleicht sie musste sich abwenden weil sie so ansah und sie ihre Stimme zittern spürte vielleicht ist die Scham am größten denen gegenüber denen man sich am nächsten fühlt er blieb stehen wie gepackt von einer innerlichen Gewalt du meinst also du meinst und mit einem Male wurde seine Stimme anders ganz weich und dunkel du meinst dass Helene jemand anderem ihre Schuld leichter gestanden hätte der Gouvernante vielleicht dass sie ich bin überzeugt davon sie hat gerade dir so viel widerstand nur entgegengesetzt weil weil dein Urteil ihr das wichtigste ist weil weil sie dich am meisten liebt wieder blieb er stehen du du hast vielleicht recht ja sogar bestimmt das ist doch seltsam gerade daran habe ich nie gedacht es ist doch so einfach ich war vielleicht zu streng du kennst mich ja ich meine es nicht so aber ich gehe jetzt gleich hinein sie darf natürlich hin ich wollte ja nur ihren trotz bestrafen ihren widerstand und und dass dass sie kein vertrauen zu mir hatte aber du hast recht ich will nicht dass du glaubst ich könnte nicht verzeihen das möchte ich nicht gerade von dir möchte ich das nicht Irene er sah sie an und sie spürte wie sie errötete unter seinem blick war das absicht dass er so sprach oder ein zufall ein tückischer gefährlicher zufall noch immer fühlte sie die entsetzliche unentschlossenheit das urteil ist kassiert irgendeine heiterkeit schien jetzt über ihn zu kommen Helene ist frei und ich gehe es ihr selbst ankündigen bist du jetzt zufrieden mit mir oder hast du noch einen wunsch du siehst du siehst ich bin in generöser laune heute vielleicht weil ich froh bin ein unrecht rechtzeitig einbekannt zu haben das schafft immer eine erleichterung Irene immer sie glaubte zu verstehen was diese betonung meinte unwillkürlich trat sie näher schon fühlte sie das wort in sich auf quellen und auch er trat vor als wollte er ihr eilig aus den händen nehmen was sie so sichtlich bedrückte da traf sie seinen blick in dem eine gier war nach dem geständnis nach irgendetwas von ihrem wesen eine glühende ungeduld und plötzlich brach alles in ihr zusammen müde fiel ihre hand und sie wandte sich ab es war vergeblich fühlte sie nie würde sie es aussprechen können dass eine befreiende word das innen brannte und ihre ruhe verzerrte wie nah her donner rollte die warnung aber sie wusste dass sie nicht entfliehen konnte und im geheimsten wunsch ersehnte sie schon was sie bislang gefürchtet den erlösen ein blitz die entdeckung rascher als sie ahnte schien ihr wunsch sich erfüllen zu wollen 14 Tage währte jetzt der Kampf und Irene fühlte sich am Ende ihrer Nun waren es schon vier Tage dass die Person sich nicht gemeldet hatte und so in den Körper gedrungen so eins mit dem blute war schon die Angst dass sie bei jedem klingeln an der Tür immer jähr aufschoss um selbst eine erpresserische Botschaft rechtzeitig abzufangen eine ungeduld beinahe eine Sehnsucht war in dieser Gier denn mit jeder dieser Bezahlung kaufte sie einen Abend abatmen auf der Straße gehen und zu Freunden freilich der Schlaf war weise er ließ sich sein sicheres Wissen um die beständig nahe Gefahr nicht von so kerklichem Trost betrügerisch nehmen und füllte ihr Blut nachts mit zehrenden Angstträumen ungestüm war sie wiederum bei den Klingelruf hinausgeeit die Tür zu öffnen so sehr ihr auch bewusst sein musste diese Unruhe den Dienstboten zuvor zu kommen müsste Verdacht erwecken und leicht zu feindlichen Vermutungen verlocken aber wie schwach wurden diese kleinen Widerstände des besonnenen Überlegens wenn sie beim Telefonsignal einem Schritt auf der Straße hinter ihr her oder dem Ruf der Turglocke ihr ganzer Körper gleichsam aufschnellte wie von einem Peitschenschlag Wieder hatte sie ein Klingelzeichen aus dem Zimmer und hin zur Tür gerissen Sie öffnete um am ersten Augenblick eine fremde Dame verwundert anzusehen und dann entsetzt zurückfahrend in der neuen Ausstaffierung und unter einem eleganten Hut das verhasste Gesicht der Erpresserin zu erkennen Ach Sie sind es selbst Frau Wagner das ist mir angenehm Ich hab sie wichtig zu sprechen Und ohne eine Antwort der Erschrockenen abzuwarten die sich mit zitternder Hand auf die Türklinke stützte trat sie ein legte den Schirm ab einen grellen roten Sonnenschirm offenbar schon eine erste Verwertung ihrer erpresserischen Raubzüger Sie bewegte sich mit einer ungeheuren Sicherheit als ob es in ihrer eigenen Wohnung wäre und wohlgefällig und gleichsam mit dem Gefühl einer Beruhigung die stattliche Einrichtung betrachtend schritt sie unaufgefordert weiter gegen die halboffene Tür zum Empfangszimmer Nicht wahr? Hier hinein fragte sie mit einem verhaltenen Hohn und als sie erschreckte des Wortes noch immer nicht mächtig ihr abwehren wollte fügte sie beruhigend bei Wir können es rasch erledigen wenn es ihnen unangenehm ist Frau Irene folgte ihr ohne Widerrede Der Gedanke die Erpresserin in ihrer eigenen Wohnung zu wissen diese Verwegenheit die ihre entsetzlichsten Vermutung übertraf betäubte sie hier war als träumte sie dies alles Schön haben sie es hier sehr schön bewunderte mit sichtlicher Behaglichkeit die Person während sie sich niederließ Ach wie gut sich da sitzt und die vielen Bilder da sieht man es erst wie armselig es unser eins hat sehr schön haben sie es hier sehr schön Frau Wagner Da diese Verbrecherin in ihren eigenen Räumen so behaglich sah brach endlich die Wut in der gematterten auf Was wollen sie denn sie erpresseren bis in meine wohnung verfolgen sie mich aber ich werde mich nicht zu tode quälen lassen von ihnen ich werde sprechen sie doch nicht so laut unterbrach die andere mit einer beleidigenden vertraulichkeit die tür ist ja offen und die dienstboten könnten sie hören mir liegt doch nicht viel daran ich leug ja nichts mein Gott und schließlich im gefängnis kann es mir doch auch nicht schlechter gehen wie jetzt bei dem elenden leben aber sie Frau Wagner sollten etwas vorsichtiger sein ich will vor allem einmal die Tür zu machen wenn sie für nötig befinden sich zu ereifern aber das sage Frau Irenes Kraft für einen Augenblick durch den Zorn gestellt sank wieder ohnmächtig zusammen vor der Unerschüttlichkeit dieser Person wie ein Kind das wartet welche Aufgabe ihm diktiert wird stand sie da demütig beinahe und unruhig also Frau Wagner ich will keine langen Umstände machen mir geht's nicht gut das wissen sie das habe ich ihnen schon gesagt und jetzt brauche ich Geld auf den Zins ich bin ihnen schon so lange schuldig und noch auf andere Sachen ich möchte endlich einmal ein bisschen in Ordnung kommen deshalb bin ich zu ihnen gekommen dass sie mir da halt aushelfen mit mit halt 400 Kronen ich kann nicht stammelte Frau Irene von der Summe erschrocken die sie tatsächlich nicht mehr im Waren besaß ich hab's jetzt wirklich nicht 300 Kronen habe ich ihnen in diesem Monat woher soll ich's denn nehmen na es wird schon gehen denken sie nur nach eine so reiche Frau wie sie kann doch Geld haben so viel sie will aber wollen muss sie halt also denken sie nur nach Frau Wagner es wird schon gehen aber ich hab es wirklich nicht ich möchte sie mir gern geben aber so viel hab ich wirklich nicht ich könnte ihnen etwas geben 100 Kronen vielleicht 400 Kronen hab ich gesagt brauche ich wie beleidigt durch die Zumutung warf sie schroff die Worte hin aber ich habe sie nicht schrie Irene verzwaffelt wenn jetzt ihr Mann käme dachte sie zwischendurch jeden Augenblick konnte er kommen ich schwöre es ihnen ich habe sie nicht dann suchen sie sich zu verschaffen ich kann nicht die Person sah sie an von oben bis unten als wollte sie sie abschätzen na zum Beispiel der ring da wenn man den versetzte dann würde es gleich gehen ich kenne mich freilich nicht mit Schmuck so aus ich hab ja nie einen gehabt aber 400 Kronen glaube ich kriegt man schon dafür den Ring schrie Frau Irene auf es war ihr Verlobungsring der einzige den sie nie stein hohen wert gab na warum denn nicht ich schicke ihnen den versatz schein dann können sie es einlösen wann sie wollen sie kriegen ihn ja wieder zurück ich werde ihn nicht behalten was macht denn so eine arme person wie ich mit einem so noblen Ring warum verfolgen sie mich ich kann nicht ich kann nicht das müssen sie doch begreifen sie sehen ich habe getan was ich kann das müssen sie doch begreifen haben sie doch mitleid mit mir hat auch keiner mitleid gehabt mich haben sie beinahe krepieren lassen vor hunger warum soll gerade ich mitleid haben mit einer so reichen frau irene wollte ihm heftig erwidern da hörte sie und ihr blut stockte außen eine tür ins schloss fallen das musste ihr sein der von seinem büro zurückkehrt ohne erst zu überlegen riss sie sich den ring vom finger und steckte in der wartenden hin die ihn eilig verschwinden ließ haben sie keine angst ich gehe schon wieder nickte die person als sie die namenlose angst in dem gesicht gewahre und das gespannte lauschen gegen das vorzimmer wo ein männnerschritt deutlich vernehmbar war sie öffnete die tür grüßte irenens eintretenden gemahl der für einen augenblick zu ihr aufsah und sich nicht sonderlich zu beachten schien und verschwand eine dame die um eine auskunft kam sagte irenne mit letzter kraft zur erklärung sobald die tür hinter der person entschloss gefallen war die ärgste sekunde war überstanden im man erwiderte nichts und trat ruhig in das zimmer wo der mittagstisch bereits gedeckt war irenne war als brenne die luft auf jene stelle an ihrem finger die sonst die kühle reif des ringes schützte und als müsste jeder auf die nackte stelle wie ein brandmal blicken immer wieder versteckte sie während des speisens die hand und in desties tat höllte sie eine merkwürdige überreizung des gefühls ein blick ihres mannes streife unablässig gegen ihre hand und verfolge sie auf all ihren Wanderung mit aller kraft bemühte sie sich seine aufmerksamkeit abzulenken und mit unablässigen Fragen ein Gespräch in Fluss zu bringen sie sprach und sprach zu ihm zu den Kindern zu der gubernante immer wieder entzündete sie mit kleinen Flammen die Frage des Gesprächs aber immer versagte ihr der Atem und immer brach es sie wieder erstickt in sich zusammen sie versuchte übermütig zu scheinen und auch die anderen zu einer es musste so spürte sie selbst in ihrer Heiterkeit etwas Falsches sein das die anderen unbewusst befremdete je mehr sie sich anspannt desto weniger gelang der Versuch schließlich wurde sie müde und schwieg auch die anderen schwiegen sie hörte nur das leise klirren der Teller und innen die quellenden stimmen der Angst da mit einem Male sagt ihr Mann wo hast du denn heute deinen Ring sie zockte zusammen innen sagte etwas ganz laut ein Wort vorbei aber noch wehrte sich ihr instinkt jetzt alle kraft zusammen halten führte sie nur für einen Satz noch für ein Wort nur eine Lüge noch finden eine letzte Lüge ich ich habe ihn zum putzen gegeben und gleichsam erstark an der Unwahrheit fügte sie nun anschlossen bei übermorgen hole ich ihn mir ab übermorgen jetzt war sie gebunden die Lüge musste zerbrechen und sie mit wenn es ihr nicht gelang jetzt hatte sie sie selbst die frist gestellt und all die wirre angst durchdrang jetzt mit einem mal ein neues gefühl eine art gelück die Entscheidung so nah zu wissen übermorgen nun wusste sie ihre frist und fühlte aus dieser gewissheit eine merkwürdige Ruhe in ihrer angst über ström innen wuchs etwas auf eine neue kraft kraft zum leben und die kraft zu sterben das endlich gesicherte bewusstsein der nahen entscheidung begann eine unerwartete klarheit in ihr zu verbreiten die nervösität wich wunderbar einer geordneten überlegung die angst einem ihr selbst fremden gefühl kristalliner Ruhe dank der sie all ihre dinge ihres lebens plötzlich durchsichtig und in ihrem wahren wert sah sie maß ihr leben und spürte es wog noch immer schwer durfte sie es behalten und steigern in dem neuen und erhöhten sinne den diese tage der angst sie gelehrt haben konnte sie es noch einmal rein und sicher ohne lügen beginnen sie fühlte sich bereit aber als geschiedene frau ehebrecherin befleckt vom skandal hinein zu leben dazu war sie zu müde und zu müde auch weiter dies gefährliche spiel einer erkauften und auf frist gewährten beruhigung vorzusetzen widerstand war das fühlte sie jetzt nicht mehr denkbar das ende schon nah verrat drohte von ihrem mann ihren kindern von allen das sie umgab und von ihr selbst flucht war unmöglich vor einem Gegner der allgegenwärtig schien und das bekenntnis die sichere hilfe blieb ihr verwehrt das wusste sie nun ein einziger weg war noch frei aber von dem gab es keine wiederkehr noch lockte das leben es war einer jener elementaren frühlingstage wie sie manchmal aus dem verschlossenen schoß des winters stürmisch hervorbrechen ein Tag mit unendlich erblautem himmel dessen erhobene die kinder stürmten herein in hellen kleidern die sie zum ersten mal in diesem jahre trugen und sie musste sich bezwingen ihren aufstürmenden jubel nicht mit trennen zu erwidern sobald das lachen der kinder mit seinem schmerzlichen nachhall in ihr verklungen war machte sie sich daran ihre eigenen beschlüsse entschlossen auszuführen zunächst wollte sie versuchen sich wieder in den besitz des Ringes zu setzen denn wie immer sich jetzt ihr Schicksal entschiede sollte kein Verdacht auf ihre Erinnerung fallen niemand einen sichtlichen Beweis ihrer Schuld besitzen niemand und vor allem die Kinder nicht sollten jemals das furchtbare Geheimnis ahnen das sie ihnen entrissen hatte ein Zufall müsste erscheinen den keiner zu verantworten hatte sie ging zunächst in eine Leihanstalt dort ein ererbtes Schmuckstück das sie fast niemals trug zu versetzen und sich somit genug Geld zu versehen um der Person eventuell den verräterischen Ring wieder abkaufen zu können gesichert im Gefühl sobald sie die bare Summe in der Tasche hatte promenierte sie dann weiter aufs Geratewohl im Innersten das ersehnend was sie bis gestern am meisten gefürchtet hatte der Presserin zu begegnen die Luft ballint und ein Geleucht von Sonne über den Häusern etwas von der ungestürmen Bewegung des Windes der weißen Wolken eilig über den Himmel jagte schien in den Rhythmus der Menschen eingedrungen zu sein die leichter und beschwingter ausschritten als Ehrlichkeit entsank ihren Sinnen sollte es denn möglich sein dass ein Wort irgendeines widrigen Weibes Eidisch zerstören könnte die Häuser da mit den blinkenden Fassaden die sausenden Wagen die lachenden Menschen und innen dieses rauschende Gefühl vom Blut sollte ein Wort die unendliche Flamme verlöschen können mit der die ganze Welt aufloderte in ihrem atmenden Herzen sie ging und ging aber nicht mehr mit gesenktem Blick sondern offenspürend und beinahe voll Gier endlich die langgesuchte zu entdecken das Opfer suchte jetzt den Jäger und wie das gehetze schwächere Tier wenn es fühlt dass einen drinnen nicht mehr möglich ist sich mit dem Entschluss der Verzweiflung plötzlich wendet und dem Verfolger kampfbereit entgegenstellt so verlangte sie es jetzt der Peinigerin sich Antlitz in Antlitz zu stellen und mit jener letzten Kraft zu ringen die der Trieb des Lebens den Verzweifelten verleiht mit Absicht blieb sie in der Nähe der Wohnung wo sonst die Erpresserin sie zu belauern pflegte einmal eilte sie sogar über die Straße weil in der Tracht irgendeine Frauenperson an die Gesuchte erinnerte es war längst nicht mehr der Ring um den sie zu kämpfte und der ihr doch nur Aufschub bedeutete und nicht Befreiung sondern wie ein Zeichen des Schicksals ersehnte sie diese Begegnung als Entscheidung über Leben und Tod von höherer Macht aus ihren eigenen Entschlüssen gefällt schien ihr sein wieder besetzt aber nirgends war die Person zu erspähen wie eine Ratte im Loch war sie verschwunden im unendlichen Gewirr der Riesenstadt enttäuscht aber noch nicht hoffnungslos kehrte sie mittags zurück um sogleich nach dem Mittagsmale die vergebliche Suche wieder das fast entwöhnte Grauen in ihr empor nicht die Person war es mehr nicht der Ring der sie beunruhigte sondern das grauenhafte Geheimnisvolle in all diesen Begegnungen das mit der Vernunft nicht mehr vorzubegreffen war diese Person hatte wie durch Magie ihren Namen erfahren und ihre Wohnung sie wusste all ihre Stunden und häuslichen Verhältnisse sie war immer im schreckhaftesten und gefährlichsten Moment gekommen um nun im erwünschtesten mit einem alle verschwunden zu sein irgendwo musste sie sein in diesem riesigen Getriebe nah wenn sie wollte und doch unerreichbar sobald man sie begehrte und dies gestaltlose der Drohung das unfassbar nahe der Erpresserin hart an ihrem Leben und doch nicht zu fassen lieferte die schon ermattete machtlos an die immer mehr mystische Angst es war als hätten sich höhere Kräfte zu ihrem Untergang teuflisch verschworen eine solche Verhöhnung ihrer Schwäche war in diesem übermächtigen Gewirr feindliche Zufälle nervös schon mit einem fiebernden Schritt lief sie immer noch dieselbe Straße auf und nieder wie eine Dirne dachte sie selbst aber die Person blieb unsichtbar nur das Dunkel kam jetzt drohend herab geglitten der frühe Frühlingsabend löste die helle Farbe des Himmels in schmutzigen trüber und eilig brach die Nacht herein Lichter entflammten sich in den Straßen der Strom der Menschen flutete rascher in die Häuser zurück das ganze Leben schien in dunkler Strömung zu entschwinden ein paar Mal ging sie noch auf und ab später noch einmal mit letzter Hoffnung die Straße entlang dann wandte sie sich ihrem Hause zu sie froh müde ging sie hinauf sie hörte wie man nebenan die Kinder zu Bett brachte aber sie vermiete ihnen gute Nacht zu wünschen Abschied zu nehmen für die eine und dabei an die ewige zu denken wozu sie jetzt auch sehen um in ihren übermütigen küssen ungetrübtes Glück zu fühlen in ihren hellen Gesichtern der Liebe wozu sich noch martern mit einer Freude die doch schon verloren war sie biss die Zähne zusammen nein sie wollte nichts mehr vom Leben fühlen nicht mehr das Gute und Lachende das sie mit so vieler Erinnerung band dass sie doch all diesen Zusammenhalten morgen mit einem Ruck zerreißen musste nur an das widerwärtige wollte sie jetzt denken an das hässliche das gemeine an das verhängnis die erpresserin an den skandal an alles was sie forttrieb dem abgrund entgegen die heimkehr ihres mannes unterbrach das dumpfe und einsame sinnen freundlich um ein reges gespräch bemüht suchte er sich ihr im worte zu nähern und fragte vielerlei eine gewisse nervosität meinte sie dieser plötzlich so regen sorgsamkeit entraten zu können aber sie widerstrebte jedem gespräch in erinnerung an das von gestern irgendeine innere angst hielt sie zurück sich durch liebe zu binden durch sympathie halten zu lassen er schien ihren widerstand zu spüren und irgendwie besorgt sie wiederum fürchtete vor seiner besorgnis neuerliche ernährung und bot ihm freizügig gute nacht dann ging sie morgen wie nah das war und wie unendlich fern ungeheuer weit und finster schien ihr die schlaflose nacht allmählich waren die geräusche der straße seltener an den reflexen des zimmers sah sie dass die lichter draußen erloschen manchmal meinte sie die nahen atemzüge von den anderen zimmern fühlen zu können das leben ihrer kinder ihres mannes der ganz nahen und doch so fernen fast schon entschwundenen welt aber auch gleichzeitig ein namenloses schweigen das nicht aus der natur nicht von rings umzukommen schien sondern von innen aus geheimnisvoll rauschender quelle eingesagt fühlte sie sich in einer unendlichkeit von stiller und das dunkel unsichtbarer himmel auf ihrer brust manchmal sprachen die stunden lauter eine zahl in das dunkel dann war die nacht schwarz und leblos aber zum ersten mal meinte sie den sinn dieser endlosen leeren dunkelheit zu verstehen sie sahen jetzt nicht mehr über abschied und tot sondern dachte nur wie sie ihm entgegen flüchten und möglichst unauffällig den kindern und sich die schande des aufsehens ersparen könnte an alle wege sahen sie von denen sie wusste dass sie zum tode führten dachte alle möglichkeiten in der selbst selbst vernichtung aus bis sie sich mit einer art freudigen schrecken plötzlich erinnerte dass der arzt bei einer schmerzhaften krankheit die schlaflosigkeit im gefolge hatte ihr morphium verschrieben hatte und sie damals tropfenweise das süßbittere gift aus einem kleinen fläschchen genommen hatte dessen inhalt wie man ihr damals sagte hinreichend war einen sanft entschlummern zu lassen nicht mehr gejagt zu werden ruhen zu können ruhen ins unendliche nicht mehr den hammer der angst auf dem herzen zu spüren der gedanke dieses sanften entschlummern reizte die schlaflose unendlich schon meinte sie den galligen geschmack auf den lippen zu fühlen und die weiche umnachtung der sinne alig raffte sie sich auf und entzündete das licht das fläschchen das sie bald fand war nur mehr halb voll und sie befürchtete es möchte nicht genügen fieberhaft durchforschte sie alle laden bis sie schließlich das rezept fand das die bereitung größerer quantitäten ermöglichte wie eine kostbare banknote faltete sie es lächelnd zusammen nun hielt sie den tod in der hand kühlde schauert und doch beruhigt wollte sie wieder zurück ins bett aber jetzt wie sie am beleuchteten spiegel vorbeischritt sah sie plötzlich aus dem dunklen rahmen sich selbst entgegentreten gespenstisch bleich hohlen auges und vom weißen nachtgewand wie in einem leichenlacken gehüllt grauen fiel sie an sie löschte das licht flüchtete frierend in das verlassene bett und lag wach bis in den dämmernden tag am vormittag am vormittag verbrannt sie ihre briefschaften brachte ordnung in allerhand kleine dinge aber sie vermied nach möglichkeit die kinder zu sehen und alles überhaupt was ihr lieb war sie wollte das leben jetzt nur abhalten sich an sie mit lust und verlockung anzuklammern und ihr den gefassten entschluss durch ein nur vergebliches zögern noch zu erschweren dann ging sie noch einmal auf die Straße zum letzten mal das Schicksal zu versuchen und der Erpresserin zu begegnen sie ging wieder rastlos die Straße ab aber nicht mehr mit jenem gesteigerten Gefühl der Spannung in ihr war schon etwas müde geworden und sie verzagte weiterkämpfen zu können sie ging und ging wie aus Pflichtbewusstsein zwei Stunden nirgends war die Person zu sehen es tat ihr nicht mehr weh fast wünschte sie sich nicht mehr die Begegnung so kraftlos fühlte sie sich sie sahen die Gesichter der Menschen hinein und alle schienen ihr fremd alle tot und irgendwie abgestorben das alles war irgendwie schon fern und verloren und gehörte ihr nicht mehr nur einmal schrag sie zusammen ihr war als hätte sie beim um blicken auf der anderen Seite der Straße aus dem Gewühl plötzlich den Blick ihres Mannes gefühlt jenen merkwürdigen harten stoßenden Blick den sie jetzt erst seit kurzem an ihm kannte ärgerlich starrte sie hinüber aber die Gestalt war rasch hinter einem vorbeifahrenden Wagen verschwunden und sie beruhigte sich mit dem Gedanken dass er zu dieser Zeit immer bei Gericht beschäftigt sei das Gefühl für die Stunde wurde ihr unsicher in der späten Erregung und sie kam verspätet zum Mittagsmahl aber auch er war noch nicht zur Stelle wie sonst sondern kam erst zwei Minuten später und wie ihr dünkte ein wenig erregt sie zehrte jetzig Stunden bis zum Abend und erschrak wie viele es noch waren wie wunderlich das war wie wenig Zeit man brauchte zum Abschied nehmen wie wenig wert alles schien wenn man wusste dass man es nicht hinnehmen könne etwas wie Schläfrigkeit kam über sie mechanisch ging sie über die Straße hinab aufs gerate wohl ohne zu denken oder zu schauen an einer kreuzung riss ein kutscher am letzten augenblick die pferde zurück schon hatte sie die deichsel des wagens knapp vor sich gestoßen gesehen der kutscher fluchte ungemein sie wandte sich kaum um das wäre Rettung gewesen oder Aufschub ein Zufall hätte ihr den Entschluss erspart müde ging sie weiter es war wohltuend so oft gar nicht zu denken nur wirr ein dunkles Gefühl vom Ende innen zu spüren einen Ebel der sacht niederstieg und alles verhüllte als sie zufällig aufblickte nach dem Namen der Straße zu sehen schaute sie zusammen in ihrem verworrenen wandeln war sie durch Zufall bis beinahe vor das Haus ihres einzigen Geliebten gekommen war das ein Zeichen er könnte ihr vielleicht noch helfen er musste die Adresse jener Person wissen sie zitterte beinahe vor Freude wie hatte sie dies nicht bedenken können die hieße einfachste mit allemale spürte sie die glieder wieder reg die Hoffnung beschwingte die trägen Gedanken die jetzt wird durcheinander stoben er müsste jetzt hingehen mit ihr zu jener Person und ein für allemal ein Ende machen er müsste sie bedrohen diese Erpressung einzustellen vielleicht genügte eine Summe sogar sie aus der Stadt zu entfernen es tat ihr plötzlich leid den arm jüngst so schlecht behandelt zu haben aber er würde ihr helfen sie war sich dessen gewiss wie seltsam dass diese Rettung jetzt niemand öffnete sie horchte es war jetzt hätte sie vorsichtig Schritte hinter der Tür gehört sie läutete nochmals wieder ein schweigen und wieder ein leises Geräusch von in da riss sie die Geduld sie läutete ohne unterlass es galt ihr Leben endlich rückte sich etwas hinter der Tür das Schloss knackte und ein schmaler Spalt tat sich auf ich bin es hast sie rasch wie gnädige Frau stammete er sichtlich verlegen ich war verzeihen sie ich war nicht darauf vorbereitet auf ihren besuch verzeihen sie meinen Aufzug dabei deutete er auf seine Hemdärmel sein Hemd war halb offen und er trug keinen krachen ich musste ihn dringend sprechen sie müssen mir helfen sagte sie nervös weil er sie noch immer im Flur stehen ließ wie eine Bettlerin wollen sie mich nicht eintreten lassen und mich eine Minute anhören sie geratzt hinzu bitte momentär verlegen und mit einem seitlichen blick ich bin nur jetzt ich kann nicht recht sie müssen mich hören es ist ihre schuld sie haben die pflicht mir zu helfen sie müssen mir den ring schaffen sie müssen oder sagen sie mir wenigstens die adresse sie verfolgt mich immer und jetzt sie fort sie müssen hören sie sie müssen erstattete sie jetzt merkte sie erst dass sie ganz zusammen hanglos die worte keuchte ach so sie wissen nicht also ihre geliebte ihre frühere die Person hat mich damals von ihnen fortgehen sehen und seitdem verfolgt sie mich und erpresst mich von mir sie foltert mich zu Tode jetzt hat sie mir den Ring genommen und den den muss ich haben bis heute abend muss ich ihn haben ich habe es gesagt bis zu heute abend wollen sie mir also helfen aber aber ich wollen sie oder nicht aber ich kenne doch keine Person ich weiß nicht wen sie meinen ich habe nie Beziehung gehabt zur Erpresserin er war beinahe gerubt zu ihr so sie kennen sie nicht sie sagt das so aus der Luft und sie ihren Namen und meine Wohnung vielleicht ist er auch nicht wahr dass sie erpresst vielleicht ertrümme ich das ja nur sie lachte grell ihm wurde unbehaglich ein Augenblick fuhr sie ihm durch den Sinn sie könnte wahnsinnig sein so funkelten ihre Augen ihr Gehabe war verstört die Worte sinnlos ängstlich sah er sich um bitte beruhigen sie sich doch ich versichere ihnen sie täuschen sich es ist ganz ausgeschlossen das muss nein ich verstehe es selbst nicht ich kenne frauen diese sorte nicht die beiden beziehungen die ich seit meinem kurzen Aufenthalt hatte sind nicht der art ich will keinen Namen nennen aber aber es ist so lächerlich ich versichere ihnen es muss ein Irrtum sein sie wollen mir also nicht helfen aber gewiss wenn ich kann dann kommen sie wir gehen zu ihr zu wem zu wem denn er fühlte wieder das grauen sie sei wahnsinnig als sie ihn jetzt beim arm fasste zu ihr wollen sie oder wollen sie nicht aber gewiss gewiss so kommen sie es geht mir um Leben und Tod er hielt an sich um nicht zu lächeln dann wurde er mit einem male förmlich verzeihung gnädige frau aber es ist mir momentan nicht möglich ich habe eine klavierstunde ich kann jetzt nicht unterbrechen so so grill lachte sie ihm ins gesicht so geben sie klavierstunden in heckdärmen sie lügner plötzlich gepackt von einer idee stürmte sie vorwärts er suchte sie zurückzuhalten hier ist sie also die erpresserin bei ihnen am ende spielt ihr gemeinsame spiel vielleicht teilt ihr alles was ihr aus mir herausgepresst habt aber ich will sie mir fassen jetzt habe ich vor nichts mehr angst sie schrie laut er hielt sie fest aber sie rang mit ihm riss sich los und stürzte zur tür des schlafzimmers eine gestalt fuhr zurück die offenbar an der tür gelauscht hatte irene starrte entgeistert eine fremde dame in etwas unordentlicher toilette an die ihr gesicht hastig abwandte ihr geliebter war ihr nachgestürmt um irene zu halten die er für wahnsinnig hielt und ein unglück zu verhüten aber schon trat sie wieder aus dem zimmer zurück verzeihen sie murmelte sie es war ihr ganz wirr sie verstand nichts mehr nur ekel fühlte sie unendlichen ekel und eine müdigkeit verzeihen sie sagte sie noch einmal als sie ihn unruhig ihr nachschauen sah morgen morgen werden sie alles begreifen das heißt ich ich verstehe selbst nicht mehr wie zu einem fremden sprach sie zu ihm nichts erinnerte sie dass sie jemals diesen menschen angehört hatte und kaum spürte sie noch den eigenen körper es war alles jetzt noch viel irrer als zuvor sie wusste nur dass irgendwo eine lüge sein musste aber sie war zu müde noch zu denken zu müde zu schauen mit geschlossenen augen stieg sie die treppe hinab wie ein verurteilter zum schafott dunkel war die straße als sie hinaustrat vielleicht flog sie durch den sinn wartet sie jetzt drüben vielleicht kommt ihr zum letzten augenblick noch rettung es war jetzt müsste sie die hände falten und beten zu einem vergessenen gott nur noch ein paar monate sich kaufen können die paar monate bis zum sommer und dann dort friedliche leben unerreichbar für die erpresserin leben zwischen wiesen und feldern nur einen sommer aber ihn so ganz und voll dass er mehr zählt wie ein ganzes menschen leben gerief spähte sie jetzt auf die schon dunkle straße drüben in einem haustor vermeinte sie eine gestalt lauern zu sehen aber jetzt wie sie näher trat schwann sie tiefer in den flur zurück einen augenblick glaubte sie ähnlichkeit mit ihrem man zu entdecken zum zweiten mal kam mir heute diese angst ihn zu überzeugen aber die gestalt war verschwunden im schatten unruhig ging sie weiter ein seltsam gespanntes gefühl im nacken wie von einem rückwärts brennenden blick einmal wandte sie sich noch um aber da war niemand mehr zu sehen die apotheke war nicht weit mit einem leisen schauer trat sie ein der provisor nahm das rezept und machte sich an die berättung alles sah sie in dieser einen minute die blanke waage die zierlichen gewichte die kleinen etiketten und oben in den schränken die reihen der essenzen mit dem fremdartigen lateinischen namen die sie unbewusst alle mit den blicken buchstabierte sie hörte die uhr ticken spürte den eigentümlichen duft diesen fettig süßigen geruch der arzneien und erinnerte sich mit einem maler als kind ihre mutter immer gebeten zu haben die besorgung für die apotheke übernehmen zu dürfen weil sie diesen geruch liebte und den fremdartigen anblick der vielen blinkenden tiegel dabei entsann sie sich entsetzt dass sie es versäumt habe von ihrer mutter abschied zu nehmen und die arme frau tat ihr furchtbar leid wie sie erschrecken würde dachte sie entsetzt aber schon zählte der provisor aus einem bauchigen gefäße die hellen tropfen in ein blaues fläschchen starr sah sie zu wie der tot aus diesem gefäß in das kleine wanderte von dem er bald in ihre adern strömen sollte und ein Gefühl von kälte rieselte durch ihre glieder sinnlos in einer Art von hypnose starrte sie auf seine Finger die jetzt den pfropfen in das gefüllte glas bohrten und jetzt mit papier die gefährliche rundung überklebten alle ihre sinne waren gefesselt und gelähmt von dem grausigen gedanken zwei kronen bitte sagte der provisor sie wachte auf aus ihrer starre und sah fremd um sich dann griff sie mechanisch in die tasche um das geld hervor zu holen noch traumhaft war alles in ihr sie sah die Münzen an ohne sie gleich zu erkennen und verzögerte sich unwillkürlich im zählen in diesem augenblick fühlte sie ihren arm erregt beiseite geschoben und hörte geld auf die gläserne schüssel klingen eine hand streckte sich neben ihr aus und griff nach dem fläschchen unwillkürlich wandte sie sich herum und ihr blick erstarrte es war ihr mann der da stand mit haar zu gepressten lippen sein gesicht war fahl und auf der stirn funkelten ihm feuchter schweiß sie fühlte sich einer ohnmacht nah und musste sich am tisch festhalten mit einem male begriff sie dass er es gewesen den sie auf der straße gesehen und er eben noch im haustor gelauert etwas in ihr hatte ihn schon dort ahnend erkannt und besann sich wir in der einen Sekunde komm sagte er mit einer dumpfen wirkenden Stimme sie ihres bewusstseins dass sie ihm gehorchte und ihr schritt ging mit ohne dass sie es selber wusste sie gingen nebeneinander über die straße keiner blickte den anderen an er hielt das fläschchen noch immer in der hand einmal blieb er stehen und wischte sich die feuchte Stirn und willkürlich hemmte auch sie den Schritt ohne es zu wollen ohne es zu wissen aber sie wagte nicht hinüber zu blicken keiner sprach ein wort der lärm der straße wogte zwischen ihnen auf der stiege ließ er sie vorausschreiten und sofort wie er nicht neben ihr ging geriet ihr Schritt ins wanken sie blieb stehen und hielt sich an da stützte er ihren arm bei der berührung schrak sie zusammen und hastete die letzten stufen rascher hinauf sie trat ins Zimmer er folgte ihr dunkel glänzten die wände kaum waren die gegenstände zu unterscheiden noch immer sprachen sie kein wort er riss das papier der umhüllung ab öffnete das fläschchen goss den Inhalt fort dann schleuderte er es heftig in eine Ecke sie zuckte zusammen bei dem klirrenden laut sie schwiegen und schwiegen sie fühlte wie er sich bändigte fühlte es ohne hinzusehen endlich trat er auf sie zu nah und nun ganz nah sie konnte seinen schweren Atem spüren und sah mit ihrem starren und wie verwölkten Blick den glanz seiner Augen funkelnd aus dem dunkel des raumes treten sein zorn wartete sie schon losbrechend zu hören und schauderte starr bei dem harten Griff seiner Hand entgegen der sie erfasste her rinnen stand aus herz aber er schwieg noch immer und mit einem unendlichen staunen spürte sie dass sein nahe treten ein sanftes war Irene sagte er und seine stimme klang merkwürdig weich wie lange sollen wir uns noch quälen da brach es aus ihr aus plötzlich konvulsivisch mit einem übermächtigen stoß wie ein einziger sinnloser tierischer schrei endlich stützte es vor das aufgesparte niedergerungene schluchzen all dieser wochen eine zornige hand schien sie von innen zu zerfressen und gewalttätig zu rütten sie schwankte wie eine trunkne und wäre umgesunken hätte er sie nicht festgehalten Irene 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 immer leiser immer beschwichtiger den Namen sprechend als könnte er den verzweifelten aufroder gekrämpften nerven durch die immer zärtlichere Tönung des Wortes glätten aber nur schluchzen antwortete freuten er führte er trug den zuckenden körper zum sofa und bettete ihn aber das schluchzen wurde nicht still wie mit elektrischen schlägen schüttete der weinkrampf die glieder wellen von schauer und kälte schien den gefolterten leib zu überrinnen seit wochen auf das unerträglichste gespannt waren die nerven und zerrissen und fessellos tobte die qual durch den fühllosen fasste die kalten Hände küsste zuerst beruhigend und dann wild in Angst und Leidenschaft ihr kleid ihren Nacken aber das zucken fuhr immer wie ein riss über die hingekaute Gestalt und von innen rollte die aufstürzende endlich entfesselte Welle des Schluchzen empor er fühlte das Gesicht an das kühl war von Trauer gebadet und spürte die hemmenden Adern an warum weinst du jetzt jetzt ist doch alles vorbei warum quälst du dich noch du musst dich nicht ängstigen mehr sie wird nie mehr wieder kommen nie mehr ihr körper zuckte wieder auf mit beiden Händen hielt er ihn fest eine Angst war in ihm als er diese Verzweiflung fühlte die den gefolterten Leib zerriss als er sie gemordet immer wieder küsste er sie und stammelte wirre worte der entschuldigung nein nie mehr ich schwöre es dir ich habe es ja nicht ahnen können dass du so sehr erschrecken würdest nur rufen wollte ich dich zurück zu deiner Pflicht nur dass du von ihm weg gehst für immer und zurück zu uns ich hatte doch keine andere Wahl als ich es durch Zufall erfuhr ich konnte es dir selbst auch nicht sagen ich dachte dachte immer du würdest kommen darum habe ich sie gesandt diese arme person dass sie dich treiben sollte ein armes ding ist sie eine schauspielerin eine entlassene sie hat sich ja ungern hergegeben aber ich wollte es ich sehe es war unrecht aber ich wollte dich doch zurück ich habe es dir doch immer gezeigt dass ich bereit bin dass ich nichts will als verzeihen aber du hast mich nicht verstanden aber so so weit wollte ich dich nicht treiben ich habe ja mehr gelitten alles das zu sehen jeden schritt habe ich dich beobachtet nur wegen der kinder weißt du wegen der kinder musste ich dich doch zwingen aber jetzt ist doch alles vorbei jetzt wird alles wieder gut sie hörte dumpf aus einer unendlichen ferne Worte die nah klangen und verstand sie doch nicht eine rauschen wog dir innen das alles übertönte ein tumult der sinne in dem jedes gefühl verging sie fühlte berührung an ihrer haut küsse und liebkosung und die eigenen nun schon erkaltenden tränen aber immer war das blut voll klingen voll eines dumpfen dröhnen getöns das gewaltsam schwoll und nun donnerte wie rasende Glocken dann schwand ihr alle Deutlichkeit sie spürte aus ihrer Ohnmacht erwachend dass man sie entkleidete sah wie durch viele Wolken das Antlitz ihres Mannes gütig und besorgt dann fiel tief ins dunkel hinab in dem lang entbehrten schwarzen und traumlosen Schlaf als sie am nächsten Morgen die Augen aufschlug war es schon hell im Zimmer und Helligkeit spürte sie in sich entwölkt und wie durch Gewitter gereinigt das eigene Blut sie versuchte sich zu entsinnen was ihr geschehen war aber alles schien ihr noch traur unwirklich leicht und befreit so wie man im Schlaf durch die Räume schwebt dünkte ihr dies hämmernde Empfinden und um der Wahrheit des wachen Erlebens gewiss zu werden tastete sie die eigenen Hände prüfend ab plötzlich schrag sie zusammen an ihrem Finger funkelte der Ring mit einem dumpfes Gefühl von vor dem das nur nie gewagt hatte Gedanken und Verdacht zu werden weil das verflucht sich jetzt plötzlich zu klaren Zusammenhang alles verstand sie mit einem Male die Fragen ihres Mannes das Erstaunen ihres Liebhabers alle Maschen rollten sich auf und sie sah das grauenvolle Netz in dem sie verstrickt gewesen war Erbitterung überfiel sie und Scham wieder begannen die Nerven zu zittern und fast bereute sie erwacht zu sein aus diesem traumlosen angstlosen Schlaf da klang Lachen von nebenan die Kinder waren aufgestanden und lärmten wie erwachene Vögel in den jungen Tag deutlich erkannte sie die Stimmen des Knaben und spürte erstaunt zum ersten Mal wie sehr sie der seines Vaters glich leise flog ein Lächeln auf ihrer Lippen und rastete dort still mit geschlossenen Augen lag sie um all dies tiefer zu genießen was ihr Leben war und nun auch ihr Glück innen tat noch leise etwas weh aber es war ein verheißener Schmerz glühend und doch lind so wie Wunden brennen ehe sie für immer vernarben wollen und über wie habe kann verров Shit verrunde in wo ich und ich alles ich leise ich habe ich Es war ein Mann von der Insel Hawaii, den ich Kiabe nennen will. Er lebt nämlich noch und sein Name muss verschwiegen bleiben, aber sein Geburtsort war nicht weit von Honanau, wo die Gebeine Kearbes des Großen in einer Höhle begraben liegen. Dieser Mann war arm, ehrlich und fleißig. Er konnte lesen und schreiben wie ein Schulmeister. Außerdem war er ein ausgezeichneter Matrose, fuhr eine Zeit lang auf den Inseldampfern und steuerte einen Kutter an der Küste von Hamakua. Schließlich kam es Kiaba in den Sinn, sich mal die große Welt und ausländische Städte anzusehen, und er heuerte auf einem Schiff an, das nach San Francisco fuhr. Das ist eine schöne Stadt, mit einem schönen Hafen und so vielen reichen Leuten, dass man sie nicht sehen kann. Und im Besonderen ist da ein Hügel, der ganz mit Palästen bedeckt ist. Nach diesem Hügel machte nun Kiaba eines Tages einen Spaziergang, seine ganze Tasche voll von Geld, und besah sich mit Vergnügen die großen Häuser auf beiden Seiten. Was für schöne Häuser sind das! Und wie glücklich müssen die Leute sein, die darin wohnen, und sich nicht um den morgigen Tag zu kümmern brauchen. Wie er so darüber nachdachte, kam er vor ein Haus, das war kleiner als die anderen, aber wunderschön und sauber wie ein Spielzeug. Die Treppen vor dem Hause glänzten wie Silber, die Beete in dem Garten waren voll Blumen, wie er gelangten, und die Fensterscheiben funkelten wie Diamanten. Und Kiaba blieb stehen und verwunderte sich über die Herrlichkeit all dessen, was er sah. Wie er nun so dastand, bemerkte er einen Mann, der durch ein Fenster nach ihm sah, und das Fenster war so klar, dass Kiaba ihn beobachten konnte, wie man einen Fisch in einer Wasserlache auf dem Riff beobachten kann. Der Mann war schon endlich, mit einem kahlen Kopf und einem schwarzen Bart. Auf seinem Gesicht lag schwere Sorge, und er seufzte bitterlich. Und die Wahrheit ist die, als Kiaba auf den Mann drinnen und der Mann auf Kiaba draußen sah, beneidete jeder von ihnen den anderen. Auf einmal lächelte der Mann und nickte und winkte Kiaba zu, er solle hereinkommen, und ging ihm an die Haustür entgegen. Und da sagte der Mann und seufzte dabei bitterlich, Das ist ein schönes Haus, mein Haus. Hätten Sie nicht Lust, sich mal die Zimmer anzusehen? So führte er denn Kiaba durch das ganze Haus, vom Keller bis auf den Dachboden hinauf. Und in dem Hause war nichts, das nicht in seiner Art verendet war, und Kiaba war erstaunt. Gewiss, dies ist ein schönes Haus. Wenn ich in einem solchen Haus wohnte, würde ich den ganzen Tag lachen. Wie kommt es denn nun, dass Sie immer so seufzen? Es ist kein Grund vorhanden, warum Sie nicht ein Haus haben sollten, das in allen Dingen diesem hier ähnlich ist, und sogar noch schöner, wenn Sie wünschen. Sie haben doch wohl etwas Geld bei sich, denke ich. Ich habe 50 Dollar. Aber ein Haus wie dies wird mehr als 50 Dollar kosten. Der Mann dachte einen Augenblick nach, wie wenn er rechnete. Dann sagte er, Es tut mir leid, dass Sie nicht mehr haben, denn das kann Ihnen vielleicht in der Zukunft Sorgen bereiten. Aber für 50 Dollar sollen Sie es haben. Das Haus? Nein, nicht das Haus, aber die Flasche. Denn ich muss Ihnen sagen, obwohl ich Ihnen so reich und glücklich erscheine, so kam all mein Glück und dieses Haus mitsamt den Garten von ihr her, die nicht viel größer ist als eine Faust. Da ist sie. Und er öffnete einen Wandschrank und nahm eine rundbauchige Flasche mit einem langen Hals heraus. Das Glas der Flasche war weiß wie Milch, mit schillernden Regenbogenfarben. Drinnen in der Flasche bewegte sich etwas Unbestimmtes, wie ein Schatten und ein Feuer. Dies ist die Flasche. Sie glauben mir nicht? Nun, dann versuchen Sie es selber mal. Sehen Sie zu, ob Sie sie zerbrechen können. So nahm den Kerbe die Flasche in die Hand und schmiss sie auf den Fußboden. Und schmiss sie immer wieder, bis er müde war. Aber sie prallte von dem Fußboden ab wie ein Kinderball und blieb heil und ganz. Das ist ein merkwürdiges Ding. Denn wie sie sich anfühlt und aussieht, sollte sie aus Glas sein. Aus Glas ist sie. Aber das Glas dieser Flasche wurde in den Flammen der Hölle geblasen. Ein Teufelchen wohnt darin und das ist der Schatten, den wir da sich bewegen sehen. Wenigstens denke ich mir das. Wenn irgendein Mensch diese Flasche kauft, steht ihm das Teufelchen zu Befehl. Alles, was er begehrt. Liebe, Ruhm, Geld, Häuser wie dieses Haus. Ja, sogar eine Stadt wie diese Stadt. Alles ist sein, sobald er das Wort ausspricht. Napoleon hatte diese Flasche und wurde durch sie der König der Welt. Aber schließlich verkaufte er sie und stürzte. Captain Cook hatte diese Flasche und fand dank ihr den Weg zu so vielen Inseln. Aber auch er verkaufte sie und wurde auf Hawaii erschlagen. Denn sobald sie verkauft ist, entschwindet die Macht des früheren Besitzers und der Beistand des Teufels. Und wenn einer nicht mit dem zufrieden ist, was er hat, wird es ihm übel ergehen. Und doch reden sie selber davon, dass sie sie verkaufen wollen? Ich habe alles, was ich wünsche und ich werde allmählich alt. Ein einziges vermag das Teufelchen nicht. Es kann nicht das Leben verlängern und es wäre nicht ehrlich, es ihnen zu verhehlen. Mit der Flasche ist ein Übelstand verbunden, denn wenn ein Mensch stirbt, bevor er sie verkauft, muss er ewiglich in der Hölle brennen. Ganz gewiss ist das ein Übelstand. Mit dem Ding möchte ich nichts zu tun haben. Ich kann Gott sei Dank auch ohne ein Haus fertig werden. Aber eines gibt es, womit ich ganz und gar nicht fertig werden könnte. Nämlich, dass ich verdammt wäre. Oh je, sie müssen nicht gleich so hastig sein. Sie haben weiter nichts zu tun, als dass sie sich der Macht des Teufelchens mit Mäßigung bedienen und die Flasche dann an irgendeinen anderen verkaufen, wie ich sie jetzt ihnen verkaufe, und dann bis an das Ende ihrer Tage in Behaglichkeit leben. Hm, ich bemerke zweierlei. Die ganze Zeit seufzen sie wie eine Jungfer, die verliebt ist. Das ist das eine. Und das andere ist, sie verkaufen diese Flasche sehr billig. Ich habe ihnen schon gesagt, warum ich seufzte. Nämlich, weil ich befürchte, dass meine Gesundheit schwach wird. Und wie sie selber sagten, zu sterben, um zum Teufel zu gehen, das ist für jeden Menschen was Schreckliches. Was nun das anbetrifft, dass ich die Flasche so billig verkaufe, so muss ich ihnen erklären, dass mit der Flasche eine besondere Bedingung verknüpft ist. Vor langer Zeit, als der Teufel sie zuerst auf die Erde brachte, da war sie ungeheuer teuer. Zuallererst wurde sie an den Priester Johannes verkauft für viele Millionen Dollar. Sie kann aber nur mit Verlust verkauft werden. Wenn sie sie um denselben Preis verkaufen, den sie dafür bezahlt haben, so kommt sie zu ihnen zurück wie eine Taube in den Schlag. Infolgedessen ist der Preis in allen diesen Jahrhunderten fortwährend gesunken und die Flasche ist jetzt merkwürdig billig. Ich selber kaufte sie von einem meiner großmächtigsten Nachbarn, hier auf dem Hügel. Der Preis, den ich dafür bezahlte, betrug nur 90 Dollar. Ich könnte sie für 89 Dollar und 99 Cent verkaufen, aber nicht um einen Cent teurer, sonst würde das Ding zu mir zurückkommen. Nun sind zwei Missstände dabei. Erstens, wenn man eine so eigenartige Flasche für 80 und so und so viele Dollar anbietet, denken die Leute, man mache einen Scherz. Und zweitens, aber damit eilt es nicht und ich brauche nicht näher darauf einzugehen. Nur müssen sie daran denken, dass sie die Flasche für gemünztes Geld verkaufen müssen. Woher soll ich aber wissen, dass dies alles wahr ist? Einen kleinen Versuch können sie sofort machen. Geben sie mir ihre 50 Dollar, nehmen sie die Flasche und wünschen sie sich ihre 50 Dollar in ihre Tasche zurück. Wenn das nicht eintrifft, so versichere ich ihnen mit meinem Ehrenwort, dass ich den Handel rückgängig mache und ihnen ihr Geld zurückzahle. Sie belügen mich doch nicht. Und der Mann band sich mit einem großen Eid. Schön, so viel will ich riskieren, denn das kann ja weiter nichts schaden. Und er bezahlte dem Mann sein Geld und der Mann übergab ihm die Flasche. Flaschenteufelchen, ich wünsche mir meine 50 Dollar zurück. Und richtig, kaum hatte er das Wort gesprochen, so war seine Tasche so schwer wie zuvor. Wahrhaftig, das ist eine wundervolle Flasche. Und nun, guten Morgen, mein schöner Junge, und hole Sie der Teufel statt meiner. Halt! Ich will von diesem Unsinn nichts mehr wissen. Hier, nehmen Sie Ihre Flasche zurück. Sie haben sie für weniger gekauft, als ich dafür bezahlt hatte. Jetzt gehört sie Ihnen, und ich für meinen Teil wünsche weiter nichts, als Ihren Rücken zu sehen. Und damit klingelte er nach seinem chinesischen Diener und ließ Keabe die Haustür zeigen. Als nun Kerbe auf der Straße stand, seine Flasche unter dem Arm, da begann er nachzudenken. Wenn dies von der Flasche alles wahr ist, habe ich vielleicht ein böses Geschäft gemacht. Aber vielleicht hat der Mann nur einen Spaß mit mir getrieben. Das Erste, was er tat, war, dass er sein Geld zählte. Die Summe stimmte genau. 49 Dollar amerikanisches Geld und ein chilenischer Peso. Das sieht nach Wahrheit aus. Nun will ich es mal an einer anderen Stelle versuchen. Die Straßen in jenem Stadtteil waren so rein wie ein Schiffsdeck. Und obgleich es Mittag war, gingen keine Leute auf der Straße. Keabe setzte die Flasche in Rindstein und ging weg. Zweimal sah er sich um, und da stand jedes Mal die milchweiße, rundbauchige Flasche auf der Stelle, wo er sie hingestellt hatte. Zum dritten Male sah er sich um, und dann bog er um eine Ecke. Aber kaum hatte er das getan, da stieß etwas an seinen Ellbogen. Und siehe da, es war der lange Flaschenhals, der steil im Porch stand, und der runde Bauch der Flasche, der fest in der Tasche seiner Matrosenjacke stag. Und das sieht auch nach Wahrheit aus. Das Nächste, was er nun tat, war folgendes. Er kaufte in einem Laden einen Pfropfenzieher und ging an einen einsamen Ort auf freiem Felde, draußen vor der Stadt. Und dort versuchte er, den Pfropfen herauszuziehen. Aber so oft er die Schraube hineindrehte, kam sie wieder heraus, und der Kork war heil und ganz wie zuvor. Das ist ein neumodischer Pfropfen, sagte Keabe. Und auf einmal begann er zu zittern und zu schwitzen, denn er hatte Angst vor der Flasche. Auf seinem Rückweg nach dem Hafen sah er einen Laden, worin ein Mann Muscheln und Keulen von den Südseeinseln verkaufte. Dazu alte Götzenbilder, alte Münzen, chinesische und japanische Bilder und all solches Zeug, wie Seeleute es ihren Matrosenkisten mitbringen. Und da hatte er einen Einfall. So ging er dann hinein und bot die Flasche für 100 Dollar zum Verkauf an. Der Ladenbesitzer lachte ihn zuerst aus und bot ihm fünf. Aber allerdings, es sei eine merkwürdige Flasche, solches Glas sei niemals in einer menschlichen Glashütte geblasen worden. So hübsch spielten die Farben unter dem Milchweiß und so seltsam tanzte der Schatten in der Mitte. Nachdem er also eine Weile mit ihm gefeilscht hatte, wie diese Leute zu tun pflegen, gab der Trödler dem Keabe 60 Silberdollar für das Ding und setzte es auf ein Board mitten in seinem Schaufenster. Nun, ich habe also für 60 verkauft, was ich für 50 kaufte. Oder eigentlich noch etwas billiger, weil einer von meinen Dollars ein Chilenischer war. Nun werde ich also die Wahrheit auch über einen anderen Punkt erfahren. So ging er dann an Bord seines Schiffes zurück und als er seine Kiste aufmachte, da lag die Flasche. Sie war also schneller gekommen als er. Nun hatte Keabe an Bord einen Mat, der hieß Lopaka. Was fehlt dir denn, dass du so in deine Kiste starrst? Sie waren allein vorne im Schiffsraum und Keabe ließ ihn Verschwiegenheit schwören und erzählte ihm alles. Das ist eine sehr sonderbare Geschichte und ich fürchte, du wirst wegen dieser Flasche in Sorgen kommen. Aber eines ist dabei sehr klar. Die Sorgen sind dir sicher und darum solltest du auch den Profit von diesem Geschäft mitnehmen. Überlege dir, was du dir wünschen willst. Gib den Befehl und wenn der ausgeführt wird, wie du es willst, dann will ich selber die Flasche kaufen. Denn ich habe den Wunsch, einen Schoner zu besitzen und zwischen den Inseln Handel zu treiben. Danach steht mein Sinn nicht. Sondern ich möchte ein schönes Haus mit Garten an der Küste von Kona haben, wo ich geboren wurde. Wo die Sonne zur Tür hineinscheint, mit Blumen im Garten, Glasscheiben in den Fenstern, Bilder an der Wand, Nippsachen und schöne Decken auf den Tischen. Ganz und gar so ein Haus wie das, worin ich heute war. Bloß ein Stockwerk höher und mit Balkonen rundherum wie das Königspalast. Und darin möchte ich wohnen ohne Sorge und mit meinen Freunden und Verwandten lustig sein. Schön. Lass uns die Flasche mit nach Hawaii nehmen. Und wenn alles richtig ausfällt, wie du denkst, will ich die Flasche, wie ich dir sagte, kaufen und will für mich einen Schoner verlangen. So machten sie es dann miteinander ab und es dauerte nicht lange, da fuhr das Schiff nach Honolulu zurück, mit Kerbe und Lupaka und der Flasche an Bord. Kaum waren sie an Land gekommen, so begegneten sie am Strande einem Freund, der Kerbe sein Beileid auszusprechen begann. Ich weiß nicht, wozu man mir Beileid aussprechen muss. Ist es möglich, dass du es noch nicht gehört hast? Dein Ohrheim, der gute alte Mann ist tot, und dein Vetter, der schöne Junge, ertrank in der See. Kerbe war sehr bekümmert, begann zu weinen und zu klagen und vergaß so ganz und gar seine Flasche. Aber Lupaka war nachdenklich, und als Kerbe Schmerz sich ein bisschen gelegt hatte, sagte er auf einmal, Ich habe eben darüber nachgedacht. Hatte nicht dein Ohrheim Landbesitz in Hawaii, im Bezirk Kao? Nein, nicht in Kao. Die Ländereien liegen an der Bergseite, ein bisschen südlich von Ho'okena. Diese Ländereien werden ja jetzt dein sein. Ganz gewiss werden sie das, sagte Kerbe und begann wieder, um seine Verwandten zu weinen. Nein, lass jetzt das Jammern sein. Ich habe einen Gedanken in meinem Sinn. Was meinst du, wenn dies die Flasche verursacht hätte? Denn hier ist ja der Platz fertig für dein Haus. Wenn das so ist, dann ist das eine sehr schlimme Art, mir zu dienen, indem man meine Verwandten tötet. Aber, allerdings, es mag wohl sein. Denn gerade in so einer Lage sah ich das Haus mit meines Geistes Augen. Das Haus ist aber noch nicht gebaut. Nein, und wird auch niemals gebaut werden. Denn mein Onkel hatte zwar ein bisschen Kaffee und Ava und Bananen, aber das wird nicht mehr sein, als dass ich bequem leben kann. Und der Rest der Ländereien ist schwarze Lava. Lass uns zum Rechtsanwalt gehen. Ich habe meinen Gedanken immer noch im Kopf. Als sie nun zu dem Rechtsanwalt kamen, da stellte es sich heraus, dass Kerbes Ohrheim in den letzten Tagen ungeheuerlich reich geworden war. Und es war ein Vermögen an barem Geld vorhanden. Und hier ist das Geld für das Haus. Wenn sie an ein neues Haus denken, das sie bauen wollen, sagte da der Rechtsanwalt. Hier ist die Karte eines neuen Baumeisters, von dem man große Dinge erzählt. Besser und besser. Hier ist ja alles klipp und klar. Lass uns fortfahren, den Befehlen zu gehorchen. So gingen sie denn zu dem Baumeister. Und der hatte Baupläne von Häusern auf seinem Tisch liegen. Sie wünschen etwas, das nicht so alltäglich ist? Wie gefällt Ihnen dies hier? Und erreichte Kea aber eine Zeichnung. Als nun Kea aber einen Blick auf diese Zeichnung warf, da schrie er laut auf. Denn es war ganz genau das Bild von dem Hause, das er sich gedacht hatte. Dies Haus muss ich kriegen. So wenig mir die Art und Weise gefällt, wie ich dazu komme, so muss ich es doch jetzt kriegen. Es ist wohl auch ebenso gut, wenn ich mit dem Bösen auch das Gute nehme. So sagte er dann dem Baumeister all seine Wünsche und wie er das Haus eingerichtet haben wolle und von den Bildern an der Wand und den Nipsachen auf den Tischen. Und er fragte den Mann, für wie viel Geld er es übernehmen wollte, den ganzen Auftrag auszuführen. Der Baumeister stellte viele Fragen. Und dann nahm er eine Feder und machte eine Berechnung. Und als er fertig war, nannte er genau die Summe, die Kea aber geerbt hatte. Lopaka und Kea aber sahen einander an und nickten. Es ist ganz klar, dass ich dieses Haus kriegen muss. Ob ich will oder nicht? Es kommt vom Teufel und ich fürchte, ich werde wenig Gutes davon haben. Und eines ist ganz gewiss. Ich werde keine Wünsche mehr äußern, solange ich noch diese Flasche habe. Aber das Haus habe ich nun einmal auf dem Buckel und darum kann ich ebenso gut mit dem Bösen auch das Gute nehmen. So machte er seinen Vertrag mit dem Baumeister und sie unterzeichneten ein Papier. Und Kea aber und Lopaka gingen zu Schiff und segelten nach Australien, denn sie hatten untereinander abgemacht, dass sie sich um den Bau gar nicht bekümmern, sondern es dem Baumeister und dem Flaschenteufel überlassen wollten, nach ihrem eigenen Gefallen dieses Haus zu bauen und auszuschmücken. Sie hatten eine gute Reise, nur wagte die ganze Zeit über Kea aber kaum ein Wort zu sagen, denn er hatte geschworen, dass er keine Wünsche mehr aussprechen und keine Dienste mehr von dem Teufelchen annehmen wollte. Als sie zurückkamen, war die Zeit herum. Der Baumeister sagte ihnen, das Haus sei fertig, und Kea aber und Lopaka fuhren als Passagiere auf der Hall nach Kona hinunter, um das Haus zu besichtigen und nachzusehen, ob alles richtig gemacht sei, wie Kea aber es sich in seinem Sinn gedacht hatte. Nun, das Haus stand am Bergabhang, sodass es vom Schiff aus gesehen werden konnte. Über ihm lief der Wald hinauf bis in die Regenwolken, unter ihm fiel die schwarze Lava in Klippen ab, in denen die Könige der alten Zeiten begraben liegen. Ein Garten blühte rund um das Haus herum mit Blumen von allen Farben, und auf der einen Seite war ein Garten mit Papaya-Bäumen, und auf der anderen ein Garten mit Brotbäumen, und auf der Vorderseite, nach der See zu, da war ein Schiffsmast aufgetakelt und trug eine Flagge. Das Haus war aber drei Stockwerke hoch, mit großen Zimmern und breiten Balkonen vor jedem. Die Fenster waren aus Glas, und das war so ausgezeichnet, dass es so klar wie Wasser und so hell wie der Tag war. Alles mögliche Hausgerät schmückte die Zimmer. Gemälde hingen an den Wänden in goldenen Rahmen, Bilder von Schiffen und von Schlachten, von den allerschönsten Weibern und von merkwürdigen Orten. Nirgendwo auf der Welt gibt es Gemälde von so hell leuchtenden Farben wie die, die Kiabe in seinem Haus an der Wand hängen fand. Die Nippsachen aber waren außerordentlich schön. Uhren, die die Stunden schlugen, und Spieldosen. Kleine Männchen mit nickenden Köpfen, Bücher von mit Bildern, kostbare Waffen aus allen Teilen der Welt, die elegantesten Rätselspiele, mit denen ein Mann, wenn er allein ist, sich die Zeit vertreiben kann. Und da kein Mensch in solchen Zimmern leben möchte, bloß um durch sie hindurch zu gehen und sie anzugucken, so waren die Balkone so breit gemacht, dass eine ganze Stadt voller Wonne hätte draufhausen können. Und Kiabe wusste nicht, welcher Balkon ihm lieber war, der auf der Rückseite, wo man die Landbrise bekam und auf Baumgärten und die Blumenbeete sah, oder der Vorderbalken, auf dem man den Seewind trinken und über den steilen Bergwall hinabblicken und die Hall sehen konnte, wie sie alle Wochen einmal zwischen Hukina und den Bergen von Pili hin und her fuhr, oder die Schoner, die die Küste hinaufkreuzten, um Holz und Ava und Bananen zu holen. Als sie nun alles besichtigt hatten, da setzten Kiabe und Lopaka sich auf die Türschwelle und Lopaka fragte, Nun, ist alles so, wie du es dir ausgedacht hattest? Worte können es nicht aussprechen. Es ist besser, als ich geträumt hatte und ich bin ganz krank vor Zufriedenheit. Es ist bloß ein Ding dabei zu bedenken. Dies alles kann auf natürliche Weise hergegangen sein und das Flaschentäufelchen hat vielleicht gar nichts damit zu tun. Wenn ich nun die Flasche kaufte und schließlich keinen Schoner bekäme, dann hätte ich für nichts und wieder nichts meine Hand ins Feuer gesteckt. Ich gab dir allerdings mein Wort. Trotzdem denke ich, du möchtest mir eine weitere Probe nicht abschlagen. Ich habe geschworen, ich würde keine Gunst mehr annehmen. Ich sitze schon tief genug drin. Es ist keine Gunst, woran ich denke. Ich möchte bloß Teufelchen selber sehen. Dabei ist nichts zu gewinnen und so braucht man sich auch eines solchen Wunsches nicht zu schämen. Aber wenn ich ihn einmal sähe, so würde ich der ganzen Sache gewiss sein. Also tu mir doch den Gefallen und lass mich das Teufelchen sehen. Sobald du es getan hast, will ich die Flasche kaufen. Dabei ist bloß eins, wovor ich Furcht habe. Das Teufelchen mag vielleicht sehr hässlich anzusehen sein. Und wenn du es einmal gesehen hättest, so könnte es dir dann sehr unerwünscht sein, die Flasche zu haben. Ich bin ein Mann von Wort. Und hier zwischen uns liegt das Geld. Nun schön. Ich bin selber neugierig. Also los. Lasst euch mal anschauen, Herr Teufel. Sobald nun das gesagt war, schaute das Teufelchen aus der Flasche heraus und war gleich wieder drin, flink wie eine Eidechse. Kerbe und Lopaka aber saßen da zu steinerstarrt. Es war schon finstere Nacht, bevor einer von den beiden einen Gedanken fassen oder die Stimme finden konnte, ein Wort sprechen. Und dann schob Lopaka seinem Freunde das Geld zu, nahm die Flasche und sagte, Ich bin ein Mann von Wort. Und wenn ich das nicht wäre, dann würde ich diese Flasche nicht mit meinem Fuß anrühren. Na, ich werde meinen Schoner kriegen und dazu einen Dollar oder zwei für meine Flasche. Und dann will ich diesen Teufel wieder loswerden, so schnell ich kann. Denn um dir die reine Wahrheit zu sagen, sein Anblick hat mich ganz umgeschmissen. Lopaka, denke nicht schlechter von mir, als du nötig hast. Ich weiß, es ist Nacht, die Wege sind schlecht und die Stelle bei den Gräbern ist ein schlimmer Ort, um in so später Stunde dran vorbeizugehen. Aber ich erkläre dir, seitdem ich das Gesichtchen gesehen habe, kann ich nicht essen oder schlafen oder beten, bis es aus meiner Nähe ist. Ich will dir eine Laterne geben und einen Korb, in den du die Flasche legen kannst. Und jedes Bild oder jedes schöne Ding in meinem Hause, wonach die da sind, stehen mag, kannst du haben. Aber geh sofort und schlafe in Ho-Okena bei Nahino. Kerwe, mancher Mann würde dies übel nehmen, zumal, da ich dir einen so großen Gefallen tue, mein Wort zu halten und die Flasche zu kaufen. Und besonders, da die Nacht und die Dunkelheit und der Weg an den Gräbern vorbei zehnmal so gefährlich sein müssen für einen Menschen, der solch eine Sünde auf seinem Gewissen und solch eine Flasche unter seinem Arm hat. Aber ich bin selber so fürchterlich erschrocken, ich habe nicht das Herz, dich zu tadeln. So geh ich denn also. Und ich bitte Gott, du mögest in deinem Hause glücklich sein, und ich möge mit meinem Schoner Glück haben. Und wir mögen beide schließlich in den Himmel kommen, trotz dem Teufel in seiner Flasche. So ging Lopaka den Berg hinunter, und Kerwe stand auf seinem Vorderbalken und horchte auf das Klappern der Hufe, und spähte nach dem Laternenschein, wo er den Bergpfad beleuchtete, und das Höhlen riff, wo die Toten der alten Zeit begraben liegen. Und die ganze Zeit über zitterte er und faltete die Hände und betete für seinen Freund und gab Gott Ruhm und Preis dafür, dass er selber aus dieser Not entronnen war. Aber der nächste Tag kam herrlich leuchtend, und sein neues Haus war so köstlich anzuschauen, dass er seine Schrecken vergaß. Ein Tag folgte dem anderen, und Kerwe hauste dort in beständiger Freude. Er hatte seinen Platz auf dem hinteren Balkon. Dort aß und wohnte er und las die Geschichten in den Zeitungen von Honolulu. Jeder aber, der vorüberging, kam herein und besah die Zimmer und die Bilder. Und der Ruhm des Hauses erscholl weit und breit. In ganz Kona nannte man es Kale-Hale-Nui, das große Haus. Zuweilen auch das blanke Haus, denn Kerwe hielt sich ein Chinesen, der den ganzen Tag Staub wischte und putzte. Und das Glas und die Vergoldung und die schönen Stoffe und die Gemälde leuchteten so hell wie der Morgen. Kerwe selber aber konnte nicht in sein Zimmer gehen, ohne zu singen. So weit war ihm das Herz. Und wenn auf der See Schiffe vorbeisegelten, ließ er seine Flagge vom Mast wehen. So ging die Zeit dahin, bis eines Tages Kerwe auf einen Besuch nach Kailuna kam, um nach seinen Freunden zu sehen. Dort wurde er wohl bewirtet. Am nächsten Morgen aber verabschiedete er sich, soweit er konnte, und ritt schnell wieder heim, denn er war ungeduldig, sein schönes Haus zu sehen. Und außerdem war die nächste Nacht gerade die Nacht, in der bei Kona die Toten der alten Tage umgehen. Und da er bereits mit dem Teufel zu tun gehabt hatte, lag ihm umso weniger etwas daran, es mit den Toten zu tun zu kriegen. Ein bisschen über Honaunau hinaus sah er in die Ferne und bemerkte ein Weib, das am Strande badete. Und sie schien ein wohlgewachsenes Mädchen zu sein, aber er dachte nicht weiter daran. Dann sah er ihr weißes Hemd flattern, als sie es anzog, und dann ihr rotes Holoku. Und als er bei ihr angekommen war, da war sie mit dem Anziehen fertig geworden und war von der See heraufgekommen und stand neben der Straße an ihrem roten Holoku. Sie war ganz frisch vom Bade und ihre Augen glänzten und waren freundlich. Kaum Sanukea war sie, so zog er die Zügel an und sagte zu ihr, Ich dachte, ich kenne jedermann in dieser Gegend. Wie kommt es denn, dass ich dich nicht kenne? Ich bin Kokua, Kians Tochter und bin gerade von Oahu zurückgekehrt. Wer bist du? Wer ich bin, das werde ich dir in einer kleinen Weile sagen. Aber nicht jetzt, denn ich habe einen Gedanken in meinem Sinn und wenn du wüsstest, wer ich bin, so könntest du schon von mir gehört haben und würdest mir keine wahre Antwort geben. Aber sage mir vor allen Dingen eins, bist du verheiratet? Du fragst aber auch, bist du selber verheiratet? Wahrhaftig, Kokua. Ich bin nicht verheiratet und dachte bis zu dieser Stunde niemals daran, mich zu verheiraten. Aber hier ist die reine Wahrheit. Ich habe dich hier am Wegrand getroffen und sah deine Augen, die wie die Sterne sind und mein Herz flog zu dir so schnell wie ein Vogel. Nun also, wenn du nichts von mir wissen willst, dann sag es und ich will weiter reiten nach meinem Hause. Aber wenn du mich nicht für schlechter hältst als irgendeinen anderen jungen Mann, dann sag auch das und ich will für die Nacht bei deinem Vater einkehren und will morgen mit dem guten Mann reden. Kokua sprach kein einziges Wort, aber sie sah über das Meer hin und lachte. Kokua, wenn du nichts sagst, will ich das als gute Antwort nehmen. So, lass uns zu deines Vaters Tür gehen. Sie ging vor ihm her, immer noch ohne zu sprechen. Nur zuweilen sah sie sich um und blickte dann wieder weg und sie hielt die Bänder ihres Hutes zwischen ihren Zähnen. Als sie nun vor die Tür gekommen waren, da trat Keanu auf seine Veranda heraus, rief laut und hieß Keabe mit seinem Namen willkommen. Da sah das Mädchen ihn an, denn der Ruf von dem großen Hause war auch zu ihr zu Ohren gekommen und sicherlich war es eine große Versuchung. Diesen ganzen Abend waren sie sehr lustig beisammen und das Mädchen war unter den Augen der Eltern dreist wie ein Spatz und neckte Keabe, denn sie hatte einen flinken Witz. Den nächsten Tag sprach er mit Keanu und dann suchte er das Mädchen auf, das allein war. Kokua, den ganzen Abend hast du mich geneckt und es ist noch Zeit mir zu sagen, ich könne gehen. Ich wollte dir nicht sagen, wer ich bin, weil ich ein so schönes Haus habe und fürchtete, du würdest zu viel an das Haus denken und zu wenig an den Mann, der dich liebt. Jetzt weißt du alles und wenn du mich nie wiederzusehen wünschst, dann sag es nur gleich. Nein, antwortete Kokua, aber diesmal lachte sie nicht. Keabe fragte auch nicht weiter. So freite Keabe. Es war schnell gegangen, aber auch ein Pfeil fliegt schnell und eine Büchsenkugel noch schneller und doch können beide das Ziel treffen. Es war schnell gegangen, aber es war auch tief gegangen. Der Gedanke an Keabe erfüllte das Mädchens ganzen Sinn. Sie hörte seine Stimme in der Brandung am Lava-Strand. Um dieses Jünglingswillen, den sie nur zweimal gesehen hatte, würde sie Vater und Mutter und ihre heimatlichen Inseln verlassen. Keabe aber flog auf seinem Rost den Bergweg entlang, unter der Gräberklippe und der Klang der Hufe und Keabes Stimme, der vor Freude sang, halten aus den Höhlen der Toten wieder. Er kam zu dem blanken Hause und sang immer noch. Er saß und aß auf dem breiten Balkon und der Chinese wunderte sich über seinen Herrn, wie er zwischen zwei Bissen sang. Die Sonne sank in die See und die Nacht kam. Und Keabe ging auf seinen Balkon bei Lampenlicht, das hoch auf den Berg hinauf schien und der Klang seines Singens verwunderte die Menschen auf den Schiffen. Hier bin ich nun, in meinem Haus auf der Höhe. Besser wird wohl mein Leben nicht werden. Dies ist die Höhe des Berges und rund um mich herum neigt es sich abwärts zum Schlimmeren. Zum ersten Mal will ich die Zimmer benutzen und will in meiner schönen Wanne baden, mit dem heißen Wasser und dem kalten und will allein in dem Bett meines Brautgemachs schlafen. So bekam denn der Chinese ein Befehl und musste aus seinem Schlaf aufstehen und den Herd heizen. Und als er unten an seinem Kessel arbeitete, hörte er über sich in den erleuchteten Zimmern seinen Herrn singen und frohlocken. Als das Wasser zu kochen begann, rief der Chinese seinen Herrn und Keabe ging in das Badezimmer und der Chinese hörte ihn singen, als er die Marmorwanne füllte und hörte ihn singen und wieder singen, als er sich auszog. Bis plötzlich der Gesang aufhörte. Der Chinese lauschte und lauschte. Er ging ins Haus hinauf, um Keabe zu fragen, ob alles recht sei und Keabe antwortete ihm mit Ja und hieß ihn zu Bett gehen. Aber es war kein Gesang mehr in dem blanken Hause und die ganze Nacht hindurch hörte der Chinese seines Herrn Schritte, wie er ruhelos auf dem Balkon und das Haus herumging. Nun war die Sache die, als Keabe sich auszog, um sein Bad zu nehmen, da bemerkte er auf seiner Haut ein Flecken wie ein Moosfleck an einem Felsen und da hörte er auf zu singen, denn er kannte solche Flecken und wusste, dass er von einer chinesischen Krankheit befallen war. Nun ist es sehr traurig für jeden Menschen, diese Krankheit zu haben und sehr traurig wäre es für jeden Menschen, ein so schönes und behagliches Haus zu verlassen, von all seinen Freunden zu scheiden und nach der Nordküste von Molokai gehen zu müssen, zwischen den gewaltigen Felsen und der Brandung des Meeres. Aber was wollte das heißen im Vergleich zu Keabe, der seiner Liebste erst gestern gesehen und sie erst an diesem Morgen gewonnen hatte und jetzt all seine Hoffnung in einem Augenblick zerbrechen sah wie ein Stück Glas. Eine Weile saß er auf dem Rande der Badewanne, dann sprang er mit einem Schrei auf und rannte hinaus und liefe auf und ab, auf und ab immer dem Balkon entlang wie ein Verzweifelter. Herzlich gern könnte ich Hawaii verlassen, die Heimat meiner Vorväter. Leichten Herzens könnte ich mein Haus verlassen, das Hochgelegene, das Vielfenstrige hier oben auf den Bergen. Mit tapferem Herzen könnte ich nach Molokai gehen, nach Kalaupapa an den Klippen, um mit den Aussätzigen zu leben und dort zu schlafen, fern von meinen Vorvätern. Aber welches Unrecht habe ich getan? Welches Unglück liegt auf meiner Seele, dass ich Kokua begegnen musste, wie sie kühl vom Seewasser in den Abend ging? Kokua, die die Seelen bezaubert. Kokua, das Licht meines Lebens. Sie darf ich niemals freien. Sie darf ich nicht länger ansehen. Sie darf ich nicht mehr streicheln mit meiner liebenden Hand. Und darum, um deinet Willen, noch Kokua, schreie ich meine Klagen. Nun war Keawe ein bemerkenswerter Mann. Er hätte dort oben in dem blanken Hause jahrelang wohnen können, wo kein Mensch hätte etwas davon gemerkt, dass er von der Lepra befallen war. Aber darauf gab er nichts, wenn er Kokua verlieren musste. Und ferner, er hätte Kokua heiraten können, krank wie er war. Und so manche würden das getan haben, weil sie Schweineseelen haben. Aber Keawe liebte das Mädchen mannhaft und er wollte ihr keinen Schaden tun und sie nicht in Gefahr bringen. Ein Weichchen später, als Mitternacht vorbei war, kam ihm wieder die Flasche in den Sinn. Er ging nach der Schwelle seiner Haustür, wo er mit Lupaka gesessen hatte, und rief in sein Gedächtnis den Tag zurück, an dem der Teufel herausgeschaut hatte. Und bei dem Gedanken verstarrte das Blut in seinen Adern zu Eis. Ein furchtbares Ding ist die Flasche. Schrecklich ist das Teufelchen. Und schrecklich ist es, Höllenflammen zu riskieren. Aber welche andere Hoffnung habe ich, meine Krankheit zu heilen oder Kokua zu heiraten? Was? Habe ich dem Teufel einmal getrotzt, nur um mein Haus zu bekommen? Und sollte ich ihm nicht abermals trotzen, um Kokua zu gewinnen? Und da erinnerte er sich, dass am nächsten Tage die Haul auf ihrer Rückfahrt nach Honolulu vorbeikäme. Dahin muss ich zuerst gehen und Lupaka aufsuchen. Denn meine beste Hoffnung ist jetzt, dieselbe Flasche wiederzubekommen, die ich mit solcher Freude los wurde. Keinen Augenblick konnte er schlafen. Der Bissen blieb ihm in der Kehle stecken beim Essen, aber er schickte einen Brief an Keanu und um die Zeit, als der Dampfer kommen musste, ritt er über die Gräberklippen an den Strand. Es regnete, sein Pferd ging mühsam. Er blickte nach den schwarzen Öffnungen der Höhlen hinauf und beneidete die Toten, die dort schliefen, keine Sorgen mehr hatten. Und er dachte daran, wie am Tage vorher vorüber galoppiert war und war erstaunt. So kam er denn nach Hukina hinunter. Da waren wie gewöhnlich die Bewohner der ganzen Gegend versammelt wegen des Dampfers. Unter dem Wellblechdach vor dem Kaufladen saßen sie, scherzten und erzählten die Neuigkeiten. In Kerbes Brust aber war keine Lust zum Sprechen und er saß in ihrer Mitte und sah hinaus auf den Regen, der auf die Häuser niederfiel und auf die Brandung, die gegen die Felsen schlug. Und Söffzer stiegen in seiner Kehle hoch. Kief vom blanken Haus ist trübselig, sagte einer zum anderen. Jawohl, das war er und das ist kein Wunder. Dann kam die Hall und das Strandboot brachte ihn an Bord. Das Achterdeck des Schiffes war voll von Weißen, die den Vulkan besucht hatten, wie es ihre Gewohnheit ist. Und das Mittelschiff war voll bepackt mit Kanacken und das Vorderschiff mit wilden Ochsen von Hilo und Pferden von Kau. Aber Kerbe saß abgesondert von allen anderen in seinem Kummer und spähte nach Keanos Haus aus. Da lag es tief am Strand in den schwarzen Felsen und überschattet von den Kokospalmen. Und dort neben der Tür war ein rotes Holoku, nicht größer als eine Fliege und bewegte sich geschäftig wie eine Fliege hin und her. Oh, Königin meines Herzens, ich will meine liebe Seele wagen, dich zu gewinnen. Bald nachher sank die Dunkelheit hernieder. Die Kajüten wurden beleuchtet und die Weißen saßen und spielten Karten und tranken Whisky. wie es ihre Gewohnheit ist. Kerbe aber ging die ganze Nacht hindurch auf dem Deck auf und ab und den ganzen nächsten Tag, als sie im Lee von Maui oder von Molokai vorüberdampften, lief er immer noch auf und ab wie ein wildes Tier in einem Käfig. Gegen Abend fuhren sie an Diamond Head vorüber und kamen an die Kais von Honolulu. Kerbe ging vom Schiff unter die Menge und begann nach Lopaka zu fragen. Er war anscheinend Besitzer eines Schoners geworden. Kein besseren gab es auf den Inseln und war auf eine Kreuzfahrt ausgesegelt, weit weg bis Pola Pola oder Kakahiki. So konnte er also von Lopaka keine Hilfe erwarten. Da fiel Kerbe ein, dass ein Freund von ihm Rechtsanwalt in der Stadt war. Seinen Namen darf ich nicht nennen und er erkundigte sich nach ihm. Sie sagten, er sei plötzlich reich geworden und habe ein schönes neues Haus am Strande bei Waikiki. Und da kam Kerbe ein Gedanke. Er rief einen Wagen an und fuhr nach des Anwalts Haus. Das Haus war funkelnagelneu. Die Bäume im Garten waren nicht größer als Spazierstöcke und der Rechtsanwalt, als er kam, sah aus wie ein Mensch, der zufrieden ist. Womit kann ich dienen? Du bist ein Freund von Lopaka. Lopaka kaufte von mir ein Stück Ware und ich dachte, du wärst vielleicht imstande, mir auf seine Spur zu helfen. Das Anwalts Gesicht wurde sehr finster und er sagte, Ich will nicht behaupten, dass ich dich nicht verstehe, Keav, aber dies ist eine üble Geschichte. Ich versichere dir, ich weiß nichts Bestimmtes, dessen habe ich eine Ahnung, aber wenn du in einer gewissen Gegend anfragen würdest, so denke ich, du könntest was Neues hören. Und er nannte den Namen eines Mannes, den auch ich wieder besser verschweige. So ging es tagelang und Keav lief von einem zum anderen, fand überall neue Kleider, Pferde und Wagen, schöne neue Häuser und überall sehr zufriedene Leute, obgleich allerdings, sobald er sein Anliegen andeutete, ihre Gesichter sich verfensterten. Ohne Zweifel bin ich auf der Spur. Diese neuen Kleider und Fuhrwerke sind Lautergaben des Teufelchens und diese frohen Gesichter sind die Gesichter von Menschen, die ihren Profit gehabt und sich selber vor dem verfluchten Ding in Sicherheit gebracht haben. Wenn ich bleiche Wangen sehe und Seufzen höre, dann werde ich wissen, dass ich dicht bei der Flasche bin. So geschah es zuletzt, dass er mit einer Empfehlung an einen Weißen in die Britannia Straße gewiesen wurde. Als er vor die Tür kam, ungefähr um die Zeit des Abendessens, waren da die üblichen Anzeichen von einem neuen Hause und einem neuen Garten und elektrischem Licht, das durch die Fenster strahlte. Als aber der Besitzer kam, davor kehrbe ein Stoß von Hoffnung und Furcht durch den Leib, denn hier war ein junger Mann, weiß wie ein Leichnam und schwarz um die Augen, das Haar wüst um den Kopf und in seinem Gesicht ein Ausdruck, wie ein Mensch ihn haben mag, der den Galgen erwartet. Hier ist es, ganz gewiss. Und so gab er diesem Mann ganz unverhüllt sein Anliegen kund und sagte, Ich bin gekommen, um die Flasche zu kaufen. Bei diesem Wort taumelte der junge Weiße gegen die Wand. Die Flasche, die Flasche zu kaufen. Dann war es, wie wenn er erstickte. Er griff Kerbe an einem Arm, zog ihn in ein Zimmer und schenkte zwei Gläser Wein ein. Auf ihr wertes wohl sein, sagte Kerbe, der zu seiner Zeit viel mit Weißen verkehrt hatte. Ja, ich will die Flasche kaufen. Wie hoch ist jetzt der Preis? Auf dieses Wort hin ließ der junge Mann sein Glas aus der Hand fallen, sah Kerbe an wie ein Gespenst und rief. Der Preis, der Preis, Sie wissen den Preis nicht? Deshalb frage ich sie ja. Aber weshalb sind sie so bestürzt? Ist etwas nicht in Ordnung mit dem Preis? Die Flasche ist seit ihrer Zeit ein Gut Teil im Wert gesunken, Herr Kief. Nun schön, da werde ich umso weniger dafür zu bezahlen haben. Wie viel zahlten Sie dafür? Der junge Mann war so weiß wie ein Betttuch, als er sagte. Zwei Cent. Was? Zwei Cent? Dann können sie sie ja nur für einen Zinn verkaufen und wer sie kauft. Die Worte erstarben auf Keabes Zunge. Wer sie kaufte, der konnte sie niemals wieder verkaufen. Die Flasche und der Flaschenteufel mussten bei ihm verbleiben bis er starb und wenn er starb musste er in die rote Höllentiefe fahren. Der junge Mann in der Britannia Straße fiel auf seine Knie und schrie Um Gottes sie zu dem Preis kaufte. Ich hatte all mein Geld in meinem Geschäft aus Spiel gesetzt und hatte fremdes Geld unterschlagen. Ich wäre sonst verloren gewesen und hätte ins Gefängnis gehen müssen. Armes Geschöpf. Sie wagten ihre Seele an ein so verzweifeltes Abenteuer um der gerechten Strafe für ihre Missetat zu entgehen. Und sie denken ich könnte zögern da ich es aus Liebe Tour. Geben sie mir die Flasche und Kleingeld heraus das sie davon bin ich überzeugt schon zur Hand haben. Hier ist ein Fünf Cent Stück. Es war so wie Keabe vermutet hatte. Der junge Mann hatte das Kleingeld in einer Schublade bereit liegen. Die Flasche wechselte den Besitzer und kaum hatten Keabes Finger den Flaschenhals umspannt. So hatte er den Wunsch ausgesprochen und sich vor einem Spiegel nackt auszog. Da war sein Leib blank und rein wie der eines neugeborenen Kindes. Und nun kam das Sonderbare. Kaum hatte er dieses Wunder gesehen, da änderte sich sein Sinn und er machte sich gar nichts mehr aus dem Chinesen Übel und wenig genug aus Kokur und hatte nur den einzigen Gedanken, dass er jetzt für Zeit und Ewigkeit dem Flaschenteufel verfallen sei und keine bessere Hoffnung habe, als ewiglich in den Flammen der Hölle zu brennen. In weiter Ferne sah er vor seines Geistes Augen die Flammen lodern und seine Seele schauderte zurück und Finsternis fiel auf das Licht. Als Kerbe ein wenig zu sich kam, bemerkte er, dass es ein Abend war, an dem die Musik Bande im Gasthaus spielte. Dorthin ging er, weil er Angst hatte, allein zu sein, und dort lief er unter glücklichen Gesichtern hin und her und hörte die Melodien auf und abschweben und sah Berger den Takt schlagen und die ganze Zeit hörte er die Flammen prasseln und sah das rote Feuer in den bodenlosen Hüllentiefen brennen. Plötzlich spielte die Musik Hiki Aou Aou Das war ein Lied, das er mit Ivokua gesungen hatte und bei diesen Klingen kam ihm der Mut wieder und er dachte Es ist nun mal geschehen und so will ich noch einmal mit dem Bösen auch das Gute hinnehmen und so geschah es dass er mit dem ersten Dampfer nach Hawaii zurück fuhr und sobald es geschehen konnte wurde er mit Kokua vermählt und brachte sie nach dem Blankenhauser am Bergkang Nun war es so mit diesen beiden Wenn sie beisammen waren dann war Kerbes Herz beruhigt aber sobald er allein war befiel ihm ein brütendes Grauen und er hörte die Flammen prasseln und sah das rote Feuer in dem bodenlosen Höllen ab Grund brennen Das Mädchen hatte sich im ganzen gar zu eigen gegeben Das Herz hüpfte ihr in der Brust bei seinem Anblick ihre Hand schlug sich in die seinige und sie war so schön gestaltet von den Haaren auf ihrem Kopf bis herab zu den Nägeln ihrer Zehn dass kein Mensch sie ohne Freude ansehen konnte Sie war liebreich in ihrem Wesen stets wusste sie ein gutes Wort zu sagen voll von Gesang war sie und ging hin und her in dem blanken Hause das schönste in seinen drei Stockwerken und schmetterte ihre Lieder wie die Vögel Kerbe sah und hörte sie mit Entzücken und dann musste er sich beiseite schleichen und weinen und stöhnen wenn er an den Preis dachte den er für sie bezahlt hatte und dann musste er seine Augen trocknen und sein Gesicht waschen und zu ihr gehen und mit ihr auf den breiten Balkon sitzen und ihre Lieder einstimmen und mit einem kranken Gemüt auf ihre lächelnden Blicke antworten Es kam ein Tag da begannen ihre Füße schwer und ihre Lieder seltener zu werden und nun war es nicht Keabe allein der abseits weinte sondern jedes von ihnen beiden sonderte sich von dem anderen ab und sie saßen auf gegenüber liegenden Balkonen die die ganze Breite des blanken Hauses trennte Keabe war so in seiner Verzweiflung versunken dass er die Veränderung kaum bemerkt hatte und nur froh darüber war dass er mehr Stunden für sich hatte um allein zu sitzen zu verdammt war mit einem kranken herzen ein lächelndes Gesicht zu zeigen aber eines Tages als er leise durch das Haus ging da hörte er einen Ton wie von einem schluchzenden Kinder und da lag Kokua mit dem Gesicht auf den Brettern des Balkons und weinte wie eine verlorene Seele Du hast recht dass du in diesem Hause weinst Kokua und doch wollte ich den Kopf von Glücklich Kerwe als du allein in deinem blanken Haus wohntest da war dein Name sprichwörtlich auf der Insel für einen glücklichen Mann Lachen und Singen waren in deinem Munde und dein Anlitz war glänzend wie der Sonnenaufgang dann heiratetest du die arme Kokua und der liebe Gott weiß was an ihr nicht recht ist aber von dem Tage an hast du nicht mehr gelächelt oh was fehlt mir ich dachte ich sei hübsch und ich wusste dass ich ihn liebte was fehlt mir dass ich diese Wolke über meinen Gatten bringe armer Kokua er setzte sich auf den Boden neben sie und suchte ihre Hand zu fassen aber sie riss sie weg mein armes Kind mein hübsches und ich hatte all diese Zeit gedacht ich wollte dich schonen nun so sollst du alles wissen dann wirst du wenigstens Mitleid haben mit dem armen Kiahua dann wirst du begreifen wie sehr er dich liebte in den vergangenen Tagen dass er der Hölle trotzte um dich zu besitzen und wie sehr er dich immer noch liebt der arme verdammte dass er noch ein Lächeln auf sein Gesicht zwingen kann wenn er dich erblickt und so erzählt er alles vom allerersten Anfang an dies hast du um mich getan oh dann habe ich auch keinen Kummer mehr und sie umschlang ihn und weinte an seiner Brust ach Kind ich aber wenn ich an das Höllenfeuer denke ich habe recht viel Kummer sprechen wir nicht davon kein Mensch kann verloren sein weil er Kokua liebte und sonst keinen anderen Fehler begangen hat ich sage dir Kara ich werde dich retten mit diesen meinen Händen oder mit dir vereint untergehen was du liebtest mich und gabst deine Seele hin und du denkst ich will nicht sterben um dafür dich zu retten ach geliebte du möchtest hundertmal sterben welchen Unterschied würde das machen weiter nichts als dass ich dann einsam wäre bis die Zeit meiner verdammnis käme du weißt nichts ich wurde in einer Schule in Honolulu erzogen ich bin kein gewöhnliches Mädchen und ich sage dir ich werde meinen geliebten retten was sagtest du da von einem cent die ganze welt ist doch nicht amerikanisch in england haben sie ja ein geldstück das sie einen farthing nennen das ist ungefähr ein halber cent aber oh weh damit wird es ja kaum besser denn der käufer muss verloren und verdammt sein und wir werden keinen Menschen finden der so tapfer ist wie mein Kerwe aber höre da ist frankreich da haben sie eine kleine münze die sie einen cent nennen und von denen gehen fünf auf einen cent oder so ungefähr besser könnte es uns nicht passen komm Kerwe lass uns nach den französischen inseln gehen lass nach tahiti gehen so schnell uns schiffe befördern können dort haben wir vier centimes drei centimes einen centime viermal also ist ein verkauf und kauf möglich und wir sind zwei um den handel zu betreiben komm mein Kerwe küss mich und jage die Sorgen weg kokua wird dich beschützen gottes gabe ich kann nicht glauben dass Gott mich dafür bestrafen will dass ich etwas so gutes begehrt habe sei es also wie du willst bringe mich wohin es dir beliebt ich lege mein leben und seelenheil in deine hände in aller frühe am nächsten morgen war kokua schon beim packen sie nahm kerbes kiste die er als matrose benutzt hatte und zuerst legte sie die flasche in eine ecke und dann packte sie ihre reichsten kleider an und die besten schmucksachen die sie im hause hatten denn wir müssen wie reiche leute aussehen wer würde sonst an die flasche glauben und während der ganzen zeit da sie packte war sie so lustig wie ein vogel nur wenn sie kerbe ansah dann stürzten ihr die tränen in die augen und sie musste hin laufen und ihn küssen kerbe aber war eine last von seiner seele los jetzt da er sah da schien er ein neuer mensch geworden zu sein seine füße traten leicht auf die erde und das atmen war ihm wieder eine wonne aber immer noch lauerte grauen aus seinem ellbogen immer und immer wieder wie der wind eine kerze ausbläst starb in ihm die hoffnung und er sah die flammen züngeln und die rote glut in der hölle brennen sie verbreiteten in der Gegend das Gerücht dass sie eine vergnügungsreise nach den staaten machten das kam den leuten sonderbar vor und war doch nicht so sonderbar wie die wahrheit wenn einer hätte die erraten können und so fuhren sie denn nach Honolulu mit der Hall und von da auf der Umatila nach San Francisco mit einem Haufen weißer Leute und in San Francisco machten sie die Überfahrt auf der Post Brigantine Tropic Bird nach Papet dem Hauptort der Franzosen auf den Südsee in Sinn dort kamen sie nach einer angenehmen Reise an einem schönen Tage an und sahen das Riff mit der schäumenden Brandung und Motuiti mit seinen Palm und den Schoner der auf der Rede lag und die weißen Häuser der Stadt unten am Strand entlang unter den grünen Bäumen und in der Höhe die Berge und die Wolken von Tahiti die Insel der Weißen und die Leute sagten ihnen das Weiseste sei ein Haus zu mieten das taten sie auch und nahmen eins gegenüber dem britischen Konsulat gaben auf protzige Weise viel Geld aus und taten sich hervor mit schönen Wagen und Pferden dies konnten sie sich leisten solange sie die Flasche in ihrem Besitz hatten denn Kukua war kühner als Kerbe und verlangte so oft sie Lust hatte von dem Teufelchen 20 oder auch 100 Dollar so wurden sie dann bald in der Stadt viel bemerkt und die Fremden von Hawaii ihr Reiten und ihr Fahren Kukua schöne Holokus und kostbare Spitzen wurden das Stadtgespräch mit der Sprache von Tahiti wurden sie nach all dem allerersten Anfang ganz gut fertig sie ähnelt in der Tat dem Hawaii nur dass gewisse Buchstaben anders sind und sobald sie sich einigermaßen gewandt ausdrücken konnten begann sie sich um den Verkauf der Flasche zu bemühen nun muss man bedenken dass das nicht so leicht zu machen war es war nicht so einfach Leute dahin zu bringen dass sie es für ernst hielten wenn man sich erbot für vier außerdem war es notwendig die Gefahren der Flasche deutlich zu nennen so kam es denn dass einige überhaupt nicht an die ganze Geschichte glaubten und sie auslachten andere aber umso mehr an die dunklere Seite dachten ernste Gesichter machten und sich von Kerbe und Kokur zurückzogen als von Menschen die mit dem Teufel zu tun hätten anstatt Boden zu gewinnen begann die beiden zu bemerken dass man ihnen in der Stadt ihnen auswich die Kinder liefen schreiend vor ihnen davon für Kokur etwas unerträgliches Katholiken bekreuzigten sich wenn sie vorüber gingen und alle Menschen wichen wie auf Verabredung ihren Freundlichkeiten aus da kam Niedergeschlagenheit über sie nach der Mühseil eines Tages saßen sie abends in ihrem neuen Hause und sprachen kein Wort miteinander aber das Schweigen wurde dadurch gebrochen dass Kokua plötzlich laut aufschluchzte manchmal beteten sie miteinander manchmal holten sie ihre Flasche hervor stellten sie auf den Boden und saßen den ganzen Abend und sahen zu wie der Schatten in der Mitte tanzte dann hatten sie Angst zu Bett zu gehen es dauerte lange bis Schlafsehen kam und wenn eines von ihnen eingeschlummert war und dann aufwachte fand es das andere wie Stimme im Finsteren weinte oder auch das andere war aus dem Haus geflohen und aus der Nachbarschaft der Flasche um unter den Bananen im Gärtchen auf und ab zu gehen oder Monschein am Strande zu wandern so war es eines Nachts als Kokua erwachte Kerbe war fort sie fühlte im Bett nach ihm und sein Platz war kalt da befiel sie Furcht und sie richtete sich im Bett auf ein bisschen Mondschein drang durch die Ritzen der Läden ein das Zimmer war hell und sie konnte die Flasche auf dem Fußboden sehen draußen wehte ein starker Wind die großen Bäume in der Allee rauschten und ächzten laut und die abgefallenen Blätter raschelten auf der Veranda in all diesen Geräuschen hörte Kokua einen anderen Ton und wer von einem Tier oder von einem Menschen ausging konnte sie kaum sagen aber der Ton war todestraurig und schnitt ihr in die Seele leise stand sie auf öffnete die Tür ein wenig und sah hinaus auf den mondhellen Garten da lag Kiaba unter den Bananen den Mund in den Staub gedrückt und wie er so lag stöhnte er Kokuras erster Gedanke war hinaus zu laufen und ihn zu trösten aber ihr zweiter Gedanke hielt sie mit Macht zurück Kiaba hatte sich von seiner Frau wie ein tapferer Mann gehalten es geziemte ihr nicht in der Stunde seiner Schwachheit ihn zu beschämen mit diesen Gedanken ging sie in das Haus zurück Himmel wie gedankenlos bin ich gewesen wie schwach nicht ich sondern er schwebt in dieser ewigen Gefahr er nicht ich nahm den Fluch auf meine Seele um meinet Willen aus Liebe zu einem Geschöpf das so wenig wert ist und so wenig helfen kann sieht er jetzt die Flammen der Hölle vor sich ja riecht schon ihren Qualm wie er da draußen liegt in Sturm und Mondschein bin ich so stumpfsinnig dass ich bis jetzt niemals meine Pflicht geahnt habe oder sah ich sie schon vorher und schob sie beiseite aber nun will ich wenigstens meine Seele in beide Hände meiner Liebe nehmen jetzt nehme ich Abschied von den weißen Stufen zum Himmel und den wadenden Gesichtern meiner Freunde Liebe um Liebe und möge meine Liebe Kiaris Liebe gleich sein Seele um Seele lass es die meinige sein die zugrunde geht sie war ein flinkes behendes Weib und schnell mit ihrem Anzug fertig sie nahm in ihrer Hand das Wechselgeld die kostbaren Cent am Stöcker die sie immer bereit hielten denn diese Münze ist wenig im Gebrauch und sie hatten sich bei einer amtlichen Stelle damit versehen als sie draußen in der Allee war trieb der Wind Wolken heran und der Mond verdunkelte sich die Stadt lag am Schlaf und sie wusste nicht wohin sie gehen sollte bis sie im Schatten der Bäume einen Menschen husten hörte alter Mann was suchst du hier draußen in der kalten Nacht der alte Mann konnte vor Husten kaum sprechen aber sie verstand schließlich so viel dass er alt und arm war und fremd auf der Insel willst du mir einen Dienst erweisen als ein Fremdling dem anderen und als ein alter Mann einem jungen Weibe willst du einer Tochter Hawais helfen so bist du die Hexe von dem Acht Inseln und suchst sogar meine arme Seele zu umstrecken aber ich habe von ihr gehört und spottet einer sündhaften Lockung setz dich hierher und lass mich dir eine Geschichte erzählen und sie erzählte ihm die Geschichte von Kerber vom Anfang bis zum Ende und so schloss sie Nun ich bin seine Frau die er mit dem Heil seiner Seele erkauft hat was könnte ich tun wenn ich selber zu ihm ginge und ihm anbüte die Flasche zu kaufen würde er nein sagen aber wenn du gehst dann wird er sie bereitwillig verkaufen ich will hier kaufst sie für vier Sontjems und ich kaufe sie dir für drei wieder ab und der Herr Gott gebe einem armen Mädchen Kraft wenn du mit falschen Herzen redest so glaube ich Gott würde dich auf der Stelle sterben lassen das würde er verlass dich drauf das würde er ich könnte nicht verräterisch sein Gott würde es nicht leiden gib mir die vier sind teams und warte hier auf mich als Sunkukua allein auf der Straße stand erstarrte ihre Seele der Wind heulte in den Bäumen und ihr kam es vor wie wenn das Rauschen der Höllenflammen wäre die Schatten schwankten im Licht der Straßen Laterne und sie kam ihr vor wie Hände böser Geister die nach ihr griffen Hätte sie die Kraft gehabt so hätte sie weglaufen müssen und hätte sie den Atem gehabt so hätte sie laut schreien müssen aber wirklich sie konnte weder das eine noch das andere und stand und zitterte da in der Allee wie ein geängstigtes Kind dann sah sie den alten Mann zurückkommen und er hielt die Flasche in seiner Hand ich habe nach deinem Wunsch getan als ich deinen Mann verließ weinte er wie ein Kind heute Nacht wird er ruhig schlafen er hielt ihr die Flasche hin bevor du gehst nimm das Gute mit dem Bösen verlange von deinem Husten befreit zu werden ich bin ein alter Mann und so nah am Tor des Grabes um vom Teufel eine Gunst anzunehmen aber was ist dies warum nimmst du nicht die Flasche zögerst du nichts von zögern ich bin nur schwach gönne mir einen Augenblick noch es ist nur meine Hand die widerstrebt mein Fleisch schreckt zurück vor dem verfluchten Ding einen Augenblick nur armes Kind du hast Angst deine Seele deuchtig Wolan lass mich die Flasche behalten ich bin alt und kann in dieser Welt nicht mehr glücklich sein und was in der nächsten gib sie mir hier ist dein Geld denkst du ich bin so gemein gib mir die Flasche Gott segne dich Kind Kukua verbarg die Flasche unter dem Holoku sagte dem alten Mann Lebewohl und ging den Baumgang entlang es war ihr gleichgültig wohin denn alle Wege waren für sie jetzt gleich sie führten alle in die Hölle manchmal ging sie manchmal lief sie manchmal schrie sie laut in die Nacht hinaus manchmal lag sie im Straßenstaub und weinte alles was sie von der Hölle gehört hatte fiel ihr ein sie sah die Flammen lodern und auch den Qualm und ihr Fleisch verfiel auf den glühenden Kohlen als es fast morgen war kam sie wieder zur Besinnung und ging zu ihrem Haus zurück es war genau wie der alte Mann gesagt hatte Kerbe schlummerte wie ein Kind Kukua stand da stachte auf sein Antlitz und sagte jetzt mein Gatte kannst du schlafen wenn du erwachst kannst du singen und lachen aber die arme Kukua die nichts böses dachte ach für die arme Kukua gibt es keinen schlaf mehr kein singen mehr keine freude mehr weder auf erden noch im himmel und sie legte sich in das Bett an seine Seite und ihr Elend war so groß dass sie augenblicklich in einen tiefen Schlaf erfiel später morgen weckte ihr Gatte sie auf und erzählte ihr die gute Nachricht er war anscheinend ganz wahnsinnig vor sie gar nicht auf ihren Kummer obgleich sie diesen nur schlecht verhilen konnte die Worte blieben ihr in der Kehle stecken Kerbe sprach genug für beide sie aß keinen Bissen aber wer hätte das bemerken sollen Kerbe lehrte die ganze Schüssel Kukua sah und hörte ihn wie etwas Sonderbares in einem Traum zeitweise vergaß sie ihr Unglück oder zweifelte daran und legte ihre Hände auf die Stirne dass sie selber verdammt wusste dabei ihren Gatten schwatzen hörte erschien so ungeheuerlich die ganze Weile aß Kerbe plauderte machte Pläne für ihre Rückfahrt und dankte ihr dafür dass sie ihn gerettet habe schmeichelte ihr und nannte sie die treue Helferin die schließlich doch Rat gewusst habe er lachte über den alten Mann der so dumm gewesen wäre die Flasche zu kaufen er sah aus wie ein würdiger alter Mann aber kein Mensch kann nach dem äußeren Schein urteilen denn wozu wollte der alte Schuft die Flasche haben lieber Mann seine Absicht ist vielleicht gut gewesen pappalapap ein alter Schuft war er sag ich dir und ein alter Esel dazu denn es war schwer genug die Flasche für 4 Zentimeter zu verkaufen und für drei das wird ganz unmöglich sein es ist nicht mehr Spielraum genug das Ding beginnt schon sängerig zu riechen allerdings kaufte ich selber sie für einen Cent als ich nicht wusste dass es kleinere Münzen gäbe ich lief wie ein Narr herum und fand keinen Käufer du hattest mehr Glück aber niemals wird noch einer gefunden werden und wer die Flasche jetzt hat der wird mit ihr zur Hölle fahren oh mein Gatte ist es nicht schrecklich sich selber durch das ewige Verderben eines anderen zu retten mir scheint ich könnte darüber nicht lachen ich würde mich demütig fühlen ich würde voll Trauer sein ich würde für den armen Menschen beten der die Flasche hat da wurde Kerbe noch ärgerlicher weil er die Wahrheit ihrer Worte fühlte und er rief für Elefant du magst voll Trauer sein wenn du Lust hast aber ein gutes Weib denkt nicht so wenn du überhaupt dann nicht echt ist würdest du dich jetzt schämen hierauf ging er aus und Kokua war allein Welche Aussicht hatte sie die Flasche für drei Cent wenn sie auch eine Aussicht hätte ihren Mann nahm sie an aller Eile mit nach einem Lande wo es keine kleineren Münzen gab als einen Cent und hier an dem Morgen ihrer Selbstopferung lief ihr Gatte von ihr weg und schallt sie aus sie wollte nicht einmal versuchen die Zeit auszunutzen die sie noch hatte sondern saß zu Hause bald holte sie die Flasche hervor und sah sie in unaussprechliche Angst an bald verbarg sie sie voll Ekel an irgendeinem Ort wo sie sie nicht sah nach einer Zeit kam Kerbe heim und sagte ihr sie solle mit ihm spazieren fahren mein Gatte ich bin krank mir ist nicht gut zumute entschuldige mich ich kann an keine Vergnügungen denken da wurde Kerbe noch zorniger auf sie weil er glaubte sie denke nur noch über das geschick des alten Mannes nach auf sie selber weil er eigentlich recht gab und weil er sie schämte so glücklich zu sein das ist deine treue das ist deine liebe dein Gatte ist gerade eben von ewigem verderben errettet dass er nur deine dwillen auf sich nahm und du kannst nicht an vergnügen denken Kukua du hast kein aufrichtiges Herz wütend lief wieder weg und zog den ganzen tag in der stadt herum er traf freunde und zechte mit ihnen nahmen einen wagen und fuhren aufs land und zechten dort auch wieder die ganze zeit über war es kerbe unbehaglich zumute weil er sich vergnügte während seine frau traurig seinem herzen wusste dass sie mehr im recht war als er weil er das wusste trank er umso mehr nun war unter den zechern die mit ihm tranken auch ein roher mensch ein weißer der früher Bootsmann auf einem wahlfisch fänger gewesen war ein Landstreicher Goldgräber Galgenvogel ein gemeindenkender dreckschnauziger Kerl er soff und freute sich wenn er andere betrunken sah und er drängte kerbe zum trinken bald hatte die ganze gesellschaft kein geld mehr da rief der Bootsmann hör mal du du bist ja reich hast es wenigstens fortwährend gesagt du hast ne flasche oder so einen affenkram ja ich bin reich ich will in die Stadt gehen und etwas geld von meiner frau holen sie hat es in verwahrung das ist unsinn mart trauern niemals einem unterrock mit den dollars sie sind alle so falsch wie wasser halte lieber ein auge auf sie nun dieses wort machte eindruck auf kerbe denn er war voll von all dem trinken nicht mehr ganz klar im kopf und er dachte ich sollte mich allerdings nicht wundern wenn sie falsch wäre warum wäre sie sonst so niedergeschlagen da ich doch erlöst bin aber ich will ihr zeigen dass ich nicht der Mann bin mit mir spaßen zu lassen ich will sie auf frischer tat tappen sie gingen demgemäß nach der stadt zurück kerbe sagte dem boots man er solle an der ecke beim alten gefängnis auf ihn warten und ging allein in die allee hinauf bis an die tür seines hauses es war wieder abend geworden drin war licht aber kein laut war zu hören und kerbe schlich um die ecke öffnete sachte die hintertür und sah hinein da saß kokua auf dem fußboden die lampe neben ihr vor ihr stand eine milchweiße flasche mit einem runden bauch und einem langen hals und kokua sah lange zeit stand kerbe da an der tür und schaute erst war er so verblüfft dass er nicht denken konnte dann kam angst über ihn der handel sei nicht richtig gewesen und die flasche wieder zu ihm zurück gekommen wie damals in san francisco und da zitterten ihm die knie und die dünste des weines verflogen aus seinem kopf wie nebel von einem fluss ermorken und dann hat er einen anderen gedanken und das war ein seltsamer der die wangen erglühen machte und er sagte zu sich selber hierüber muss ich gewissheit haben so schloss er die tür ging leise wieder um die hausecke und trat dann geräuschvoll in den garten wie wenn er gerade eben nach hause gekommen wäre und siehe da als er die haustür öffnete da war keine flasche zu sehen kokua saß auf einem stuhl und fuhr empor wie ein mensch der aus dem schlaf geweckt wurde ich habe den ganzen tag gezecht und bin lustig gewesen ich war mit guten gesellen zusammen und bin bloß gekommen mir geld zu holen dann gehe ich wieder mit ihn zechen und jubeln dabei waren sein gesicht und seine stimme so erregt wie das jüngste gericht aber kokua war zu verstört um das zu bemerken du hast recht lieber man es ist ja dein eigenes geld und dabei zitterte ihre stimme oh ich tue immer recht in allen dingen er ging strax auf die kiste los und nahm geld heraus aber außerdem sahen die ecke wo sie die flasche auf bewahrt hatten und da stand die flasche da schwenkte vor ihm die kiste auf dem boden wie ein meeres woge und das haus drehte sich um ihn wie ein kranz von rauch denn er sah dass er jetzt verloren war und dass es kein entrinnen gab es ist wie ich befürchtete sie hat die flasche gekauft und dann kam er wieder zu sich selber und stand auf aber der schweiß strömte über sein Gesicht so dick wie Regen und so kalt wie Brunnenwasser und er sagte Kukur was ich dir heute sagte passt sich nicht für mich jetzt gehe ich wieder zu meinen lustigen Gesellen um mit ihnen lustig zu sein das Weinglas wird mir mehr Vergnügen machen wenn du mir verzeihst Himnu umschlang sie seine Knie sie küsste sein Knie mit strömenden Tränen und rief Oh ich verlangte bloß ein freundliches Wort lass uns nie wieder hart voneinander denken schon war er zum Hause hinaus nun war das Geld das Kerbe genommen hatte nur etwas von dem Vorrat an Cent im Stücken die sich gleich nach ihrer Ankunft besorgt hatten ganz gewiss hatte er keine Lust noch zu trinken sein Weib hatte ihre Seele für ihn hingegeben jetzt musste er seine Seele für sie hingeben kein anderer Gedanke war auf der ganzen Welt für ihn darf an der Ecke beim alten Stockhaus stand der Bootsmann und wartete auf ihn meine Frau hat die Flasche und wenn du mir nicht hilfst sie von ihr heraus zu kriegen gibt es heute Abend kein Geld mehr und kein Getränk mehr du willst doch nicht sagen dass das mit der Flasche ernst ist das ist die Laterne sehe ich aus wie wenn ich Spaß machte das stimmt du siehst so ernsthaft aus wie ein Gespenst na also hier sind zwei Zentime du musst zu meiner Frau ins Haus gehen und dir diese für die Flasche anbieten die sie dir wenn ich mich nicht sehr irre augenblicklich geben wird bringe sie mir hierher und ich werde sie dir für einen Zentime wieder von dir zurückkaufen denn das ist bei der Flasche Gesetz dass sie stets für eine geringere Summe verkauft werden muss als sie gekostet hat aber was du auch tust sag ihr auf keinen Fall ein Wort davon dass du von mir kommst Mart hast du mich auch nicht zum besten wenn ich es täte könnte es dir nichts schaden da hast du recht Mart und wenn du an meinen Worten zweifelst so kannst du einen Versuch machen sobald du aus dem Haus heraus bist wünsch du dir deine Tasche voll Geld oder eine Flasche vom Besten Rum oder was du magst und du wirst sehen was das Ding leistet schön Kanacke ich will versuchen aber wenn du deinen Spaß mit mir treibst dann treib ich meinen auf deinem Buckel mit nem Tauende so ging denn der Bootsmann vorgewartet hatte aber Kerbe war fest entschlossen und schwankte nicht einen Augenblick in seinem Vorhaben nur war seine Seele bitter vor Verzweiflung es kam ihm vor wie wenn er lange Zeit gewartet hätte als er endlich eine Stimme in der dunklen Allee singen hörte er erkannte die Stimme als die des Bootsmanners aber es war sonderbar wie betrunken sie plötzlich klang dann kam der Mann selbst in den Lichtkreis der Laterne getaumelt er hatte das Teufels Flasche in seinen Rock gesteckt und diese zugeknöpft eine andere Flasche hielt er in der Hand und in dem Augenblick als sie an Sicht kam hob er sie an seinen Mund und trank du hast sie wie ich sehe Hand vorm Sack komm mir bloß einen Schritt zu nah und ich schau dir meine das ist eine verdammt gute Flasche jawohl das meine ich wie ich sie für zwei Son Teams bekam kann ich nicht begreifen aber ganz gewiss sollst du sie nicht für einen kriegen du meinst du willst sie mir nicht verkaufen näher aber ich will dir einen Schluck von dem rum geben wenn du Lust hast ich sage dir der Mann der die Flasche hat fährt zur Hölle ich denke dahin fahre ich sowieso und diese Flasche ist das beste was ich bis jetzt auf der Welt traf um damit in die Hölle zu fahren näher das ist jetzt meine Flasche und du kannst sehen wo du eine andere her kriegst kann dies wahr sein um deinet Wind bitte ich dich dringend verkaufe sie mir ach quatsch du dachtest ich wäre ein Schafskopf jetzt siehst du dass ich keiner bin und damit basta wenn du keinen Schluck von dem rum haben willst will ich selber einen nehmen hier prost und gute nacht so ging er denn die allee hinunter nach der stadt zu damit verschwindet die Flasche aus dieser Geschichte Kea aber rannte zu Kukua so leicht wie der Wind und groß war ihre Freude in dieser Nacht und groß war seitdem der Friede aller ihrer Tage im blanken Haus in front when there will be her 首先 als ä